Ich gebe Ihnen mal einen Schmatzer, die Ratten hier. A Plague Tale Requiem. Zweiter Teil der Plagen-Geschichte, der Ratten-Geschichte. Mal mit Greenscreen. Wir spielen immer mit Greenscreen. Ne Malte, ne. Es gibt glaube ich keine Schwierigkeits-Achievements. Und es gibt tatsächlich einige Sachen, die du aufsammeln musst, die oft schwer gelockt sind, weil... Weil es schwerer sein soll, ne. Quack, 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 quack. Königreich, Frankreich. Wow. Junge, Hugo hat eine neue Stimme, oder? Ist jetzt auch etwas älter, ja. Ja, ein bisschen älter ist er. Ich muss langsam mal weiter lernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Geht acht, Zauberer. Der Kampf ist noch lange nicht vorhanden. Und die hat mehr Rüstung an jetzt, ne. Die gute Amisse. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Aber keine 4K-Grafik. Folge König Hugo. Ah ja. König nennt er sich. Der Bösewicht. Sieht echt gut aus. Ja. Ja, dazu müsste man den ersten... Lass uns kurz recappen, die Leute, die Teil 1 nicht kennen. In Teil 1 ging es um Amicia de Rune und ihren Bruder Hugo de Rune. Französisches Königreich, Adelsfamilie. Und deren Villa als auch Vater wurde dann tatsächlich von der Inquisition getötet. Die auf der Suche war nach Hugo. Weil er tatsächlich einen Fluch hat, womit er das mit den Ratten reden kann. Erzähl mir mal das so. Eine Story schlecht erklärt, würde ich sagen. Und da hat man dann quasi die gesamte Geschichte gespielt. Versucht die Inquisition zu vermeiden und zu retten und rauszufinden, was mit Hugo los war. Haben dabei herausgefunden, dass er einfach ein krasser Rattenboy ist. Also im Prinzip wird er bald ein Marvel-Superheld, ne, Redboy. Kann tatsächlich auch Ratten-Tornados beschwören. Ich schitter euch nicht. Es gibt Ratten-Tornados. Und diesmal wird es noch krasser. Ne, und dabei haben wir dann den... Was war das? Kardinal? Irgendein Typ von der Kirche haben wir dann dabei gesmasht. Oh ja. Da will ich hin. Ja. Also gut. Dann mal schnell. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. So, und Lukas war auch... Und Lukas ist auch eines der Companions, die wir in der Reise dabei aufgegabelt haben. Hübsches neues Haus. Das ist ne Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Das ist ne Burg. Ja, das... Ey, als Kind hätte ich gerne so ne Burg. Leon, dankeschön für 25. Monat. Schleiche hier und halte gedrückt, um ihn zu erschrecken. Du mal Stealthkill, oder was? Amicia, der Nackenschrecken. Komm, einmal von hinten packen und einmal den Nacken umdrehen, oder so. Stealthkill! Für meine Güte! Du hast dich so unterschreckt! Haha, nicht schlecht. Tja, ich geh mal weiter lernen. Mach das! Na ja, wenn man Alchemist werden will... Aber du bist ein Alchemist. Aha, genau. Yolto. Perfekter Emote. Tornado, weg mit ihm. Einfach nur Red Nade und raus mit ihm. Bis dann. Tschüss. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Also, PS5 hat leider keine 4K-Auflösung. Schade. PC wäre bestimmt deutlich schärfer, wenn ich das auf PC gespielt hätte. Nein. Fall runter. Oh, wir müssen aber etwas klären. Sind wir jetzt Pro-Hugo oder Anti-Hugo? Ich meine, der kann Rattentornados produzieren. Hassen wir den immer noch? Ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohl heute? Wir geben dem... Schatz, wir geben dem mal eine Chance. Wir geben dem mal eine Chance. Mal schauen, ob er sich gebessert hat. Ist ja auch ein bisschen älter geworden und so weiter. Aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Ich würde ihn lieber nicht essen, bevor er mit Rednado killt. Also Grafik ist schön. Ich denke mal, PC wird noch einen Ticken schöner sein. Mit der 4K-Grafik und so weiter könnte er richtig lecker aussehen. Ich hole schon mal weg. Mach das, Devi. Willst du dich ja auch nicht spoilern, ne? Steichel die Ratten von mir. Ich gebe den Namen. Die erste Ratte, die ich sehe, nenne ich... Warte, wäre das fies, wenn ich die nach jemandem benenne? Oder ist das eher liebevoll? Hm? So, was will er jetzt von mir? Ja, einmal wieder Steinschleuder im Gameplay. Ja, mach weiter. Wir sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Ja, das gefällt dem König. Sollen Sie kommen? Die Community sind die Ratten. Okay. Ich nehme den Chat mit. Chat, ihr seid jetzt meine Ratten. Meine Rattenarmee. Hi. Ja. Oh Mann. Aus Versehen. Ciao, Yolto. Natürlich. Wir sind Ego und Amicia. Kannst du schießen, Turner? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sehe mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuere die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Was für Wurm, Alter? Ich mache hier die ganze Arbeit. Du Kanonier-Dur. Zack, 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 zack. Oha. Die haben Arsch gesackt. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sehen den Krieg. Keine Dutzung zu magieren. So, verpasst Ihnen den Datenstoß, Turner. Tada. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Yugo, geh in Deckung. Hm. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Oh, ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Oh, ich muss gehen. Bis dann. Danke viel Glück. Bis dann, Turner. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Turner war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Hm. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal... Alles wird anders. Ich weiß es. Das hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Hoch mit dir, kleiner Sticker. Ich helfe dir zu schwer. Du warst es. Irgendwann schaffe ich das. Leck das nur bei mir. Ja. Gib mir das Weg an dir. Ich glaube, ich komme richtig. Auf jeden Fall. Das Schloss ist riesig. Was meinst du? Reichen wir es an? Na klar. Ich bin bereit. Jetzt. Angriff. Angriff. Sturm. Die Burg. Meine Ratten. Kommt mit mir. Überfallt die Burg. Du, Hauptmann. Was sollen wir tun? Klopfen. Wir müssen mal sehen. Sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Schlafen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Autsch. Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt... Hallo, Eudi. Ja, das reicht erst mal für heute. Ja, Amicia. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die einen Stürze Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Ah ja. Wer hat sich hier denn bei gemacht? Das riecht wie ein Feuer. Ja. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg. Leise. Ja. Ich glaube, das Soundtrack gefällt mir jetzt schon besser als der Erste. Die Grafik ist gar nicht so schlecht. Wobei ich sagen muss, die PS5 hat bei weitem nicht die beste Grafik jetzt. Ne? Keine 4K-Auflösung. Ich glaube, das ist ja. Oh. Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen. Zeig uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lügen. Ihr elende Dieb. Ich schneide euch in Stöcke. Nein. Okay. Chill, Bruder. Oh, oh. Schlitz. Packt die beiden mal rein für das Game. Kann man das jetzt skippen? Ja. Kommt zurück. Wir müssen raus. Jetzt. Er verzeugt uns noch. Wir müssen einen Ausgang finden. Wieso dieses Mal? Schnell. Ich sehe keinen Mut. Ah, kein Beta-ZTV. Runter. Schnell. Es kann nicht wieder. Ich schwörst. Schnapp ihn. Was der? Überlass ihn mir. Das sind keine Bienenzüchter. Hättest du dir früher überlegen wollen, bevor du uns beklaut hast. Oh, nein. Oh, boy. So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Wo dein Mädchen denn entkommen? Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie. Wir müssen hier weg. Oh, die sind ja mal komplett ungechillt, ey. Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Hohnen? Wir werden uns töten. Nein. Kein Sneaker-Tick? Geil. Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße. Nein. Fuck you, Matthi. Matthi. Was seid ihr für Bienzüchter, Alter? Vielleicht hat er welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich. Er geht nicht weg. Ich weiß nicht. Was soll's. Der Werkzeugkasten. Wacht gerade. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Wer ist der allein? Sie haben uns gesehen. Sag, er versteckt sich dahin. Was? Wie so ein Kult, aber hallo. Okay, da musste ich ja eher einen Stein schmeißen und nicht mit der Schleuder. Ne, die Schleuder ist leider nicht die geupgradete Schleuder aus Teil 1. Aber, ich muss sagen, gefällt mir irgendwie schon jetzt für den Anfang besser als der erste Teil. Teilweise. So von der Aufbau, von der Cinematik und wirkt alles ein bisschen. Ein Cleaner. Was soll's. Der geht nicht weg. Ich mach schon. Der Werkzeugkasten. Macht krach. Wir kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten. Doch spinnen. So. Versteckt sich hier noch jemand? Schnell jetzt. Auch die Grafik wirkt natürlich deutlich, äh, stimmiger. Und hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Die Musik gefällt mir auch schon besser. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Thomas! Bewegt deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort. Ah. Ich mache die Scheiße aus dir raus. Der Kleine. Oh nein. Ihr lebt so nah. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Los. Hoch da. Schon dabei. Aber die wissen, wer er ist. Die suchen den ja, ne? Versuchen wir es mal hier. Aber wenn haben sie die hier? Halt, warte. Hört ihr die Fliegen um euch herum, Sohn? Honigdealer, ja. Die haben den guten Stoff, die Honigdealer. Ach ja, nur fast, ja? Nur fast. So, guten Tag. Bats. Die sind nicht um mich rum, sondern in mir. Oh nein. Hol die raus aus dir. Ladezeiten schmecken aber wieder mal. Nur fast gesehen. Ja. So nenne ich das auch, wenn ich fast gesehen werde. Ciao, Malte. Ratten und nun Bienen. Stimmt. Die neue Flage, die Bienen, Leute. Ich bin auf dem Weg. Nichts. Schöne. Und dann. Ah. 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 wir kriegen werden zwei töpfe mit dem topf ich hab ne axt ich hab ne axt und die axt macht bumm zack zack nicht so viel bienenstoff schnüffeln junge ich hab ne ratten an mir mach das mal so aber sei ganz vorsichtig Ugo geh durch bitte nicht entdecken lassen dann los Ugo aber du kannst sie jetzt aufmachen ja sehr gut wo sind sie haben sie den Ort gefunden ich weiß nicht der ist der Chef wenn du mich fragst so nah ist was gehört er zu denen oh Donkey ja na toll das Tor da hinten versuchen wir es nicht die Tür? ok oh poor Crip rauf bitte du warst Vaters größter Fehler aber ich bieg das wieder grad was Ugo bleib hinter mir wer seid ihr? ist doch egal wir gehen jetzt lasst den Jungen los hast du gehört Remy? seid ihr etwa auch Diebe? nein wir sind grad angekommen er ist unseretwegen zu spät hier gewesen wieso seid ihr überhaupt hier? Remy du regelst das und enttäuscht mich nicht verstanden? aber der Junge ist immerhin schon alt genug ihr seid selbst schuld du willst das nicht tun glaub mir du redest zu viel Bats ja man oh 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 ok schönen anfangen Jo alter ist das ein Phönix oder was? Ratten so da ist der zweite im Chat wenn die Ratten Menschen zerknabbern will ich das Ratten-Nom da haben was Tarek grad geputzt hat super Builders ja das ist auch eine gute Kombo oh wo ist Nerni jetzt angespült kommen? Amicia? Amicia? tu mir nicht weh ja lieber Phönix du mir nicht weh wo sind wir? Aua es geht wieder los ich brauche Hilfe oha warte warte auf mich also schön ist es ne? wo ist Amicia? ja schön ist das würde ich sagen schön ist das würde ich sagen Admin Admin eh Stakes wahrscheinlich musst du reloaden macht den Foto Modus stimmt es gibt ja Foto Modus das Ding ist halt on stream sowas zu machen ist halt ist halt doof auch wenn ich Spaß dran habe weil ist halt nicht so wirklich spannend für die Leute so ne cooles Foto geschossen wo willst du hin? ich muss zurück ich muss zu Amicia und Mama das macht doch vielleicht weiß er wo sie sind ja vielleicht hier das sieht eher nach dem Traum aus ne aber ein schöner Traum was? wo bin ich hier? Amicia? Mama? Lukas? wo seid ihr? mir geht's schlecht nicht nein er kriegt Panik ja ich weiß ich weiß Gleisgremette Golf bitte bitte hör auf zu schreien und hilf mir hilf mir hilf mir such sie ah ja nein nicht das lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe hör auf zu schreien ja kann ich nur zustimmen ich komm ja Junge Mann alter lass doch sein dem Migräne Mann der Junge hat Migräne Vogel ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich will nicht sterben es geht wieder weg es ist das Wasser du hast mich gerettet Dankeschön ich komme wieder ja mit einem Freund der Phönix kann heilen ja scheint so ne wenn man badet bekommen wir keine Krankheiten lebensweise sieh an wer wach ist gut geschlafen ich hab was geträumt wo sind wir war es wieder dein Traum von der Insel ja ich ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet aber was ist passiert Amicia auf dem Hof wir haben am Fluss gespielt weißt du noch du wurdest plötzlich sehr müde deswegen sehr müde habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen geile Kutsche ja ne du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut aber Amicia es war eine lange Reise Übung also sehr sehr stimmige Atmosphäre muss ich sagen bisher dort lassen wir nach dir sehen wir treffen einen bedeutenden Alchemisten ein Mitglied des Ordens sie kennen die Makula sehr gut sie erforschen sie seit Jahrhunderten und trotzdem haben sie uns in Güyen nicht geholfen wir mussten fliehen sie wussten nicht dass uns die Inquisition verfolgen würde nun werden sie uns willkommen heißen hoffen wir dass sich unser Besuch dort lohnt das wird er die Makula ist nicht nur in Nugos Blut sie betrifft uns alle und sie kann alles verändern sehr schön muss sagen atmosphärisch gefällt mir das Spiel jetzt schon deutlich besser als Teil 1 also irgendwie fühle ich es mehr grad im Mittelalter zu sein und so weiter weiß auch nicht warum mal sehen vielleicht liegt es an den guten Vibes und an den Fuchsmädchen ist alles in Ordnung? wir suchen ein Mädchen und einen Jungen komisch kennen wir nicht sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück nach einem Streit wurden Männer getötet der Junge hat wohl alles gesehen oh das ist furchtbar ich hoffe ihr findet die Missetäter das hoffe ich auch es waren meine Neffen oh wir müssen sofort weg ja verzeihung es liegt noch ein weiter Weg vor uns hallo wir brauchen nicht lang der Junge sie sind es komm her nein warte du halte Karren auf mach sie mich denn wischen ah ja ja ich weiß dass du da eben so bist zeig dich meine Schleuder ist noch im Wagen weiter bleib unten sie muss auch hier sein auf und auf halten lasst uns auch die Felder durchsuchen ja geht nur k ok haben sich echt gescheitert ja merkt man man merkt dass das Production Value deutlich höher ist als der erste Teil weil der erste Teil war ja nur ein kleines Studio aber durch den Erfolg haben die ja dann deutlich größer und krasser gemacht gut sie sind wohl bergab gegangen das sei schnell und unauffällig vorsicht du schaffst das sie haben Matthias und Remi restlos verschlungen wie töten wir diese Monster hacken wir in die Köpfe ab zur Not rufen wir einen Priester zur Not holen wir einen Priester und vergeben unsere Sünden oh guten Tag ahm alter oh ich lebe noch seit wann überlebe ich zwei Hits Bruder hier geht es nicht weiter alter hat Visco diese Map gebaut die Begleitung dankeschön für den dritten Monat das ist neuer scheiß auf deinen Sohn Junge der wollte mich oh ja jo wie geil oder was wie geht wo 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 Batsch, Junge! Fühlt den Soundtrack! Alter, wie geil! Die Atmosphäre ist ja illegal, die Atmosphäre ist geil! Der Soundtrack, wer erinnert sich an den Soundtrack auch gerade an Witcher? Junge, das hat solche Witcher-Feelings, dieser Soundtrack! Der Soundtrack, wer erinnert sich an den Soundtrack? Der Soundtrack, wer erinnert sich an den Soundtrack? Aua! 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 Okay. Da sieht schmerzhaft aus. Ja. Oh, okay. Ooh. Oh, okay. Okay. There we go. Okay. Batsch, Junge. Batsch, Junge. Batsch, Junge. Batsch, Junge. Batsch, Junge. Ja, Mann. Geiles Intro. Geile Atmosphäre, geile Musik. Stimmig. Mega stimmig. Geil. Genau sowas liebe ich. Ey, ey, ey. Im Prinzip ist das wie The Last of Us im Mittelalter. Ein bisschen The Last of Us und ein bisschen Mittelalter, ne? Und ein paar Rotten. Ey, die Grafik ist so ein Level-Up im Vergleich zu Teil 1, ne? Auch das ganze Setting, die Städte. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Ugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Senior. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Chateau d'Aumbrache. Ja. Toll, dass Sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns eure Majestät erlauben, ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Will, gleich, schweig! Siehst aus den Flüssen! Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles! Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles! Dann los! Alter, die Städter sind auch cool gemacht, ne? Hallo, Schweinchen! Oik, oik! Wir hatten das Fleisch! Kommt und probiert! Ja, damit! Yeah! Oh, das riecht so gut! Hey, na komm! Probier ein Stückchen! Nur zu! Oh, lecker! Schmeckt's? Ja, aber... Das ist kein Schweinchen, oder? Ähm... Na los! Schauen wir uns mal um! Ja! Nein, ist kein Schwein! Oh, ganz! Quack! Quack! Honk! Ich habe gehört, dass die Erde hier manchmal rot ist. Honk! Sie nennen diese Farbe Ocker. Das war gut! Jetzt habe ich Hunger! Gehen wir lieber, bevor du mehr willst! Rattenfleische! Wer gehört? Wer gehört? Graf Victor von Arl heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen! Honk! Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her! Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels! Morgen findet der langersehnte Rindermarkt statt! Kommt alle zur Auktion! Graf Victor von Arl wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt! Dankeschön! Das sollte ich mir ansehen! Unsere Vorräte gehen zur Neige! Hm! Das sollte ich bei Anno auch immer! Okay, wir haben zwei Wege! Ein günstiges! Ich nähe dir eins! Hallo, Molloll! Ganz schön viel Fisch! Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen! Oh ja! Kaufen wir ganz viel! Die Fischauktion beginnt bald! Nimmst du nicht teil! Nein! Ich bin wegen der Vieh-Ausstellung morgen hier! Aha! Der hat doch schon viel! Der hat doch schon Fisch schon vor seiner Theke! Ich erlebe mein Setup findest du in den Twitch-Infos oder mit Ausrufezeichen-Setup! Ende! Ende! Quack! Quack, 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 quack! Hast du gesehen? Boss, die Leute hier! Sie sind glücklich! Ah! Ja, stimmt! Sieh nur, da oben! Das Haus mit der Wetterfahne! Das ist unser Haus! Oh! Genau über dem Markt! Ja! Der Ausblick wird fantastisch! Bürsten und Kämme aus Florenz! Probiert sie aus! Mademoiselle! Wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so! Oh, wunderbar! Das Haar einer Frau ist die natürliche Krone! Schön gesagt! Dein Haar ist hübsch so! Danke vielmals, mein Herr! Ey, sehr lebendige Stadt, muss ich sagen! Sehr gut gemacht! Wirklich sehr schön gemacht! Oh, Hogo, Alter! Hogo hat kein Chill! Hogo hat einfach kein Chill! Er ist dead! Er ist dead! Sieh mal, die Farben! Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann! Sieh mal! Blumen! Rösserkräuter! Salben! Nicht nur an einem! Oh! Ringelblumen! Primmeln! Na, du kennst dein Herbarium gut! Nur Blumen! Hat Mama mir beigebracht! Die waren in einem Buch drin! Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir flippen sie lieber selbst! Das ist eher unser Ding! Ich verstehe! Viel Spaß! Ja, komm! Sehen wir uns den Rest an! Klar! Risch aus Korsga! Heute Morgen gefangen! Aha! Auf vier Kisten gibt es eine fünfte Grafnis dazu! Komm! Spielt kostenlos! Der Graf von Aal lädt alle Gäste ab! Nein! Ein Spiel! Wie wär's Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin! Bin buena, aber so was waren! Also gut! Wie geht das Spiel? Ihr habt vier Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen! Verstanden? Würfel! Ach, da hinten! Okay! Bereit? Wie früher auf dem Romeo, Hermesia! Kinderspiel! Ähm! Los! Ach so! Da hinten das Ding! So! Nicht aufheben! Oh, ein paar sind stehen geblieben! Gut getroffen! Natürlich! Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser! Und das ganz ohne Schleuder! Hm! Lass langsam los! Danke! Wiedersehen! Neue Erinnerung! Die beste Spielerin! Huh! Okay! Das ist ja mal cool! So die mit der Zeichnung und so weiter! Das ist ja nice! Die Erinnerung hier! Okay! Cheater benutzt eben auch der A-Assist! Gar nicht wahr! Komplett ohne A-Assist! Wo ist der Preis? Wir wurden gescampt! Hab nix gewonnen! Hmm! Gehen wir zu unserem Haus! Es sollte gleich da oben sein! Oh! Wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm! Ich weiß nicht! Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen! Ja! Ich mag es hier! Ich auch! Oh! Das gibt... Oh! Ich kann nicht sehen! Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja! Bitte! Hoch mit dir! Na, alles klar da oben? Ja! Ich kann alles sehen! Ja! Klasse! Klasse! Die Musik ist komisch! Ja! Klingt aber toll! Sie sind echt gut! Jetzt kurz frechweiß, wenn ich so komme beim Feuer spucker! An die brennende Wiese gerade, oder? So, junger Mann! Sehen wir uns das Haus an! Oh! Schon? Ja! Mutter wartet sicher schon auf uns! Ich würde gerne noch bleiben! Wir kommen wieder! Oh! Wieder den Kopf umfasst! Die wichtigste aller Fragen, auf welcher Plattform wird gespielt? Die Worte hier! Chat! Ich darf das Haus sehen! Yo! Ich hoffe nur, es gibt echte Betten! Hoffentlich sehe ich den Markt! Kommt Zimmer aus! Du bekommst das Königszimmer! Natürlich! Ja, hier hat man bestimmt gute Stadtsicht, oder? Aber ich muss sagen, atmosphärisch haben die dieses Spiel echt gut hingekriegt! Der Tag war ganz schön lang! Dabei wirkte Teil 1, hatte gefühlt so eine leere Welt, weil wir einfach nicht so viel mit Städten gemacht haben. Diesmal fühlt sich das deutlich lebendiger als. Mh... Yes, machen doch ein bisschen was! Yes, stimmt! Becky macht ja ein bisschen was für Playstation auf Twitch! Das weiß ich! Die liebe Becky! Hallo, Orwus! Wie geht's? Wie steht's? Ich hab' einfach alles! Stimmt! Wir müssen unbedingt zusammen hin! Klar! Wir brauchen frische Pflanzen! Sieh mal! Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause! Ja! Zuhause! Das hab' ich schon lang nicht mehr gesagt! Hm... Ich mag es hier! Ich bin jetzt der Zappbombe! Ey, Scheiße! Ich bin nicht müde! Klar! Sehen wir uns drinnen! Nachgang gleich gut, selber! Natürlich! Ich freu' mich, das Spiel zu spielen und gefällt mir jetzt schon direkt nach dem Anfang mega gut und schon besser als der erste Teil! Sieht ruhig aus! Und hier ist es kühler! Schön! Wollen wir reingehen? Rock Royer, wie soll man CEO Thieves auf PS5 rausbringen, wenn Microsoft die Rechte dran hat? Wir sind da, Ugo! Unser neues Zuhause! Sehen wir es uns an? Ja! Na gut, wir machen es später! Mutter, wo ist Ugos Zimmer? Er ist todmüde! Oben rechts! Das Bett ist gemacht! Danke! Na komm, du Schlafmütze! So, klein Ugo mal ins Bettchen bringen! Hormonus in Vordern ist aktiv, das ist schön! Du musst mitkommen, Messia! Wohin? Zur Insel! Du wirst dort auch geheilt! Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön! Das wird es! Stan ist schon ein guter Partner, hat eine 4090 und zockt auf der PS5. Das stimmt! Ne? Ich könnte das auf dem Rechner zocken, in 4K oder sonst was. Und zockt trotzdem auf dem. Loyal wie sonst was. Echt mal. Echt mal, Chat. Jetzt hört auf, Playstation zu belagern. Seid froh, dass sie nun nicht immer die ganze Zeit mit Ja antworten. Das wäre die perfekte Rache gewesen. Ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hallo, Mandy. Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten. Amicia. Amicia. Hatte er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia. Suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudan. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Der Menschen, sie alle hört es in der Auswahl, dass die Stimmung des Spiels kaputt macht. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudan ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott. Der Soundtrack ist echt nice. Junge, das will ich nachts hören, wenn ich einschlafe. Den Menschen, danke schön für den sechsten Monat. Skaliva, danke schön auch für den fünften Monat. Kus geht raus. Ich glaube, er ist bloß unausdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Äh, hallo? Verzeihung. Wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudan finden können? Ich kenne Monsieur Vaudan, aber kein Magister. Versucht es auf der Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Vaudan, okay. Dann trinken wir ein Bourbon. Hm. Am Floristen vorbeigekommen. Erinnerst du dich wirklich, wo dieser Florist ist? Ja. Vielleicht sollten wir fragen. Nein, schaffe ich im First Try. Bam. Hallo? Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blut? Stan, mein Lieber, ich muss auch sagen, sonst werde ich zu sehr gespoilert. Viel Spaß euch noch. Lieber Shetty, ihr seid wunderbar umarmen können euch. Dankeschön, Playstation. Viel Spaß noch. Wir lesen uns auf Twitter oder vielleicht nochmal auf Twitch. Schau gerne öfters vorbei. Wird mich freuen. Gleich bei Kato4. Wobei, wir haben ja auch noch so viele andere Games für uns. Da kommen ja noch so viele. Resident Evil 8 DLC. Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Ich finde die Blumenwändlerin. Dann haben wir. Ich bin der Mann der Blumenwändlerin. Braunes Tunika. Hier ist was braunes, aber ist kein Mann. Hier ist braun, aber ist wohl egal. Junge, dieser Flötenboy da hinten. Irgendwann stecke ich die Flöte in den Rachen rein. Braune Tunika. Was hat das wohl für einen Geschmack? Ey, die Atmosphäre und Details in dem Spiel sind wirklich Bombe. I like. Und wie ist das Spiel so? Lasse, sehr, sehr nice. Nochmal ein richtiges Level ab zum ersten Teil. Mann, hier gibt es so viele braune Tunikas, ey. Da. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudan. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hört zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Schnack. Ups. Gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Erreiche die Arena. Abfahrt. Äh, Kajal, überall. Ist auf Switch. Honk. 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 Dark, somit kommst du schon mit auf den dritten Platz der lustigsten Mops. Ist auch schon mal gut. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt. Entschuldige. Da ist deine Tür. Ja. Donkey. I, oh. Naja, Platz 1 und 2 machen immer noch Schubs unter. Äh, direkt, ne? Irgendwann mache ich ein Witze-Battle. Bereit das Gesetz zu brechen? Abfahrt. Komm schon. Ist das? Der Biss. Ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo. Wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudan. Wenn er nicht schon tot ist. Super, Loni. Dankeschön für den Trittspray. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem armen Viertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Schieber Rätsel. Genau wie bei Cratus. Er meidet wohl die Kranken. Lukas. Falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Geiler Lagerraum, Alter. Oh, hier liegen Äpfel. Kann man alles snacken. Bitte. Nichts. Stimm. Sch. Was jetzt? Wo ist er? Sprich. Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Du Stück. Er trägt am Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Gehen wir vorbei. Kein Mux. Tja. Imagine, Alter. Ein Helm anziehen und Amicia ist komplett machtlos. Das ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht eilend. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Vielleicht eine Ratte? Oh, Schett. Wenn gleich die Ratten kommt, bereitet eure Emotes vor. Oh, ich habe nichts gehört. Ein Arzt. Nein, dieser Bruder weiß, wie man sich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Mutter. Sie denken, er wäre Arzt. Na, klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel Unterhaltung, um die Leute zu heilen. Wir sind ja irrenatzt. Welchen Emote? Den Ratten Emote? Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Eichwissen. Irgendwer findet ihn schon. Der Hintergrund. Geh, geh, geh. Wow. Einmal Schuh lecken. Geh zur Seite, Juge. Geh zu. Komm. 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 Kein Wunder, dass du nur Soldat bist, ey. Ein Geräusch. Ein Geräusch. Vielleicht auch Manuel Neuer. Was? Oh. Hier sind drei Dringige. Wir wurden entdeckt. Egal. Sackgasse. 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 Aber. Ich hätte auch einfach hier lang gehen können. Können. Alarm. Alarm. Aua. Bamm. Aua. Bam. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. Da oben. Ich hätte eigentlich gesagt, da oben geklettern, aber... Ah! Okay, also doch, da oben ist eine Tür gewesen. Toll. Okay, da kommen wir weiter. Was macht ihr solchen Lärm? Gut, dass Lukas so unsichtbar ist. So, geht doch. Chillig. Schön den Pfad für den User abblocken. Finde ich... Jogi, wer hat hier geschüttet, ey? Wer hat hier ein Häufchen gelegt? Ohhhh... Bleh. Bleh. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben da mit Reichen transportiert. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Puh, er ist voller Leichen. Huch, sieh nicht hin. Nee. Ich schmeiß schon runter. Wart's? Hier, ich hab uns ein Go-Kart gebaut, Lukas. Alter. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. Im Guillem geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber... Sie wurden nicht mal gewählt. Das hätte auch nichts geändert. Hä? Kein Glück, dass es kein Geruchsgaming gibt. Meinst du, ein richtiges 4D-Feeling, ja? Das Schweinchen fotot da ganz normal. Wo ist der Kantenmaler, wenn man den braucht? Ne, ich denke schon, dass wir das hierhin brauchen. Oh nein, es frisst sie. Wir müssen hier raus. Da oben gehen wir. Das ist wegen gesponsert von Playstation 9. Ich spiele das ganz normal für mich. Aus eigenem Interesse, wie immer. Gehen wir schnell. Ich habe so viele Tote, als ob wir uns einen Schritt voraus wären. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Wir haben ein Messer. So, diese Messer müssen wir sparen, Chat. Nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Mit diesem Messer müssen wir 10 Truhen aufmachen. Ähnlich wie bei The Last of Us. Und von dem Messer gibt es knapp nur 10 oder 12. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Ja, hast du, hast du. Und schwer gibt es sogar die Hälfte der Anzahl, genau. Genau, und deswegen soll man nicht auch schwer am Anfang spielen, weil du von dem Messer nur 6 Stück findest und du somit nicht alle 10 Truhen geöffnet kriegst. Bisschen dumm, aber ja. Ich hätte gerne auch schwer gespielt, aber egal. Wir suchen nach einer meisten Misten und finden stattdessen einen Massenkrab. Aber alles gut, warten wir einfach auf den Tod. Was zur Hölle? Wer ist da? Ah, mein Fänglinge! Sie sehen mich! Nein, Messer wird nicht benutzt. Wir sind hier eine messerfreie Zone. Und sehen die Vorwärter aus. Nehmen alles mit, was ihr finden könnt. Abtrübende Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey! Hey! Jemand Luft auf gewartemem Vogel? Bogenschütze da oben. Vorsicht! Ich weiß, was ich mache. Krieg dich wieder ein. Hä? Ich bin ein wenig in der Schrift. Ich bin ein wenig in der Schrift. Halt, wer dir hier zu schnacken. Sie haben sich dahinter vertraut. Ich ernähre dir das. Vomögen! Hier ist er! Hm. Vomögen! Hohne die Arme wieder! Lukas, du machst das schon alleine, ne? Du machst das schon alleine, Lukas. Du machst das schon alleine, Lukas. Sie haben uns erwischt. Sie sind nicht mehr! Ah! wie keine steinschleuder ok das chaos beherrscht unser leben und sie gehören dazu aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht hast du ziemlich unauffällig gelöst tja lieber leben lassen amische es wird in drei fertigkeits typen abhängen von ihrem spielstil und verwenden werkzeug verbessert drücken um das menü zu schließen ok desto mehr ich sneaker desto mehr kriege ich das desto mehr ich alchemie mache das und mehr nahkampf mache dann das ok da das wäre ich dankeschön für vierten monat ich wieder mod keller ich glaube sie haben hier gewohnt natürlich sind alle erkrankt daran daran gewöhne ich mich nie musst du auch nicht bitte sagt mir dass es hier ist also hier ist nix toll moin jordan wie geht es jetzt sollte man davon den ersten teils spiel schon ein bisschen ja baut natürlich darauf auf man wird wahrscheinlich auch ohne verstehen aber besser ist natürlich das ganze zu können muss ich im nächsten raum ist warum ist schon zu weit auch hier hier wo akademie wo akademie dass du auf dich aufpasst das werde ich ein sommer dankeschön für den sechsten monat gut gemacht überhaupt nicht gut neue erinnerung die frage ist wird dass die ratten aufhalten das weiß ich noch nicht wir haben noch keine gesehen wenn sie hier sind sie verstecken sich vor der sonne und warten das sind die slums alter eine ganze stadt nicht leicht dorthin zu kommen es ist der orden ein hochrangiger magister würde wohl im hohen turm leben oder gehen wir einfach hin grafik ist schon krass ja und die atmosphäre auch am besten hier dreht den sound voll auf leute naja schwarzer pest durch ratten klar ja Hallo, Stace. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Raten! Shit! Ihr seid da! Was ist das? Sie sind hier. Nicht die Fassel fallen lassen. Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun. Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig. Im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Oh, da kommt es in der Beersatz. Oh, 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 no. Holy shit, was? Siehst du einen Ausweg? Nein, es ist zu dunkel. Komm, schnell. Mach zu. Hilf mir. Als ob das reicht, Alter. Halt, du. Nein, nein. Das war's. Nein. Wir haben Licht. Noch sind wir sicher. Wir sind sicher. Alles gut. Ruhig bleiben. Da sind meine Zuschauer, wenn ich Fortnite-Drops und Codes habe. Die Ratten haben Upgrades. Der Ratten haben Upgrades. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Ich versuche mein Bestes. Wir können diese Wand hochklettern. Aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ja, ist das eine Anspielung, dass wir Fackel immer zurücklassen müssen? Stock. Jason, viel Spaß. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. So. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gut. Noch ein Feuer. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Ja. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ey. Wir können es... Ich sehe es. Man kann Stücke schmeißen. Sehr gut. Gehen wir schnell. So. Reine weiß. Ne, Luca. Ab und zu. Dann muss man die auch fallen lassen, um andere Sachen aufzunehmen. Diesmal gibt es zwei Millionen Ratten in dem Spiel, Alter. Ist ja noch schlimmer als im ersten Teil. Echt, Lukas. Atme schneller. Das war's mit Lukas. Das war's mit Lukas. Nein. Nein, ich bin umzängelt. Die Leiter. Kletter hoch. Schnell. Ja. Dann muss man endlich mehr passieren. Ich muss Hilfe. Ich bin hinter mir her. Bleib ruhig. Noch ist alles gut. Ja. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Aber die Rachen haben sie gerade aufgelöst. Ja. Okay. Kann ich noch nicht hochklettern, weil ich Lukas retten muss. Entspannende, Junge. Fangstock. Fangstock. Werbung, okay. Sagt ruhig immer. So. Hoch mit uns. Komm her, Lukas. Komm mit. Dankeschön. Komm in dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen. Ich kann es kaum erwarten, Magister Boudos Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Sicher, sicher. Oh nein. Schon wieder runter? Ja. Ab in den Keller, Junge. Nein. Und Ugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Echt mal. Aber wir müssen trotzdem wieder runter in den Mordgeller. Hab was vergessen. Nein. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Alter, Lukas. Wieso hört er sich so begeistert an? Oh, geil. Noch warm. Oh, Alter. War mit der Leiche. Ist aber noch schön kräftig warm, Alter. Gute Temperatur. Ist das ein Mammut? In der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Lukas. Was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant. Aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur, die Zähne. Einfach. Unglaublich. Komm zurück, Lisa. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Was ist denn mit Hugo schon wieder? Ja, die Makula hat ihm wieder ein bisschen befallen. Und deswegen ist er jetzt ein bisschen außer Gefecht. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie gewirkt. Eine Schwefel, eine Mine, eine Kurbel. Warte jetzt. Kuiiik. Kuiiik. Wow. Alles gut, Lisa. Oh nein, bitte nicht. Kult. Wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Echt mal. Eine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Hat er Alkohol gesagt? Die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Ja. Danke, Lukas. Gutes Game. Auf jeden Fall. Fängt jetzt auf jeden Fall schon echt gut an, finde ich. Junge, dieses... Hintergrund. Nee, nicht so, ne? Das werden sie mögen. Ja. Schön, Schinken. Können jetzt auch Wände hochklettern. Reep, Alter. Vielleicht haben die das auch nicht. Ich weiß, wo die gelagert war, ey. Alkohol. Alkohol. Okay, wir haben wieder Ressourcen, die wir farmen müssen. Die Dinger haben dazugehört, ja. Die Ratten haben Level Up. Sind auch, äh, haben sich hochgeskillt. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hat dich schon vergessen. Boah. Amicia, es sind noch sechs Monate her. Es ist sechs Monate her, wo du etwas benutzt hast. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Weißt du? Vor sechs Monaten hat die Ignifer benutzt, ganze Zeit, um zu überleben. Mit dem größten Schrecken und Alter, um die in ihrem Leben, die es je gemacht hat. Sechs Monate später. Oh. Wie geht das denn nochmal? Er bleibt nicht oben. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. Hallo, Brudi. Junge, was willst du denn sonst? Amusiere ich mich gerade, oder was? So, das schieben wir hier drauf. Ja, mach ruhig wieder. Komm, lass dich, roter Junge. Hä? Halte gedrückt. Mach ich doch. Wow. So viel dazu. Okay, runter. Oh, Amicia, Mann. Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten. Und Söldner. Hey. Eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Hey, Schwefel. Schwefel. Wie praktisch. Das ist eine gute Nachricht. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Müscht sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Okay. Ah, da. Okay. Zack. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow. Was zur Hölle. Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Erefer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Wo waren noch mehr Kurbeln? Okay. War zumindest schon mal offen, ne? So. Da waren wir. Dann gehen wir da runter. Lukas ist so entspannt, ja? Lukas ist voll gechillt, Alter. Weißt du? Zwölf Jahre alt. Komplett mega gechillt. So. Ja. Chill mal, Alter. Wir nutzen doch das da. Okay. Ja. Guck mal. Ignifer. Hui. Ja. Und Amisia. Panik, Panik, Panik. Uiigo, Uiigo, Uiigo. Was soll's? Bringen dir Licht ins Dunkel. Ha. Licht ins Dunkel, weißt du? jeder effekt mit einem topf kombiniert werden halter gedrückt und auszurufen wir haben jetzt schon brandbomben die idee war großartig kinderspiel man braucht nur einen topf lukas körper lukas es tut mir leid du musst sterben er ist pepsi da waren doch noch mehr kurbeln sehen wir uns um gar nicht ja schön schweiß erst machen wir das da so lukas jetzt bleibt auch da so ressourcen nehmen wir immer gerne mit wieso kann ich so gut werfen im ersten teil geübt im ersten teil hat er alles abgeworfen was es gab eine fliege von der luft hat das ding ist zu schwer dafür gibt es auf der anderen seite eine kurbel man braucht zwei leute na gut bleib du hier ich übernehme die andere ja hätte ich gewusst dass die welt wieder in sich zusammenbricht so so viele kriege wahrscheinlich war ich für die zuschauer in der arena wir soffen wird immer egal in welchen zeit dann machen wir das ding runter brandbombe ja ne wahrscheinlich brandbombe so haben wir warte erstmal alkohol mitnehmen und schwefel kurbel kurbel wie auf dein signal was soll ich machen komm ran jungen stabil stabil nabil aber hat mich angst vor menschen die nicht das beginnt wieder verstehst du was das bedeutet aber wir haben es schon mal überstanden du hast ihre angriffe gesehen ihre bewegungen sie sind schneller wenn die da schlauer aber wir haben es geschafft gerade so finden wir magister mit dem ordner an unserer seite sind wir in diesem kampf nicht mehr allein na hoffentlich hast du recht so brett inkommen leute das war doch mal bitte sag mir dass wir näher dran sind da 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 ja aber nicht krass nicht sonderlich krass muss ich sagen was geht es in dem spiel um die rattenklage im mittelalter mehr oder weniger bloß ein paar fantasie elemente wie rednados dieser ort war eigentlich recht schön vor dem bis ja ein gemüsegarten ruf sie nur hey was machst du da der besitzer wird sie nicht wachsen sehen ügo wird begeistert sein ins haar wie früher steht dir gut danke 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 ja ja hier runter so ich frage mich wie der graf der provenz dieses chaos bereinigen will die leute denken wohl es kümmert ihn nicht seine armee regiert für ihn er ist verliebt vielleicht im mädchen bis ganze zeit unterwegs an alicia ist amicia ist ja auch eine ganz hübsche kann man nicht anders sagen und er ist jeden tag mit ihr unterwegs und so was ist das ist das ein messer warum kann ich das messer nicht kann man kann man nur ein messer mitnehmen ne 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 oder mach doch kein ne weil er nur eins tragen kann aber das äh 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 okay wenn wenn ich dann an welchen vorbeilaufen die ich nicht mal benutzen kann mitnehmen kann ist das natürlich kacke wenn man spielst du fort nicht mehr sagen wir doch schon zum beispiel um sechs stunden heute fort nicht gespielt zehn minuten bis black adam in zehn minuten kriege black adam freigestellt fast geschafft blieb ist vorbei gelaufen an den secret chest ne ne besser nicht wenn der orden diese macht noch besitzt kann er ügo vielleicht retten okay warum wird die musik hier so düster also wir warten bis arno kommt um ihn rauszuholen deine männer sollen sich bereit machen den turm zu stürmen hast du gehört männer sind verschwunden irgendwas geht hier vor sich ja wir warten wir warten sind hungrig deine entscheidung er ist wirklich im turm service boy dankeschön für den fünften monat wir müssen magister boden da rausholen bevor ihr anführer kommt los oh boah oh 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 okay erstmal vogenschützen aus so die frage ist was killen wir zuerst angriff oder stealth Ich glaube, Stealth ist eigentlich besser, ne? Ja, aber komme ich da überhaupt hoch, wo der Boy steht? Ja, komme ich hier. Ja, mit der Morgen kann man die angeblich kaufen, ne? Morgen die J-Edition. Gab es auch eine Uhrzeit? Wann? Heute schon. Alkohol ist voll. Dann machen wir ein bisschen. Zack. Okay. Das wäre knapp gewesen. So. Stealth, Zwiebel. Nein, was geht? Arzt. Okay. Einer gebackpfeift. Sehr gut. Und Plaguecrick. Ja, definitiv Level Up zu Teil 1 auch noch. Ja. Wir müssen fliehen. Arno, mit ein Schraub haben wir nicht. So wird erst nie Herrschaft. Nein. Mm-hmm. Mmh. Mmh. Nee. Hey du, was ist los? Wer ist dort? Was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? So, tschüss, okay, aber der hat einen Helm, oh nein, der hat einen Helm, wie wollen wir den denn kaputt machen? Der brennt, ne, also Amicia ist zwar jetzt ein bisschen stärker geworden im Vergleich zum ersten Teil, aber Soldaten mit Helm sind immer noch unsterblich. Okay, der hat auch schon eine Fackel gefunden, toll, Alter. Die soll hier mit Stöcher rumlaufen? Ja, okay. Okay, die Wachen sind smart, die haben dazugelernt, die holen jetzt Fackeln. Ne. Wie kommen wir da weiter? Alter, das war auch schon echt scheiße, dass so früh Gegner mit Helmen auftauchen, ne? Schon hart rumführen. Oh, oh. So. Hä? Oh Gott. Immerhin sind sie schnell. Ein Fall daneben verletzt uns auch tatsächlich. Es ist quasi wie so ein HP wurde abgezogen, der Fall, der nicht gehittet hat. Aber, ne, man verliert trotzdem die HP. Weil der zweite Fall, der dich hittet, der killt dich dann. Wo ist der Feile, Boy? Hm. Okay, da ist ein Stock, aber die Zyken nerven mich gerade. Hey, Junge. Ich renne hier wie ein Ochse. So, einmal geflatscht. So. Später kommen bestimmt Gegner mit Ganzkörperrüstung, ja, ja, ja. Alter, die sind aber schnell, muss man sagen, ne? Ich hätte nie gedacht, dass die Wachen so flott sind. Sind die so schnell? Die Musik ist cool. Ja, die Musik ist auch mega nice, äh, Zwiebel. Hat ein bisschen was von Witcher 3-Vibes. Besonders beim Intro. Wenn später die Witz sagt, wirst du merken, was ich meine. Hm. 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 Okay. Wir schnappen uns den Stock. Und gehen dann zu der Laterne hin. Nein, 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 nein. Junge, und die Typen mit Helm kann ich niemals self-killen, ne? Ich kann denen zwar eine Flatschen mit denen, mit der Schleuder, aber ich glaube, ich kann denen nicht self-killen. Hallo Gurke. Und Star-Look. Ne, man kann denen nicht self-killen, man kann denen nur einen Flatschen. Na, warte, will ich euch erwischen. Toll. Hm. Das heißt, die sind jetzt unsterblich? Bleib weg. Geräusche, wuhu. Ihr könnt euch nicht ewig verstritten. Hm. Versuchen wir den Bogenschützen rauszunehmen. Wir ab und zu mal da rumläufen. Tja. Bogenschützen haben wir. Man, die Stelle ist aber kacke. Die Stelle ist aber echt kacke. Wie soll ich an denen vorbeikommen? Vor allen Dingen, wenn er eine Fackel trägt. Wow, Alter. Welcher Arsch dreht sich direkt kurz vor der Treppe nochmal um, Alter? Ich schnapp mir jetzt einen Stock. Und dann gehe ich einfach, okay? So. Aber der eine hat ja auch eine Fackel, ne? So. Ja, da kommt jetzt der Typ mit der Fackel an. So. Kann er auch mal seine Fackel fallen lassen? Das wäre auch gut. So. Haben wir. Ja, komm nochmal. Zack. Wieder eine geflatscht. So. Immer schön flatschen. Ach, das mit dem Messer haben die echt scheiße gemacht. Ich empfiehlt so wenig Messer. Lord John. Hi. Sehr gegrüßt. Komm mal rein. verdammt. 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 Okay. Nee, du kommst hier eh nicht weiter Du kommst nicht weiter Dein Boy hier kommt weiter Die Stelle ist doof Die Stelle ist doof Ach komm, ich flatsche dir einmal Ups So Flatschen ist da Wie viel der einfach schon auf die Fresse kriegt, ey Immer patsch, patsch, alter Oh no Oh no, warte, 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 warte Äh, zack Igni Äh, nee Er verfolgt uns wie so ein scheiß Terminator Hm, der ist unangenehm Kannst du ihn anzünden? Vielleicht Im ersten Teil konnte man keinen anzünden Deswegen, ich würde es vielleicht nicht probieren Aber hier liegt schon mal ein toter Bogenschütze Keine Sorge Puh So, da hängt ein Stück Fleisch Das ist doch praktisch Immer noch Ratten Hier das ganze Spiel wird mit Ratten sein Wo ist der letzte Checkpoint? Ach, Gott sei Dank Gott sei Dank Oh Gelobet seien die Checkpoint-Götter Ah, das wäre so mies gewesen Wenn ich die ganze Passage neu machen musste Da läuft der Typ mit der Fackel immer noch rum Aber ey, dass die Blümchen im Haar ist immer noch da Stellen wir noch ein bisschen was her Ja, nein, warum nicht Dann können wir uns doch ein bisschen Alkohol mitnehmen So Okay, schön, dass wir jetzt hier unten sind Was sollen wir hier unten? Da kommen wir ja genau da, wo wir hergekommen sind Okay Passt Da kommen wir nicht weiter Außer da hinten Binden Kann ich das anzünden Aber ist Das auch richtig? Das weiß ich gerade nicht So Okay Okay, okay, okay Chillig Ähm So Da ist ein Kelch Irgendwo Stöcke Irgendwo Stock Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da hin muss Aber nur eine Vorstellung Ich meine so eine doppelflügige Tür und so Was haben wir da? Oh, ich meine eine gute Truhe, ne? Oh, wow 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 Ich überhaupt nicht Hat sich überhaupt nicht gewirft Okay, dann machen wir einfach mal das hier Eins Zwei Freddy kommt vorbei Okay Okay Passage Ist da Ist mir gerade Echt gesagt Bist du viel fackeln Am besten gar nicht, Junge Ich hoffe hier gar nicht hin Ich bin hier busy Ne Überall Viecher Du läufst da rum Hier sind Stöcke Okay Hier waren wir ja, ne? An dieser Stelle waren wir Röcke Nö Ne, 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 ne Da sind nicht wir Das, ne, ne, ne Das siehst du falsch Das siehst du komplett falsch Das ist und der zettel waren welche städte hier hier nicht irgendwie ist die stelle doof gerade oder die suche ja ich fühle es gerade das dauert definitiv zu lange nur um da hinten durch zu gehen habe ich hier gefühlt 10.000 wege hallo mal und willkommen zurück vielleicht fackelt abschießen das ging noch nie eigentlich muss ich da irgendwie mit einem stock wahrscheinlich einfach durchgehen ich meine ansonsten ist die tür frei könnten sich der gröden verstecken leider können wir dennoch nicht irgendwie stealth killen leider rechts so just wo also auch ein topf mit lumiose stimmt ja stimmt ja wahrscheinlich muss ich einfach einen topf da hinschmeißen hat das mir das mir zu der easy irgendwie das ist mir irgendwie zu easy so durch aber zwei wie es so einfach da gab es bestimmte anderen weg die ist voll fertig die vergangenen monaten nach allem was im gien geschehen ist ich hatte immer befürchtet dass es sich wiederholen würde aber alles war so schön und ruhig so friedlich also sagte ich zu ihm dass es vielleicht vorbei ist dass wahrscheinlich das schlimmste überstanden ist das haben wir alle gehofft aber was sollen wir ihm jetzt sagen dass die ratten wieder da sind dass ihr bis hunderte getötet hat dass die neue heimat die er so gern hat den tod geweiht ist dafür bin ich nicht bereit niemand wäre dafür bereit aber bald sind wir doch nicht mehr allein uns werden die besten alchemisten unterstützen gut gut guck mal die ordensloge anti bringen wir diesen magister wo dann zu go okay erreicher den südturm haben wir haben wir wie kommen wir nach oben ich sehe keine tür finde waudin waudin hört irgendwie nach gaudi gaudi an nusswücher hinter odin die reihenfolge der planeten stimmt aber nicht okay wie funktioniert das alles hallo yugi unter jeder glocke ein schluss ein einziger riesiger mechanismus wir haben aber keinen schlüssel der schlüssel setzt wohl die glocken in bewegung aber deine schleuder könnte reichen fangen wir links an alles klar von links nach rechts lautet die reihenfolge jupiter mars sonne venus und merkur das symbol für jupiter sieht aus wie ein z wie zeus das ist eine 3 das ist ein o das sind noch mehr os dann nehme ich mir das mal als z als letztes kommt merkur der gott des handels er kann anstab um den sich zwei schlangen wenden jupiter passt was jetzt rechts von jupiter ist mars der kriegsgott ein schild mit durchkreuztem speer ja das ist der erste planet rechts von der sonne das symbol ähnelt einer heizkette okay such nach einem kreis mit senkrechtem strich ja da ist ja auch viel zu easy wenn er das alles erklärt ne so und jetzt merkur und 40 das sind alle glaube ich mhm gut gemacht finden wir diesen also war ich eine fette steig junge ey imagine halt dass die dass jemand bauen musste ne diesen fetten mechanismus und story time magister vodan ich bin amicia der rum die tochter also deshalb ist diese meinte dort unten so still der orden war ziemlich beeindruckt von deinem kampf gegen die inquisition in gillian nun ich hatte keine andere war als beschützerin des trägers ist dies sogar deine bestimmung als was als beschützerin weißt du nicht um deine aufgabe moment ich bin und du ich bin lukas ebenfalls erchemist du bist ein lehrling weißt deine magistrat dass du dich so nennst wen kümmert das die makula ist wieder erwacht mein bruder braucht eure hilfe und die ratten sind bereits da zügle dein feuer beschützerin andere verbrannten darin nimm meine tasche sehen wir nach dem träger mhm ah die insel die insel die hugo von den hugo träumt ne hallo phoenix magister vodan wo ist der oben der ist ein arsch wie geht es dir ich hab Angst das ist magister vodan hallo hallo wir sollten umgehend beginnen ich brauche ruhe mutter überlässt das mir tada wir sind jetzt da wieder hingekommen naja zurück geht immer schneller als vorwärts leute bis zu dem turm brauchen wir 10 jahre und die kommen und stazieren da einfach so raus oh oh ich hab mein täschchen mit dabei was geht ich brauche ruhe die priester kann nicht die ruhe brauchen wenn die ein kind untersuchen lukas komm jetzt gleich komme ich habe ügo weinen gehört was ist er hat nicht gut reagiert er hat einen anfall was mutter du musst das beenden wir kennen den mann nicht amicia diese sache musste irgendwann geschehen und dieser mann ist ein ehrenhaftes hochrangiges mitglied der ältesten alchemistenschule der orden kennt die makula ügo ist nicht allein ich bin hier wir brauchen nachtschatten gegen das zittern und zwar so schnell wie möglich außerhalb der stadt findest du einen kräuterkundler er lebt am anderen ende des metzgerviertels ganz kurz vor dem wald du wirst ihn sehen natürlich ich komme mit hier bin ich ohnehin nutzlos oh jetzt wird's dreckig atmosphäre stimmt wieder fühlt sich recht mies nass an das fühlt sich wirklich mies nass an sehr schönes sounddesign muss ich auch sagen also soundeffekte der ganze regen die ganzen tropfen und so weiter man spürt sogar die regentropfen im controller auch sehr schön integriert es wird einfach immer schlimmer ich weiß du machst dir sorgen aber lass magister vodan ein bisschen zeit zeit wofür damit es ügo noch schlechter geht für seine tests er versteht etwas von seiner arbeit er ist der beste in seinem gebiet ach hör doch auf er behandelt meinen bruder wie ein tier nein wir brauchen eine andere lösung die die insel von der ügo träumt ein traum amicia was sollen wir damit anfangen bitte gib ihn einfach noch nicht auf mach ich nicht aber das reicht nicht mehr alle verschwunden naja bei dem regen würde ich auch nicht draußen rumstehen zumindest der flirten typ ist weg der ist abgesoffen unfassbar dass sie den zugang zur arena gesperrt haben was ist da passiert so unser tor müsste da drüben sein oh du stehst das heißt dass wir auf dem richtigen weg sind da ist es wach 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 ja gehen wir scheep sheep Oh no. vor allem die berge hat man ja auch gesehen ja so sahen die marktplätze damals aus quark metro gamer ja bestimmt wir sind noch nicht da und könnte es jetzt schon schlechter gehen wird schon alles gut schlägerei schlägerei hau drauf auf Du bist jetzt gestorben auf Befehl des Grafen Victor von Aaren. Kein Zutritt. Zu eurer eigenen Sicherheit. Spert uns nicht aus. Nein, Ugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt ihr uns? Gab es Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Hm. ratten sind bereiter was meinst du seitengasse tür lukas wo bist du ach da da sieht eine seitengasse da ist schweinmann ja zieh mal den spezialitäten wagen zur seite das hat beschimpft die hatten dort eine grube wo die das ganze abgeschlechterte interesse und so weiter reingeschmissen jungen das hat bestimmt gerochen wie bei tarek unter seinen füßen ja lukas ist voll reingeflatscht ja ich hatte lukas wie viele lebewesen die daraus geboren werden warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas weil ich sonst den verstand verliere ich würde sagen die sind schon jetzt einbasiert der boden ist voller blut wie die arena das ganze gebiet ist ein köder so ein bisschen ressourcen zack schwefel noch mehr schwefel bitte oh haben wir geld ne wir haben nägel ok ich dachte es gibt schon währung hier so produzieren wir mal ein bisschen egni ok schubs den karen schubs den karen einfach runter ja ja ich müsste es sie schwärmen aus jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch da schaffen wir ja 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 was für nissen hier sind immer noch leute die haben das vierte nicht evapodiert bringt das was das da hinten anzuzünden wir brauchen ein paar ratten im auto ich glaube es bringt nichts dass da hinten anzuzünden die reichweite reicht nicht aus also wieder im topf oder was wollen das fleisch ich will auch das fleisch ich hätte auch gern was zu essen da habt ihr hopper hopper was wenn wir welche beute auf dem karren hatte was ist das für pulver salpeter wird eigentlich zum pökeln verwendet aber wir können damit die flammen ersticken das ist noch mehr salpeter oder ja jede menge wenn die leute da draußen nur wüssten was hier los ist ihre familien ihre kinder die arme kann das niemals vertuschen hier wird chaos ausbrechen ja sie sind überall stadtbewohner vermutlich viele sind noch hier jetzt das feuer da draußen ist noch salpeter so mal der wagen dahin dann sind wir das salpeter an das ist nah genug moment ich nehme was mit das zeug ist nützlich nehmen die ganze karte mit da muss ich nicht so viel aufsammeln aber mit dem stein drauf ok aber die rettos sind hier immer noch das hat irgendwie nicht so gerade geklappt ok alle maschen allem maschen ja immer muss ich dem chat was zu essen geben immer muss ich ein bisschen schwein und bisschen fleisch liegen lassen damit das was zu knabbern hat damit die mich nicht auseinander rupfen schon wieder ein messer es gibt doch mehr messer als gedacht anscheinend wirklich mehr messer als gedacht ich hab noch drei erwischt haben sich ganz schön gewehrt hey was treibt ihr hier wir sind schon weg hier kommt niemand raus befehl ist befehl halt nein ihr sollte tot sein ich weiß warum hat er angegriffen naja damit hier keiner raus geht ne gib uns gleich wir haben hunger oh nein chat hat hunger ja die scheiß nager töten schneller als wir ja Gott sei Dank Gott sei Dank können wir Extinguis Diesmal früher herstellen Im ersten Teil war das irgendwie Kurz vor Ende oder so Verstörend Ja War vielleicht nicht das letzte Mal Trotzdem Danke Da naschen die Ratten aber Salpeter Da ist nix Da ist auch nix Dann durch die Tür Da ist auch nix Warum ist ein Prompt auf der Leiche von dem Egal Ich will es nicht rausfinden Scheiße Keine Zeit für Gewissensmisse Ja Scheint aber auch gut zu schmecken Ja Schätz schmeckt euch Und markiert die Häuser die ihr gesäubert habt mit einem Kreuz Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden Klar weil die Ratten den Leichen hinterher rennen Wie kann man nur so dumm sein Das ist brutal als das erste Weiß ich nicht Oh War da keine Ratte Sehr sehr lecker Seht ihr Ich kümmer mich um euch Weg von diesem Weg von diesem So Topf Die Musik gefällt mir wieder sehr. Hmm. Da ist ein Sack, okay. Aber das treibt die Ratten nicht weg. Hä? Ne, Jogi, ich auch nicht. Das Mittelalter war bestimmt nicht lustig. Unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Großväter und Mütter, die uns die Ur-Ur-Großoberst und Opas gezüchtet haben und was auch immer. Dass sie dieses Zeitalter überlebt haben. Nur damit wir heute ein Spiel spielen, was im Mittelalter spielt. Und dabei jammern. Und dabei jammern, dass unsere iPhones oder Androids nur noch 5% Ladung haben und so weiter. Und wir nicht aufstehen wollen vom Bett, um an das Ladekabel dran zu gehen. Das stimmt schneller als die. Das hat nie noch. So. Stock kriege ich nicht mehr, ne? Stock ist finished. Schade eigentlich. Ganz schön wenig Stöcke diesmal, muss ich sagen. Um den Kerl jetzt anzuzünden, muss ich wohl wieder Feuer benutzen. Oh, die Tour sieht ja fancy aus. Mal sehen, was da drin ist. Okay, ist Salpeter. Zack. Eine Schriftrolle. Ah, wir brauchen diesmal Werkzeuge, um Sachen zu verbessern. Ähnlich wie bei The Last of Us. Das ist ehrlich, ne? Alter, mich ist jetzt eilig, Alter. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Ich hoffe, du gehst durch. Ja. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Werkbank übernehmen die Storygames. Ja. Werkbanker, um alles zu upgraden. Was? Das Ding rastet nicht rein, also müssen wir rennen. So, lass auf mein Kommando los. Los. Okay, noch nicht. An der Ecke stecken geblieben. Ja, wir haben die Stadt verlassen. Gut gemacht. Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten. Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey. Mir ist gerade was eingefallen. In Vodan's Labor war ein Fresco einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Ach, jetzt doch bemerkt die Insel. Vodan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Das ist geil. So still hier? Verdächtig. Wir waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wo sind sie? Das sollten wir unbedingt ausnutzen. Bin ich der Einzige, der es in Spielen mega, mega atmosphärisch findet, wenn Donner im Hintergrund zu sehen ist und allgemein so Gewitter sich anband. Ich finde, Gewitter in Spielen machen immer so viel mehr Stimmung, finde ich. Und dieses Gewitter, was sich da gerade aufbaut, gibt ordentlich Feeling, ey. Werkbank. Einmal. Ach, die fünf Stücke brauche ich bestimmt, um Sachen zu verbessern, oder? Sind wie die Schrauben bei... Ja, sind wie die Schrauben bei The Last of Us. Alright, alright, alright. So. Was verbessern wir denn? Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel ermöglicht es, einen zusätzlichen Topf zu tragen. Wow. Kann dann gerne neue zusätzliche alchemistische Zutaten tragen. Mehr Höhlen an ihrem Gürtel ermöglicht es, einen zusätzlichen Messer und mehr Pyrite zu tragen. Mehr Messer ist immer gut. Eigentlich wäre Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrite und Bolzen. Das hört sich gut an. Damit können wir alles, was wir überschüssig finden, tatsächlich wiederverwerten. Zum Beispiel auch die Messer, die wir bisher nicht gefunden haben, ne? Amistia kann bruchfestes Werkzeug verwenden, um ihre Ausrüstung kostenlos aufzuwerten. Okay. Natürlich. Alchemie. Ich habe eine neue Tasche und kann zusätzliche alchemistische Munition tragen. Ist das halb so viel verbessert? Gegner mit Töpfen töten. Okay. Und die Schleuder, weniger Lärm, ne? Alright. Ich würde sagen, Messer, Wiederverwertung ist geil. Werkzeuge macht am meisten Sinn. Damit können wir die ganzen überschüssigen Töpfe, Messer und mehr Schrauben umwandeln. Und durch die Schrauben können wir schneller updaten. Schon besser. Praktisch. Das macht am meisten Sinn. Hmm. 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 da julian dankeschön für den achten monat los geht raus direkt neben dem haus sie wollten ihre toten bei sich haben kann ich verstehen wir haben vater nie beerdigt er ruht in frieden amicia zu hause hast recht also machen wir weiter ein grab die neuen kollektor bilds mit den erinnerungen finde ich ganz cool die zeichnungen sind nice hallo naja gegrüßt der wind ist so geil hat jemand gemacht erst mal abschließen damit das spieler nicht wieder zurück geht sie riechen die kadaver sie folgen einfach den blut aber wir wissen nicht wo die blutspur aufhört aber das kam überraschend der dreckskerl ich fürchte die sind wir noch nicht los so ein topf hat alkohol fallen gelassen okay 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 das ist das ist eine sehr große gegend hier und die haben alle fackeln alter kann ich alle drei irgendwie zu auslöschen soweit kann ich nicht schmeißen soweit kann ich leider nicht schmeißen ja toll alter musste jetzt genau sie möglich die fackeln nehmen man kann dann die aber ausmachen selbst im zweiten teil kommt die am ist ja nicht auf die idee die fackel einfach mitzunehmen von den gegnern so da Tja, soll ich meine Ressourcen verwenden, um das auszumachen? Komme ich jetzt überhaupt an die Truhe? Ey, ist nicht schlimm. Oh, nein! Okay. Da soll man mehr im Licht bleiben. Viel ist es schlimm als Wachhunde. Ja, mir wäre ein Wachhunde gerade lieber. Da müsste ich nicht so viele Fackeln anzünden. Da hinten braut sich ein Gewitter zusammen. Keine Zeit für Rache, Amicia. Er war so wie so im Weg. So. Einer ist raus. Bringt uns das was? Nee, ne? Doch, wir können zumindest ein Stock nehmen und bis zur Truhe kommen. Nehme ich. Nehme ich. Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Schade. Ne. Das hat die Frage beantwortet. Okay. Das hat die Frage beantwortet und jetzt habe ich wieder keinen Stock. Ich habe keinen Stock. Ich habe keinen Stock. Ich habe keinen Stock, 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 Stock. Ich habe keinen Stock. Oh, oh, Shad ist schon wieder hungrig. Shad ist schon wieder hungrig. Nein, 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 nein. Shad, ich habe euch viel Fleisch gegeben. Alter Reb. Die Kampfgegenden sind deutlich komplizierter diesmal. Mit mehreren Wegen. Quick, 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 quick. Quick, quick. Hä? Sei vorsichtiger. Ich bin vorsichtig. Ganz sicher. Oh nein. Früher oder später erwischt ich euch noch. Okay. Macht das mal, macht das mal. Ja, ja. Vor dir, ja. Wie der am Brüllen ist, ey. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Versuch dich zu beugen. Es ist ein Fluss. Nichts. Okay. Durchrennen geht nicht. Hmm. Ist der dumm? Ja, der stand am Milden in den Ratten drin. Oh, das hat er gespeichert. Okay. So, ich muss leider in dieses linke Haus da hinten. Irgendwie. 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 Sei vorsichtiger. Ich bin vorsichtig genug. Oh, kann ich dort das Salpeter zünden? Um das Feuer zu löschen. Ähm. Ja, schillt mal, Viecher. Mit dem Knochen weglocken. Schett, wie locke ich euch da weg? Es war ein verdammt langer Tag. Und mein Schwert ist noch warm. Also, wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie unzingelt. Ich soll euch helfen? Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler. Bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Auf die Knie. Jetzt! Er wird ihn umbringen. Was? Sorry. Was machst du da? Ich hab da vor mir zu sein. Der Nachts hatten Lukas. Oops. Ups. Die Fackel ist ausgesagt. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Versuch dich zu beruhigen. So kannst du nicht weitermachen. Ups. Dank diesen Mistungen geht's, wir wohnen nur noch schlechter. Nee, lass mal. Wieso nimmt er sich nicht die Fackel? Nee, wir hinterfragen sowas nicht. Das ist doch schon bei dem ersten Teil das größte Logikproblem gewesen. Dass hier nicht einfach so eine Fackel sich in den Rücken reinsteckt. Mal sehen, was drin ist. Mal sehen, was drin ist. Und vor allen Dingen habe ich das Messer auch gar nicht benutzt. Aber die Mimikruhe, ne? Ach komm. Du hast im Dreieck gelootet. Nee, ich habe eigentlich Viergek gedrückt. Weil Kisten aufmachen ist Viergek und nicht... Ah, zum Aufsammeln ist Dreieck. Ja, 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 ja. Und wo kam der Typ dann auf einmal her? Der ist einfach aus der Kiste gespawnt. Toll, die Ratten verschwinden... Doch, jetzt. Jetzt hat es getriggert. Können wir den Kräuterkundler irgendwie retten? Oh, Mann. Können wir den irgendwie retten? Der bleibt nirgendwo stehen, wo... Wo Licht ist, ne? Angriff und Schleichen levelt langsam. Die andere Wache stand ja rechts neben mir. Ich glaube nicht, dass ich den retten kann. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Ich kille einfach alles. Alter, die haben auch echt eine lange Range, muss man sagen. Na, Schett, habt ihr Hunger? Hütte Versuch Nummer 2. Yes, yes, yes. So. Zehn Schaum, Salpeter und Werkzeug. Das war wichtig. Knabber, knabber, knabber. Ja. Habe ich auch gerade gesagt. So, die Frage ist aber, wo muss ich jetzt hin? Sieht man, das ist dann auch manchmal Ragen? Ab und zu mal. Bunch, wieso macht sich das geil? Soll ich mal richtig ausrasten? Äh, oder weil ich die Frackele in der Hand habe? Mit den Stöcken kann ich auch alles anzünden, jetzt, ne? Nicht hierher, nicht hierher, nicht hierher. Nicht gut, ne? Na komm, na komm. Na komm, brudi. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Wartet... Topf... Viel Spaß ohne Fackel. Hier vielleicht? Doch, eigentlich schon. Du kommst da jetzt nicht mehr raus, Junge. So, hier können wir weiter. Gut, wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanz, Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber... Sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern, lila Stern. Da ist was lila, aber ist kein lila Stern, oder? Nein, das ist er nicht. Nöp. Okay. Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Da. Das ist aber nicht lila. Das ist Kamille, Mann. Oh, schöne Pflanze. Sehr nützlich. Ja, Mutter hat die uns immer gegeben, wenn wir Bauchweh hatten. Damals... Ich habe auch Bauchweh. Das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte. Ah, das ist die Frau, ne? Ja. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Dreckssäcke. Sie war so nett. Ja, die war wirklich nett, ne? Das war ja die Floristen aus dem Markt. Die war wirklich lieb. Ach, keine Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Also, doch im Haus rein. Na gut. Kartengeräte. Ach, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Ach, das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir über uns denken? Oh, mies hier. Chill. Chill. Junge, der Kleine, der kommt schon durch. Das wies. Oha. Das wies. Das wies. Oha. Oha. Komm mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Das ist der neue Niklas, ne? Sie gehen rein. Der ist ein super Inquisitor. Was sollen wir tun? Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Oha. Das merkt man am Controller. Ihren Herzschlag. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den... Den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ah. Ich werd gehen. Ich schleich rein. Ich schaff es. Denn ich... Dann werd ich rennen. Wenn ich das erste Mal... Diesmal ist Lukas unser Companion, ne? Und nicht Ugo. Und der ist auch deutlich smarter und ruhiger. Deutlich. Was passiert mit mir? Vielleicht wenn die Beschützerin zu weit weg von ihrem Makula ist. Vielleicht kriegt ihr deswegen das Kribbeln. Eigentlich ist ja nicht normal ihre Reaktion, ne? Aber jetzt wo sie so getrennt ist, kriegt ihr ja ganze Zeit Panik, dass sie nicht bei ihm ist. Und sie ist ja als Beschützerin bestimmt. Ah. Lukas Sneak minus 100 Kronos. Alles klar. Mach. Schnell. Komm schon. Ist wie so ne Drogenabhängige. Wir haben da drüben einen Klünder entdeckt. Wir sind vielleicht noch mehr. Sucht alles ab. Tötet alle. Verstanden. Ausschwärm Männer. Seid vorsichtig. So dumm. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf so schwach zu sein. Hör auf Angst zu haben. Los. Rette ihn. Alles oder nichts. Rette ihn. Rette ihn. Um jeden Preis. Ein Plünderer? Wär's verrückt genug hierher zu kommen? Weiß auch nicht. Kann sein, aber das ist jetzt psychische Probleme. Ja. Die mit ihrem Drecksäcker, ne? Alles Drecksäcker, ja. Drecksack. Hier. Da ist ein Drecksack. Und da ist noch ein anderer Drecksack. Hallo Luke. Uns geht's gut. Kann mir die Suche hier sparen. Ja. Mach das. Alles. Wollt ihr euch verstecken? Da. Lasst sie nicht entkommen. Ich seh sie nicht. Hier. Ich bin der Leben. Oh. Bart. Ok. Also ich finde, die Gegner sind deutlich komplizierter als im ersten Teil. Hat eine Message bezüglich psychische Richtung? Nee. Das Spiel ist sehr auf Fantasy ausgelegt. Lohnt sich diese Truhe? Warte. Lass mich erstmal aufmachen. Sind Schrauben drinnen. Schrauben sind immer gut. Schrauben sind immer gut. Desto mehr Schrauben, desto mehr Upgrades. Okay. Wie machen wir das am sneakigsten? Hallo, Kasum. Wie geht's? Wie steht's? Ruhe wichtiger als Leben. Voll normal. Der Loot ist immer wichtiger als Leben. Oh ja, Amicia. Amicia ist ein bisschen erbarmungsloser geworden. Merkt man auch. Im Vergleich zum ersten Teil. Guten Tag. Double Kill. Ähm. Hm. So kriege ich den da gewiped. Gegenseitig getötet. Oh ja. Ja. Schöner, guter, alter Doppelkill. Solange ich nicht dafür zahlen muss. Komm, Amicia. Steh auf. Junge, die braucht ja zehn Jahre. Die braucht ja zehn Jahre bei der Animation. Holy shit, Alter. Bis die den Nahkampf killt und aufsteht. Und boah. Bisschen lahmes Tempo. So, wir versuchen komplett counter die Attacke doch. Ich brauche das Messer gleich, Lukas, für eine Kiste. Ich brauche das Messer. Oh, Lukas, hol die Nachtschatten. Hau ab. Nee, zahlen wir doof. Ist alles so ein teuer, ja. Man muss mit Bedacht mit umgeben. Mach das, mach das, mach das. Ich sneak mich dann da hoch. Also, die Gegner sind auf jeden Fall deutlich besser. Die sehen deutlich besser. Im ersten Teil konntest du gefühlt an der Seite bei denen vorbeilaufen und die haben nichts gemacht. Aber das Checkpoint-System ist auch sehr großzügig, muss ich sagen. Tja, Amicia benutzt leider nach wie vor kein Schwert für ein paar Nahkampf-Kills, ne. Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ich lasse sie bluten. Was wollen die Plünderer denn hier? Glaubst du, die suchen auch nach Medizin? So wie wir? Mist, Kerle. Ich mache euch kalt. Da ist Salpeter. Ich sollte lieber da drüben nachsehen. Ich sollte wohl woanders suchen. Der ist ja schnell, Alter. Die war das! Let's go! Ich habe Geräusch gehört! Okay, sneaky, sneaky, kleiner Wechsel. Erstmal Tür zu machen, ne. Hey, Lukas. Lief nicht so gut, wa? Danke. Der hat seine Lektion gelernt. Gräudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich habe die Nacht. Wir haben Leichtfüßigkeit, ne. Wir bewegen uns leider. Versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab. Nein, die werden uns verfolgen. Und ich habe es satt, wegzurennen. Meine Broten! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Warum flüsterst du dann noch? Gut, dass sie keine Helme tragen, ne, Amicia? Alter, die ist richtig psycho, ne? Ich habe die Angst so satt. Ich zeige Ihnen, dass es vorbei ist. Komm, ich gebe dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht! Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beutel, Amicia. Dann sehen sie nichts mehr. Ja, ja! Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Oh, ja. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Bats, Junge! Ich mach dich kalt! Ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht noch? Ach, komm! Weiß! Du hast nur an. Aber die musst du ihnen anjagen. Ja. Bats, Junge! Halte sie auf! Nein! Ein Kind, mehr nicht! Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch mal dran. Oh, Alter! Du hast halt hier, wo's lang geht. Ja, kommt! Das ist's doch! Hört mal her! Aber jetzt bestimmt ich die Regeln. Männer! Die Ehre der Armee legt in unserer Hand! Falsch! In meiner! Du bist tot! So Gottverdammt tot! Bats! Du wirst meine Männer nicht töten! Doch, hab ich schon. Ey, hab 20 von denen. Wie sauer. Ah, die ist richtig sauer. Ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Wahrscheinlich soll das einfach zeigen, dass die wirklich erbarmungsloser geworden ist und so weiter, ne? Boahm! Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch vertreten. Aber die Synchronstimme ist auch nice. Also Synchron der Sprechertechnik haben die auch eine gute Sprecherei geholt, ne? Moin, Jöle. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf! Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Sygoo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich... Ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Deirun. Hey! Der Garten ist beinahe fertig. Bereite die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Ah ja. Bereit. Sag Bescheid. Halt. Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Du stehst vor dem Wies. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. Also benimm dich aus. Lukas. Die Treppe. Los. Mach schnell. Was war das? Stupid. Stupid. Das hört sich an wie Fucaccio. Die haben noch meine Schleuder. Keine Zeit dafür. Doch. Es ist immer Zeit für meine Schleuder. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja. Ja. So hin jetzt. Die haben die nicht entwaffnet. Naja. War ja nur im Beutel mit Pulver oder so. Trotzdem. Raus hier. Holy. Der Soundtrack ist echt gut geworden in dem Spiel. Teil 1 war schon ganz gut. Aber Teil 2 macht es noch mal viel besser. Die Ausblicke sind auch so viel besser in dem Spiel. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Hier. Was ist da? Da kommt es. Aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Mhm. Oh. Habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Das bin ich. Und wir haben genug Fleiß für eine Wache. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Noch eine Wache. So. So. Das wäre wie Focaccio, ey. Lukas, Stupofaccio wäre gut. Tja. Wenn du... Schnell. Wir haben nicht viel Zeit. So. 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 Jaimie nennt kein Besen. Gab es irgendwo ein TikTok-Clip, dass die Leute gesagt haben, Besen kommt wieder, oder? Irgendwie lese ich das heute viel zu oft. Hey, bist du eigentlich fertig? Unterdick ist schnell. Tisch. Es gab an sich die Vermutung. Ich meine, ich verstehe die Vermutung, klar. Ich verstehe die Vermutung, dass nachher der Besen wiederkommt. Natürlich. Der Halloween wieder, dass es wieder reinkommt. Genauso wie der Boss-Modus und so weiter, ne? Aber da gab es ja mehr als genug Gründe dafür, dass es vielleicht reinkommt und so weiter. Aber irgendwie sind die Leute sehr spezifisch auf dem Besen, als überhaupt den Boss-Modus, ne? Über den Boss-Modus fragt irgendwie keiner. Right, da. Ich sage schon, vielen, vielen Monat. Ist Hugo immer noch so nervig? Tatsächlich haben wir bisher gar nicht mit Hugo fast gespielt. Gehen wir. Bin tot, blöde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Das ist aber nicht der Minun, das ist der Horde-Rush-Modus, nicht der Boss-Modus. Sind zwei unterschiedliche Pasche. Man sieht aber nicht, was man für Erfahrungspunkte kriegt, ne? Wenn man sneaky ist, kriegt man ja sneaky Erfahrungspunkte, Angriff und so weiter. Raffinesse ist irgendwie schwer. Ja, Jamie, du bist ja nicht der Einzige, deswegen. Ich habe das ja heute so häufig gelesen. Ja, Jason, einfach Kreaturen der Nacht und so weiter, ne? Hoffentlich ist er noch da. Deswegen fürchten die das Feuer. Nehmen wir uns mit. Nehmen mit, die Messer und Schwerter. Suchen wir weiter. Beten wir, dass niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Vielleicht hier? Nein. Das behalten wir mal. Vielleicht hier? Bitte. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Hm. Hallo, Erebre. Sieht verschlossen aus. Vielleicht mit einem Messer? Ah, toll. Da brauche ich das Messer. Oh, hier ist jede Menge praktisches Zeug. Der Geruch. Oh, da bist du ja. Hab sie. Ja, ich habe den Nachtschatten, Amicia. Auf einer Alchemistennase ist Verlass. Dann ab zur Tür. Verschünden wir. Und diese Thronen brauche ich besser. Ich weiß. Ach, Mist. Was ist da los? Die Klinge ist kaputt. Aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Thronen sein. Hm. Gut. Dann an die Arbeit. Das sollte die Sache erleichtern. Ja. So. Haben wir. Also. Wann geht's jetzt los? Keine Ahnung. Mir. Sorry. Ich muss gerade kurz was gucken. So. Glaub ich, was verpasst. Erstmal einen Kreis drehen. Wow. Das hat ja gerade automatisch gesteuert. Hat erstmal einen schönen Kreis gedreht. Hat da. Okay. Was haben wir da? Ja. Eine Karte. Das kenne ich. Lukas. Die haben eine Karte von Galien. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer. Der See. Unser Zuhause war... Irgendwo hier. Ja. Hey. Quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja. Hallo, Gamazoka. Wie geht's? Geschichte. Und das so ausge... Und das so has ein... Also, was geht's jetzt los? Toll. Toll. Ich hätte gar nicht neu laden müssen. Ah, okay. Hallo, Diana. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt, was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Ja. Keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Was will er jetzt vor Bär? Da ist ein Karrer. Ja. Gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Der schiebt den schon automatisch. Ja. Willst du den jetzt schieben oder nicht? Hä? Ach da. Okay. Doch lieber das hier. Noch weiter. Ach da. Da ist hier wieder das Gänze ganz so hoch. Gut. Dann ran an die Kurbel. Also los. Das Ding... Ja, 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 ja. Komm. Hast du sowas schon mal verwendet? Oder ich wirklich denn? Ähm. Ach. Lukas, du musst das Ding machen. Mach du mal. Ich muss da oben ran. Da oben muss ich abschweißen. Und abwärts. Es funktioniert. Ja. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los zur Tür damit, schnell. So. Werbung. Lass uns weitermachen. Wir haben nur einen Schuss. Okay, Neo, danke schön auch für den 30. Monat. Ist Ugo allein? Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt. Das ist du Pifatio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Schafft er. Na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch. Sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Zieh. 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 Los, Alter. Da sind wir mal bei Ballista, ey. So. Lauf durch. Oh, sind wir wieder zu Hause. Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell. Wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Ganz ruhig ist in guten Händen. Den besten sei versichert. Ich hoffe es. Für euch. Oha. Hier ist immer noch ein bisschen lang rum. Bling. Juki, dankeschön für den Twitch Prime. Pflicht der Beschützerin. Das sind wir. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. Zwei Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn daraus... Nur ein Tag, der die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia. Ego ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet. Da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Wir brauchen... Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen. Du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Ugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt. Die Makula nähert sich von seinen Gefühlen. Die dreht echt durch langsam, ne? Ich kenne euch zu. Wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph. Er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geht zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magestra. Amicia. Du kommst mit. Die wollen aber Hugo auch wirklich nicht zeigen, ne? Und... Ja, sie sind zurück. Ja, sie sind zurück. Gut. Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich... Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Wouterst hier so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Ja. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. In der Stadt. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Ich hab ein Boot. Ein Boot. Ab zum Boot. Hallo TikTok, wie geht's? Komm mal rein. Ein großer Party! Oha, ein neuer ESR-Typ. Den kenn ich noch nicht. Den Klexify. Hallo Schubs. Mir geht's immer lieber. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Diesmal kein Rambo-Modus. Keine Sorge. Da werden wir. Gut. Sneaky. Pinsaft-Klexi. Die hab ich aber auch schon ewig nicht gesehen, gefühlt. Du wolltest, dass ich Magister Vaudan nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Ugo's Traum? Ich weiß. Die Insel. Das Erwachen der Makula. Der Orden. Das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Raus. Es tut mir leid, Amesia. Wegen Ugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht. Wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Ja, ich weiß ja nicht. Keine Probleme. Ich weiß ja nicht. Bruder vertrau mir gar nicht, ey. Bruder vertrau mir gar nicht. Ja, Slasher. Machen wir eine Dusche. Ist aktuell ja eh entspannt, von daher. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lot so hoffentlich auch. Ja, stimmt. Ach, die Musik wieder, ne? Ich mag den Soundtrack in dem Game echt gerne. Ich mag den echt gerne. Schrauben. Blümchen. Sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Ugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Baba Tunde. Danke schön für den vierzehnten Monat. Mein lieber. Kost geht raus. Abfahrt. Abfahrt. Nichts Gutes würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyen soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einer Ausgangssperre, die sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmeister, die Rappen. Alles klar. Öffnet das Tor. Mh. Hey, Neulinge. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon her. Mhm. Mhm. Sieht die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Ab zum Boot. Ja, wir craften mal. Dann können wir das mitnehmen. Okay. Sneaky. 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 Kurr. Kurr. Ich habe gehört, diese Stadt war einst das Handelstor zum Mittelmeer. Und alt ist sie das Tor zur Ausbreitung des Bisses. Wirklich traurig. Hm. Hier ist ein Wagen. Aber da war noch eine Lucke. Ja. Gehen wir mal hier hin. So viel Seide. Damit kann Tarek sich ein paar Socken nähen. Und das ist zurückgelassene Fracht. Ich glaube, das ist Seide. Lukas. Echte Seide. Wahrscheinlich aus China. Und so viel davon. Das ist ein Vermögen wert. Jemand hat das auf der anderen Seite der Welt gefertigt. Glaubst du, in China ist es wie hier? Ob sie dort auch Ratten haben? Eher nicht. Noch nicht. Wir müssen es aufhalten. Okay, haben wir. Made in China. Ich würde eher sagen, made in France. Hm. Hm. Komm. Mach die Lucke auf. Einfach Holz runtergegetet. Okay. Auf zum Tor. Warum ist die Musik hier jetzt so sneaky? Ich gehe. Kurr. Kurr. Soldaten. Mit Helm. Wir müssen uns vorbeischleißen. Mit Helm, ja. Was ist der zeitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter nochmal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Okay. Machen wir eine Runde Karten auf. Gerne, gerne. Immer gerne Karten aufmachen, Shit. Ne? Auch wenn ich hier gerade mit dem Game beschäftigt bin. Der Typ ist mit dem beschäftigt. Woher kommt dieses Geräusch? Moment mal. Na dann. Hat der Helm eine Bedeutung? Wachen mit Helm kannst du nicht killen. Beziehungsweise nicht mit der Schleuder. Ich kann kaum erwarten, bis ich endlich mal die Armbrust habe. Aber ich sage es euch jetzt schon, wie es ist. Die Armbrust wird wahrscheinlich nur zwei Schuss haben oder so. Im gesamten Game. Max Love, danke schön für den zweiten Monat. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal Ding. Ach, das hört er nicht. Oh, Junge. Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Ich will endlich die Treppe hoch. Ich will auch nur die Treppe hoch. Aber die drehen sich immer beide um. Ah. Hier schleicht jemand rum. Bleibt weg. Ah. Moment mal. Wie der es nicht gesehen hat. Na okay, das ist ein bisschen. Wieso auf einmal. Bart. Bart. Scheiße. Auf zum Tor. Soldaten. Bitte helfen. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Muss ich da überhaupt hoch? Ich will meine Mutter nochmal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Muss ich da überhaupt hoch? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Hm. Geschäftliche Pause. Ja. Gerade ein bisschen Nachrichten beantworten. Sorry für die Ablenkung. Ich habe um 20 Uhr auch nochmal einen Call, den ich dran muss. Aber das können wir eine kurze Pause machen. So. Wenn ich das hier mache, triggern beide, ne? Es drehen sich ja immer beide um. Ah, diesmal nicht. Ja, hör mal, 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 durchgehört. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Hm. 24er heute? Ne, nicht ganz. Nicht ganz, aber ich denke mal, 14er wird es, könnte es heute werden. Oh, mein Gott. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Oh, ja. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Alter, die ganze Stadt wird wirklich ausradiert gerade, ne? Ja, Sex habe ich auch vorhin gemerkt. Ratten. Shit. Ihr seid wieder da. Holt die Ratten-Emojis wieder raus. Es ist zu spät. Sie sind hier. Nicht weiter gehen, Amitia. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Holy shit. Oh. Oh. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Hier ist extra praktisch eine Tour, um sie. Auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Wo ist der? Wo ist Zunder? Versuchen wir es. Ach, da vorne oder was? Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit dem Slum. Das fackelt aber ganz schön. Oh. Ray. Weiter. Sehr geiles Game. Ja, auf jeden Fall. Die Rüstung von Amitia wird auch immer demolierter, ne? Gefühlt. Schrauben. Das Feuer frisst Performance. Das war schon wieder Salpeter. Schwefel ist irgendwie das größere Problem. Hey, Marseille war ich auch schon. Der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Boudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. Zehn Stunden schon. Oh ja, wir haben zehn Stunden Stream geknackt. Ratten aufgelöst. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Warum nimmt sie immer das rostigste Messer mit, was man jemals finden kann? Und das zerbricht dann immer, ne? Ist klar. So, wir nehmen die Schrauben mit. Zack, zack. Die Frage ist, mal sehen, was wir überhaupt machen. Werkzeug Nummer drei wäre eigentlich ganz cool. Bruchfestes Werkzeug, um die Ausrüstung kostenlos aufzuwerten. Gut. Ich glaube... Ich glaube nicht, dass es so notwendig ist. Einen zusätzlichen Topf tragen. Ja. Ja. Oder doch mehr Munition. Verbessere Munition ist es in der Lage, Gegner mit dem Topf zu töten. Ich würde sagen... Ich würde sagen, hier den Ringgürtel. Die zweite Stufe verbessert dann auch die... Abbauwerbung. Oh. Schon wieder? Hatten wir nicht gerade erst. Hatten wir nicht gerade erst? All right. So, hier haben wir Werkzeug. So. So. So, gib mir den Karren wieder. Da sind noch mal Schrauben. Gut. Bist du gut? Tue so gut. Ähm. Da lag doch gerade ein Beutel, oder? Oder habe ich das... Ich habe einen Knick in der Optik, ey. Ich habe einen Knick in der Optik. Ich könnte schwören, ich habe hier einen kleinen Beutel gesehen mit Schrauben. Aber stimmt. Loot gibt es ja jetzt nicht mehr in freier Laufbahn. Loot gibt es ja nicht mehr in freier Laufbahn. Und die gibt es ja nur in Kisten. Hier gibt es ja nur in Kisten. uns fehlt schwefel schwefel ist irgendwie seltener woher es mehr brauchen ja das ist schön für die aber also wie viel töpfe nehme ich gerade mit drei stück so haben wir neister x 100 karte gezogen glückwunsch dieser geruch verursacht kopfe ich höre keine ratten nein aber sie waren hier sie mal gott was ist denn das eine teer werkstatt hier werden wohl boots rümpfe versiegelt die mechanismen sind noch intakt hier riecht es anders das ist ein mischbecken das fast dort oben muss der verdünner sein hopps nehmung durch ratten okay jaja so viel dazu wir hören keine ratten ja der machen ist immer gut wir haben hunger der chat ist wieder reingebrochen ich habe euch wohl doch schon ein stück fleisch hingelegt erinnert mich ein bisschen am pitch black ja wegen dunkelheit und so weiter dass die ratten ein bisschen doch mehr fantasy element haben ich meine es gibt ratten tornados und ratten tsunamis von daher es reicht nicht wir brauchen mehr schade ist hungrig schade ist hungrig schade braucht mehr fleisch ich lasse los festhalten komm zu den becken zurück komme der verdünner na klar alkohol natürlich bereit ich sehe mal nach ich kenne den ratten tornados nicht muss ich den wieder bewegen alkohol hört sich gut an ihren alkohol habe ich hier ganz viel in dem spiel mal sehen was der tärzige Es funktioniert! Ja! Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube... Sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werfe sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Ja, ich kann jetzt der Hersteller. Harz und Alkohol. Okay. Wirf ein Topf mit Teher zwischen die beiden großen Becken. Also dann? Dahin? Ah. Ich hätte mit dem Kopf. Okay. Mal sehen, was der Teher taugt. Alter, wie viel Zeug brauche ich, um sowas anzuschweißen? Okay. Und das auch nochmal, ne? So. Echt jetzt? Echt jetzt? Mehr Fleisch. Ja, jetzt habt ihr mich auch wieder verfuttert. Das passiert, wenn man den Chat nicht füttert. Ja, gib her. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig, also dann? Ähm. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teher taugt. Das letzte Becken hier ist voll mit Teher. Komme. So. Das ist aber ganz schön. What the fuck? Oh, Alter, ey. Du hast mich gerettet. Das war der Teher. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer. Ich danke dir. Das brauchst du nicht. Das sieht so komisch hell aus. Was soll man da dann ziehen können, ne? Gutes Zeug, hoffentlich. Schwefel, Münzen und Werkzeuge. Schmeckt. Sehr gut. Bam. Guten Abend, Zeltkatze. Ja. Ist unser Boot da vorn? Sei dir da nicht zu sicher. Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudan und deiner Mutter hin und her gerissen. Und ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Ja. So. Bist du in der Arena? Äh, nein. Welche Arena? Ist das das Boot? In diesem Moment sterben sicher viele Menschen. Und trotzdem ist es so still. Fieber Cry, der Geschäft für den achten Monat. Du glaubst immer, dass du es kontrollieren kannst. Aber wir sind bloß kleine Steinchen auf dem Pfad der Makula. Ich bin kein Steinchen, Lukas. Ich meine nur, dass du dich nicht schuldig fühlen musst. Mag sein. Komm, unser Boot wartet. Schaffen wir Hugo hier weg. Wie du meinst. Kein Steinchen. Okay. Ach so, da sind wir schon durch, Harry. Da sind wir schon durch. Wir sind schon weiter. Wir sind hier durch. Wir sind in Kapitel 4. Wir sind hier. Da unten sind Unmengen von Ihnen. Das ist echt ziemlich schön. Die Stadt ja. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebenen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja, Mann. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Ganz schön viel Teer-Arz, würde ich sagen. Don't judge me. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Hey, wer seid ihr? Wir, wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Okay. Ehrlich mal mit der Wache zu. Mit einer Wache zusammenarbeiten. Ja, gehen wir rüber. Oh, geht ja ganz automatisch. So, Lukas. Ach, Lukas bleibt da. Okay. Es geht auch in die Pest. Ja, teilweise aber. Hat auch ein paar Fantasy-Elemente. Lukas, du bist dran. Na gut. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Wir wissen schon, dass ein Aufgangssperre herrscht. Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Verstehen. Wenigstens ein Soldat mit Vernunft, ey. Bissens smarter dabei. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Noch ein Teerbecken. Ach so. Hey, lass gut sein. Ja, sofort. Ah, okay, okay, okay. Genau so. Dann kippen wir das Zeug wieder da hin. Ratten sind auch wieder da, ja. Ja, die Ratten sind wieder back. Ja, die Ratten sind wieder back. Wird gemacht. Na bitte. Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. So, komm, geht durch. Nervt Hugo immer noch. Nee. Ah, Hugo ist diesmal nur ein Side-Character. Warte mal. Hm. Hm. Würden zwölf Stunden dafür reichen? Nein. Wir müssen ja morgen weiterspielen. Das Spiel ist knapp 16, 17 Stunden lang. Das schaffen wir heute alles nicht. Ist ja klar. Diesmal ist Lukas unser Sidekick, so wie es aussieht. Lukas, du kannst jetzt kommen, der Weg ist frei. Alles klar. Amicia, ich steck fest. Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja. Wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Fahrt. Das nun. Ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. So. Wirf der... Okay. Eine habe ich ja noch. Weiß. Sehr gut. Versoll den Ratten, den Popo. Die Ratten symbolisieren ja den Chat. Ja, 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 chill mal. Ich mache ja schon. Bist du bereit, hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ha! Das habt ihr gut gemacht! Geschafft! Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach, komm! Bitte, wir haben unseren Teil... Hm. Wir haben keine Zeit. So. Okay. Töten. Nein! Wir haben ihn am Leben gelassen. Weil... Dafür gibt es ein Archivment, wenn man ihn am Leben lässt. Genau so... Machen wir das. Okay. Wir haben eine Werkbank. Ändern wir? Ich würde eigentlich ein paar Sachen lassen. Okay. Okay. Ja, ich lasse es erstmal. Ich will die Tasche haben hier. Aber knabber, knabber, knabber. Ja, kein Knabbern für den Chat heute. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Was ist der? Ja. Doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich hab Besseres zu tun. Nein. Du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich. Oh, Zalda. Es genützt uns nach Soldatenfleisch. Oh, oh. Shit ist zonrig. Bleibt, wo ihr seid. Magister Wodau hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte. Wir sitzen fest. Und wir haben ein Kind bei uns. Wieso selber eins? Alles klar. Na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Oh, ich freu mich schon drauf, wenn ich bald ne Anbrust habe, ey. Das war knapp. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das kann man schlägen. Kommt mit mir. Soldaten. In Deckung. Nein, wir sitzen fest. Oh. Was war das? Josef hat ein Trunk mit Teer zerbrochen. Und der hat mit dem Feuer reagiert. Jo. Jetzt geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja. Nicht die Schleuder. Was du tun musst. Du hast geschworen, die Schleuder nie wieder einzusetzen. Um alles. Du wolltest nie wieder die Schleuder einsetzen. Doch jetzt muss die Seer an den Schwur brechen. Wir sind nicht mehr im Hafen. Was machen die Soldaten hier? Sicherstellen, dass niemand geht. Die Musik ist wieder nice, ne? Wie macht er das? Keine Ahnung. Er muss Soldat gewesen sein. Okay. Nichts. Muss wieder weiter. So. Das verschießt. Naja. Nachdem, was hier gerade rumkriecht, würde ich auch Angst im Dunkeln haben. Ach komm, wo es wollen, wo kommen die jetzt auf einmal? Ich werde mich mal woanders umsehen. Hallo Just a Cat. Komm rein. Fühle die Musik. Fühle die Atmosphäre. Die Musik ist so geil, ne? Das war kein Soldatenflash, aber nehmen wir trotzdem. Wie wird er totgeknabbert, ey. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Da ist ne Truhe. Da ist ne gute Truhe, ja? Gehen wir weg, gehen wir weg. Auf einmal ein Ringling entdeckt, oder was? Aber die ganzen Wachen haben alle Fackeln und so weiter, ne? Also die Wachen sind deutlich smarter als der Missier geworden im zweiten Teil. Ich kann mir die Suche hier sparen. Okay. Sie sind hier drüben! Oh! Ihr kriegt mich nicht, Schatz! Eine Kriegsschritte. Ja, ich fand die Line auch gerade ein bisschen cheesy. Ihr kriegt mich nicht, Schatz! Wie viel kostet das Gehäben? Weiß nicht. Kugel doch mal. Wahrscheinlich Vollpreis, weil es gerade erst frisch rausgekommen ist. Nee. Ey, lassen wir uns nicht knabbern. Hab ich doch gerade, guck mal. Ist sogar freiwillig. Hab euch freiwillig an mich knabbern lassen. Alles mitnehmen, was nicht niegelnagelfest ist? Sie sind dahinter, ganz sicher! Nee, 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 nee. Ganz falsch. Ganz falsch, Junge. Messer! Nämlich. Hm. Lecker mehr. Hätt nicht unbedingt sein, nicht unbedingt sein. Ich hab gerade viel Futter bekommen. Die Leichen sehen gut aus. Ihr seid ja... Schnappt ihr euch schon die Alternativen, ne? So, ein bisschen Harz. Wenn ich vier Harz finde, hab ich Harz IV. Wir schlechten... Da drüben seid ihr alte. Verstecken wir uns. Wir haben hier Unruf. Wir haben hier Unruf. Scheiße. Verdammt. Erstmal looten. Bats. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Hier nach. Wir wollen weg. Eindringlinge. Verwägung, Männer. Du bist schon selbstbewusst. Der Steg muss hinter dem Tor liegen. Sie sehen uns. So, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geht aus dem Gras weg. Wir haben ungebetene Gäste. Fangt an zu suchen. Auf eure Hilfe, schnacken wir sie uns. Ja, sucht woanders. Sucht woanders hin. Einfach Speer hier in der Tür, ey. Ich finde es auch cool, dass der Speer auch bleibt. Oh mein Gott. Der Speer ist auch auf der anderen Seite der Tür. Okay, das sah actually cool aus. Schon wieder weg waren. Oh, ich habe genug. Geil. Mehr alchemistische Zutaten? Ja, nehme ich. Das ist praktisch. So. Wir sehen dich mal. Wir sehen dich, ich komme mal in den Schatten. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. Joseph, chill mal. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und? Wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt. Sie bereiten sich vor. Ich sollte... Ugo. Was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Jerry, die Maus steht unten im Titel. Na toll, jetzt darf er sich Lukas liegen. Jetzt komme ich bestimmt bis zum Haus ohne Probleme, ne? Bis zu dieser Stelle musste man 15.000 Ratten aus... Oh shit. Ihr seid wieder da. Es gibt Drops. Es gibt Gratis-Items. Der Schöne ist in der Wehrer. Noch mehr Gratis-Skin sogar. Es gibt einen Gratis-Skin. No. Montes Community auf der Gamescom. Oh. Oh shit. Oh shit. Rat! Er hat mich anders umentschieden. Shit, ich war immer lieb und nett zu euch. Shit, ich war immer lieb und nett zu euch. Oh. Alter, schon geil gemacht. Ich bin hier. Er ist euer Sohn, du. Ach, die Beschützerin, endlich. Er beruhigt sich nicht, ich weiß nicht weiter. Lass mich. Bego, Bego, ich bin hier. Bats! Scheiß Magister, Alter. Bitte beruhige dich, bitte. Ich weiß gar nicht, du bist. Holy... Was hat Hugo? Die Makula. Ein Fluch, der mit dem Ratten in Verbindung steht irgendwie. Hey, ich hätte einen alten Raum. Puh, da war der Ratten-Tsunami, ey. Ratten-Amy, ja. Das war der Ratten-Amy, ey. Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg. Also los. Das war der Ratten-Amy, ja. Ich sollte ihn tragen. Nein. Hat mein Hugo. Eben mal eine schöne Flasche Hugo bei sich haben. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas. Gab's noch nie. Nee. Also, das Upgrade zum ersten Teil ist insane, oder? Der erste Teil wirkte wirklich wie so ein kleines Spiel. Dieses Spiel haben die nochmal in allen Facetten nochmal draufgelegt. Die Anzahl der Ratten, die Inszenierung, die Zerstörung dieser Stadt. Allgemein die Abwechslung mit der Stadt, die Atmosphäre in diesem Spiel, die Musik, Sounddesign und, und, und. Also, Querbeet, ersten Teil. Einfach nochmal komplett verbessert. Story gefällt mir tatsächlich sogar ein bisschen besser aktuell. Ist aber noch relativ früh am Anfang, muss ich sagen. Aber ja, die Musik haut es einfach raus. Die Musik ist einfach so schön. Nein. Diese Leute. Es ist zu spät. Weiter. Oh nein. Wer ist das? Schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Nein. Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia. Was ist passiert? Die Racken. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich, bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Sorry. Träume sind Träume. Verstanden. Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Immer noch sehr ratenlassig. Nur die Wachen sind gefühlt irgendwie schwieriger. Sneaker war ich schon. In Marseille helfen sie dir. Ey. Ab nach Marseille. Das sagst du immer. Aber du lügst. Liebnerin. Hugo, ich. Bitte beruhige dich. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir treten einen Weg. Ganz sicher. Das wichtigste ist, dass wir nur kommen, wenn es gerade passt. Ja. Der Shad, die Ratten kommen immer nur dann, wenn es am wichtigsten ist. Aber Shad, ihr habt gute Arbeit geleistet. Ihr dürft euch ein bisschen ausruhen. Ihr könnt euch ein bisschen ausruhen. Ihr habt gut gefuttert. Ihr habt ein bisschen Pause verdient. Es sind nur wir, Magister Baudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Pipi-Pause für uns. Apropos Pipi-Pause. Wann ist denn die nächste Werbepause? Ach, in 20 Minuten. Geht um? unruhiges fahrwasser haben wir jetzt eine bootsmission das sieht tot aus aber super willkommen zurück und dasselbe passierte auch in gien die ratten der bis der das blut vergiftet es schien so weit weg vogel warte hey du hast geträumt sind wir da nein aber bald heißt das wir können jetzt auch schwimmen ja schwimmt mit sie da nicht hin wieso sie bleiben doch sowieso da es ändert überhaupt nichts du hattest einen anfall ich will nicht nach marseille viele menschen sterben du weißt das mutter will dass du nein die insel dort muss ich hin da kann ich geheilt werden amicia wir können sie finden bitte niemand hört zu mutter wusste dass es mir nicht gut geht doch der magister hat es abgetan er sagt es sei ein test mutter und er meinen sie wissen alles doch sie wissen gar nichts menschen sterben meinetwegen hey 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 ich weiß ich will wirklich nur dein bestes versprochen lukas besuchst du mit ügo den kapitän gern er wird euch zeigen wie man das boot steuert ich frage ihn ob er uns knoten beibringen kann und vielleicht lässt er uns sogar ans steuer ja wir müssen ihn beschützen amicia du willst ihn nur wieder einsperren das ist nicht dasselbe du hast gesehen was passiert der orden hat mittel und experten sie wissen was zu tun ist das ist nur passiert weil du und dieser wurde dann so schlecht zu ügo ward mutter ihn weg zu sperren und ihn weiter zu quälen wird ihn am ende noch umbringen er ist ein kind er ist ein opfer von all dem hier er ist mein kind wir sind keine feinde amicia ich weiß du liebst ügo und euch verbindet etwas das ich nie verstehen kann aber bitte öffne deine augen das geschehen wird sich wiederholen du hast recht du verstehst es einfach nicht ich werde mal nachsehen wir kommen in einem rattenboot oh ich weiß was los ist na dann können wir uns doch um na schön Kinder dann leg mal los hey du kannst wieder rein wenn du willst nein ist schon gut ich lass dich nicht hängen das weißt du doch fürs erste bringen wir das boot in bewegung es ist noch nicht vorbei ja na los dankeschön all right schieb das boot ins wasser kann ich damit schieb oh bitte sag mir dass ich mich damit schießen kann wir kommen mit deinem boot hin wir können es unterschieben gut versuchen wir es fertig ja dann schieb wir werden dir helfen nein ich bin ganz lieb zu baumperson öffne das für tausend punkte geht schneller die karten sind auch limitiert von der so viele sind tut das haben sie nicht verdient eine tragödie ich hätte nie gedacht dass dafür ist es jetzt zu spät aber diese insel Ugo sagt dort wird alles gut also ist es so die frage ist wo inzwischen habe ich mich an die 30 fps gewöhnt ehrlich gesagt das ist voll krass das ist voll krass man gewöhnt sich irgendwie an die fps und empfindet das dann wieder als flüssig die 30 fps habe ich mich echt inzwischen gewöhnt läuft ganz gut ab und zu mal crashen die runter wenn so ganz viel feuer oder ganz viele ratten rauskommen aber im großen ganzen ist das alles okay und ich finde die grafik aber auch wirklich schön sehr schöner stil artstyle doch hier die habe ich ganz vergessen die paarungszeit muss wohl schon begonnen haben die natur ändert ihre regeln nicht dieses chaos ist ein teil von mir irgendwie kosten einfach die zeit aufrufen mit twitter melden zu sterben stimmt gehen wir zurück nach dir nächste erinnerung 7 von 21 also wenn es nachher den erinnerungen geht dann ist schon fast die hälfte erreicht fast nur noch drei stück aber schon dasselbe spiel durch würde sagen aber gut wir spielen auch schon vier stunden ne scheiße die zeit geht aber auch erinnert mich daran leute um 20 uhr habe ich ein meeting kleinen call sollte nicht allzu lange dauern aber hallo also mal willkommen zurück also muss statt auch gespannt jetzt ein sorry game das stinkt ja widerlich wir müssen von ihr weg bringen sie sind da oben er stellt es wieder da der schad ist wieder und entern boden also mal ich weiß ich habe es ja von gesehen finde ich gut da ist es wieder hungrig wir kommen schon zurecht sind unterwegs also wo fangen wir an auf der anderen seite sind feuerpäckchen komm schon los ok ok ah da komm alles klar das wäre schon mal geschafft wir sind umzingelt es muss doch irgendwie gehen die Kräne ja wenn die Kräne Steine bewegen können dann und der da hat eine Kurbel wir sollten es versuchen es funktioniert das Heu bewegt sich ja so kommen wir vielleicht rüber hm warum würde ich mal Hugo nicht einfach umwelt gerettet tja würdest du deinen eigenen Bruder umknipsen im Welt retten das wird nicht halten es muss ein Gegengewicht geben ich kümmere mich um den Kran und du dich um den Schleuder ja war klar war klar ja für wie backst du dir alles hast du das Loch gesehen was die mittlerweile können sie haben meine Stadt eingerissen und das wird wieder passieren wenn wir Ügos Gefühle ignorieren oh so eine zarten Gefühle das Heu reicht nicht nicht äääh da hinten ne nein oh shit ich war volle Kahn im Licht ok ok so mach Dusche ja sofort ich loote währenddessen hm es funktioniert das Heu bewegt sich ja so kommen wir vielleicht rüber hast du das Loch gesehen was die mittlerweile können sie haben eine Stadt eingerissen und das wird wieder passieren denn wir Ügos Gefühle ignorieren ok was ist wenn ich das anzünde was kann ich dann das andere ist zu weit weg das müsste wir eigentlich auch einmal drehen hm hm ich schau mal ne das ist wurscht das ist wurscht da komm ich nicht durch oh oh shit stopp nein Teer oder so müssen wir wieder eine Teerbombe produzieren ach ich kann es ja mit Teer beschmeißen ne damit das stärker wird ja 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 also recht das Heu bewegt sich ja so kommen wir vielleicht rüber hast du das Loch gesehen was die mittlerweile können sie haben ihre Stadt eingerissen und das wird wieder passieren wenn wir Ügos Gefühle ignorieren das Heu reicht nicht boos boos ah war gebooselt hast du gehört war genial die Idee Ach, jetzt kannst du es auch machen. Auf Marseille bin ich echt gespannt. Ob das irgendwie wirklich original nachgebaut wurde. Und ob ich irgendwelche Teile erkenne, als ich dort war. Hätte auch genauso gut, dass andere anzünden können, der schwache Kopf, Alter. Das schmeckt etwas lustig. Ey. Hätte ich gerade schon machen können, hätte ich gespart. Fertig. Sag, wenn ich loslassen soll. Hm. Jetzt. Ich lasse los. Komm schon, schnell. Nein, nein, ich mache das. Und was geht's? Hier, fang. Schleude es auf den Boden und laufe zur Treppe. Was ist das? Was ist das? Nein, das hält nicht lang. Läu, hau ab. Das wollen sie nicht. Okay. Mehr. Wir hatten dein Bein. Ihr kriegt mich nicht, Shit. Ihr habt an meinem Bein genockelt, an meiner Hornhaut. Aber den ganzen Körper kriegt er nicht. Feuerpeitsch. Oh ja. Tja, das ist wohl dein Problem, Junge. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ja, da ist eine gute Truhe. Kann ich hier mit dem Stock überschmeißen? Du schaffst das, Lukas. Ja, das Fleisch fressende Totesratten. Aber ja. Na los, los, ja! Nicht senken, rennen! Nicht senken! Ja, du bist ziemlich schnell. Danke. Es geht nichts über. Gute Motivation. Ich bin fest, das ging ringt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zieh ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Und dann links zur Tour, ne? Ja. Glaube, Lukas. Ich muss auch das ganze Zeug plüdern. So. Slasher, passt. Ich blöde es aber schnell. Das liegt daran, dass ich schon alles geplüdert habe im Leben. Loot wichtig, ja. Aber wir essen schneller. Ey, ihr zerpflückt da alles. Aber die Musik ist schon geil, oder? Soll ich das Messer verwerten? Ja. Zack. Zwei Stück Upgrade-Teile. Das ist gut. Aber es gab irgendwo einen Upgrade, wo ich mehr Messer tragen wollte. Das ist gut, was ich machen konnte, ne? Sind Ratten eigentlich alles besser? Ich glaube, im Relay fressen die Ratten gar nicht so viel. Boah. Einfach so, dass das Loot rumliegt? Das ist ja selten. Die kleine Axt mitnehmen, Mami. Ne, ne. Ne, ne. Ist nicht cool, oder so. Ja, die Landschaften sind auch cool. Das ist ja so, dass das Loot schreien, wenn du willst. Je nachdem, was mich gerade umbringen will. Also, zusammen. Ja. Eins. Zwei. Drei. Echo. Warte kurz. Amicia. Lukas. Er hat uns gesehen. Los. Wieso steht da Hugo und die schreien Echo? Wir sollten spielen, weil es Spaß macht. Nicht nur, damit er irgendwie durchhält. Solange wir ihn nicht im Stich lassen. Niemals. Das war ein tolles Game. Finde ich auch. Also, am besten noch viel besser als der erste Teil. Mal sehen, was sich machen lässt. Ja. Welcher Reise? Ach da. Mehr Messer und mehr Pyrite. 85. Zwei. Ne. 85 Upgrade. Reisewerkzeug brauche ich keine Werkbank mehr. Und ich brauche keine Werkzeuge mehr. Eigentlich auch geil. Ich weiß nicht, ob man genug Werkzeuge im gesamten Spiel findet. Das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Wenn man genug Werkzeuge findet. Wenn man genug Werkzeuge findet, ist das Ding ja eigentlich nicht so spannend. Dann ist das Ding ja egal. Dann hat man ja mehr als genug, um alles andere zu upgraden. Aber ich glaube, ich spare mir jetzt erstmal ein bisschen was. Alchemie ist zwar nett. So. Anzünden. Oha, die... Okay, hier ruckelt's. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudon, Vaniska. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Ist da hinten irgendwas? Ah, Mann, Shit. Immer noch hungrig, oder was? Das knabbert die Weg komplett durch. Bis jetzt. Okay. Okay. also wie strong ist eigentlich dieser soundtrack oder so stimmungsvoll so muss ich da nicht rüber okay anscheinend nicht anscheinend nicht hmm hmm gut wir sind fast da ich hoffe in Marseille ist es besser wenn der Orden ihn in die Finger kriegt ist es zu spät die sind nicht alle wie Vaudant Amicia das Risiko können wir aber nicht eingehen soll ich darunter da ist zumindest eine Fackel ich glaube ja ja schädt einmal zur seite ich muss einmal custom games machen so und hier durch theoretisch kann Lukas auch einen Stock mitnehmen die Logik in diesem Spiel was Fackeln Feuer und so weiter angeht sollte man nicht hinterfragen man kriegt nur Kopfschmerzen dabei es gibt so 10 Millionen Möglichkeiten wie die sich einfach unsterblich machen können mit Fackeln Laternen und drinnen ne der kann Alchemie Brandbomben alles herstellen und was auch immer was brennt wie sonst was kann aber keine Laternen mitnehmen dass er mitnimmt Fackeln zwei Fackeln alter in beiden Händen eine laufen mit vier Fackeln einfach durch die Ratten können einfach nichts anhaben fünf Fackeln im Rücken ne fünf Fackeln im Rücken die du einfach mitnimmst weil du die jederzeit entzünden kannst wir haben unsere Entzündbomben und was auch immer weil die Alchemie machen ne 15 Fackeln einfach mitnehmen wie so ein scheiß Bogen Legolas alter ne bist du einfach der Fackel Legolas mit nimmst du mit 20 Fackeln zündest du immer wieder an wenn eins ausgeht oder sowas bam alle Rattenprobleme gelöst nur noch die Soldaten bleiben aber das darfst du nicht hinterfragen ne so viel Logik hier in diesem Spiel ist ja nicht so als ob man nicht genug Fackeln hier überall sieht ne 8 Laternen an Gürtel ja einfach so ein scheiß Laternen Gürtel produzieren alter wie so ein Grabjäger ey ich bin trotzdem froh dass es euch gut geht ich störe ja nur ungern aber wir müssen weiter und die verdammte Kette ist im Weg wir kümmern uns drum wie steuer deine Fähre wir brauchen keine Fähre die Kette muss weg aus unserer Seite ist völlig verrostet glaube ich vielleicht auf der anderen ich kann ja die Fähre nehmen unter dem verdammten Steg ist irgendwas scheint die Kette zu blockieren wie kommen wir da runter hmmm Tja. Lukas, mach mal. Welche Fähre? Die Fähre? Kannst du nicht schwimmen, ne? Ach, hier ist ein Holzbalken verschwunden. Da war vorher kein Loch. Ich weiß ganz genau. Erst mal Lukas wegschieben. Ah, wieder bei den Leichenteilen. Ja, ach, Ugo. Geh da mal weg, Junge. Geh da mal weg, Junge. Aber ich kann das Ding nicht drehen. Ein bisschen eklig und makaber ist das schon teilweise, ne? Gute Stellung zu essen. Guten Appetit. Äh, komm ich hier nicht mehr hoch? Oder musste ich da vorne raus? Ach, ich muss da vorne raus, ne? Ne. Ja, aber ich dachte, hier ist der Fluss zu stark. Lass los, Junge. Wann hat sie zuletzt gebadet? Na jetzt? Erst durch die ganzen Gedärme, ne? Nicht jetzt, Anisha. Na gut. Die geht zentenbittlich durchgleichen. Ja. Die Kette muss weg. Auf welche Weise auch immer. Die Kette muss weg. Die Kette muss weg. Hier muss noch etwas sein. Ich würde sagen, dass hier, ne? Was, nein, Junge. Was zur Hölle? Mir geht's gut. Hätte mich nur fast vermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse meiner Brücke an. Luka, kommst du da hin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Ugo, Mutter. Ugo. Ach, ich weiß, du vertraust mir nicht. Aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Ja, gerne mit Ruhe. Mal sehen, was da drin ist. Wieder das billige Chinamesser, ey. Dann an die Arbeit. Gut, dann an die Arbeit. Ja, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Was meine Skillung angeht. Ich gehe langsam Richtung Level 2 Sneak. Könnte aber langsam mal auch Angriff machen. Ich sneake viel zu viel. Sag, gelohnt er. Ah, Schweinebacken. So, nochmal 10 Schrauben. Bisschen Schwefel, bisschen Harz. Schmeckt. Nee, tu, nein. Du musst auch schon Epic Games Partner sein. So. Schöne Brücke. Schöne, schöne Brücke. Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich da rüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt. Und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Echt mal. Bleib konzentriert. Gut, das ist geschafft. Warte mal. Was ist mit der Brücke da auf der anderen Seite? Ah, okay. Ich muss den Wagen erstmal hier entschieben. Hallo, Wurst. Wie geht's? Kann man dann? 40 Minuten noch. Yes. Der Angel wird einfach durch eine Hi-Five-Hand dargestellt. Warum nicht? Pflanze. Also die Landschaftsbilder in diesem Spiel sind auch so viel schöner geworden, finde ich. No joke, es gibt in dem Spiel inzwischen so viel mehr bessere Landschaften. Ne? Man kann da echt wunderbare Screenshots vermachen. Die ganze Szenerie und so weiter ist immer mega nice. Es wirkt irgendwie fake, diese Nahfokus-Distanz. Sooo. Haben wir doch einen wunderbaren Screenshots, ne? Zack. Windröschen. Ich hab fast Windröschen verstanden, aber ey, nehm ich auch. So, legen wir mal das da. So eine Windhose ist auch gut. Hier kann es bestimmt einen guten Wind flattern. Was kann man da noch einstellen? Eigentlich die typischen Fotozeugs, wie Gneten, Farben, äh, Charaktere, ob die zu sehen sind oder nicht. Ähm, ja, Schärfentiefe und so weiter, ne? Lukas! Wo bist du? Mutter! Ist Lukas noch nicht bei dir? Nein! Wir sehen ihn nicht mehr! Aber... Was macht er denn? Ey mal, Lukas, was machst du denn? Ja, kommst du. Aber ohne Lukas weiß ich nicht, was dir das so bringt, Mädel. Ehrlich gesagt. Essen, Shit. Ihr kriegt noch gleich was zu futtern. Ihr kriegt gleich was zu futtern. Nicht gierig sein. Der Synchronsprächer von Ugo ist halt mega black. Ah! Ja, ja, den Wagen drauf. Ja, ja, ja. Hab ich auch grad gerafft. Hab ich auch grad gerafft. Den Wagen drauf. Und dann kurbeln. Komm her! Ich brauch dich! Lukas ist schon in unserem Bauch. Habt ihr ihn vernascht? Habt ihr wieder an dem geknabbert? Dr. Boy, bist du sicher, dass die wichtig ist? Wo bist du? Los geht's! Gut, eine Insel finden. Ja, dann frag doch, wenn's so wichtig ist. Vielleicht könnte ich so sehr fragen. Ganz diskret. Schön saftig. Ach, der Lukas, da ist doch nix dran. Das ist doch ein Kind, Shit. Da ist doch nix dran. Der ist doch nicht mal voll, doch groß und so. Oha! Oha! Wer ist Arno? Batz, Junge! Lukas, ich sage Bescheid, wenn du Weg frei bist! Verstanden! Danke, das sollte reichen! Der Weg ist schon fast frei! Weg ist frei, komm rüber! Brillant, bin unterwegs! Theoretisch, ja, aber muss man schon... Was ist denn der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Hier ist ein großes Problem, fürchte ich! Wir müssen weg! Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder! Du bist offenbar aus Seel geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht! Oh ja! Oh ja, boy! Weißt du, wie geschickt ich bin? Keine Ahnung, wer du bist! Geil! Ehrlich, mal ein bisschen Shooter-Mechanics hier! So, zack, durch! Aua! 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 Zack, durch! Wer noch, wer noch? Die BM hier sogar Bonus-Pfeile! Ruf die Scheißratten! Ja! Ja, jetzt räuchten wir den Chat wieder, damit er alles auffressen! Schluss jetzt, Mutter! Ich bin dran! Tschüs! Ja! Oh, bitte, wie gefällt euch das? Du hast das scheiß Ding angesetzt! Das freut dich nicht! Aber ich mach dieses Schwein an der Ocke! Tief! Alter.. BAM! Für euch! Ne! Ah Mist, hier ist volle Kanne drauf, Alter! Dodo, 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 dodo! Oh! Nicht Joseph! Lisa, ja warum nicht, nehm ich! Jaaa, wir haben endlich unsere Armbrust! Wir haben endlich die Armbrust ey! Ich brauche Pfeile! Soooo! Alter, die geht ja voll ab, Alter! Ich krieg dich, Süße! Nicht nachlassen! Ich muss ihn erledigen! Ich töte sie alle, Arno! Ich bringe es zu Ende! Sooo sauer, Alter! Eieieieiei! Ich brauche noch mehr Bogenschütz! Ich komm' da schon zu dir! Uuuu! Das waren alle! So! Ja, das Boot! Ich muss die Seile kappen! Ganz schön, aber die... Ja, im Vergleich zu Teil 1 auch noch, ne? Das ist ja das eigentlich das coole, diese Entwicklung! Teil 1 war sie noch komplett äh... unschuldig! Wollte nie jemanden töten oder verletzen! Aber inzwischen ist sie so leid! Die geht da volle Kanne drauf! Nicht so schnell! Na, was willst du jetzt tun? Nein! Ich bin hier! Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst! Jaaa, das könnte ein Problem sein! Warum ist er überhaupt so... Warum ist er so schnell? Schau dir an! So gut vorbereitet! Du wirst gut enttöten! Das muss ich dir lassen! Aber was jetzt? Nein! Nein, nein! Hm... Nicht... Anhalten! Wer tötet muss bereits sein, getötet zu werden! Nur wer... Keine Panik! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Nicht zittern! Ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Das Boot! Ja! Na, der Ausblick? Nein! Nein! Was ist da ohne? Jawoll, Alter! Was ist los? Und wir haben Werbung... Wie, wir haben Werbung? Schon wieder? Wir hatten doch voll den Vorsprung! Oh, scheiße, Alter! Wir hatten doch voll den Vorsprung gehabt! Oh, Alter! Die Werbung erreicht man auch echt schnell, ne? Shit! Sag doch Bescheid! Sag doch Bescheid, wer die Werbung reinstellt, ne? Äh... Ich könnte die Lodl-Bolognese machen? Jaaa... Hört sich gut an! Ähm... 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 So... Es sollte durch sein, ne? Knapp 20 Minuten habe ich meinen Fototermin, aber... Äh... Wir haben fast 12 Stunden Stream hinter uns! Ging eigentlich echt easy durch, ne? Ah! Genau! Versteckst du, ich dass passt zu dir! Ich kriege dich sowieso! Unsicherheit! Erstmal, atme! Seht's gut, dass ihr sie findet! Wo gehst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie. Damit lock ich sie raus. Oh, no. Du tust mit! Komm aus! Ich tue dir nicht weh! ich aber. Ich tu dir aber weh, Junge. Hm. Komm, einmal Fisch schleppen. Bam. Ich schau gerne, solche Spiele bei dir sind. Das freut mich. Das freut mich, Leute, dass ihr sowas mögt und mit mir zusammenzocken wollt. Ne. Und solche Spiele kommen in nächster Zeit immer öfters. Solche Games kommen in nächster Zeit immer wieder raus. Das ist ja das geile. Kalisto-Protokoll wird auch so ein Bänger, ey. Kommt davor, keine Frage. Ich tu dir nicht weh. Ich muss vorhin beim Boot sein. Schneller, verdammt. Halt ihn auf und dann nimm was jetzt. Da drüben seid ihr. So kann man auch den Konter canceln. Gott of War wird hartgeil, aber richtig hart, eyle. Gott of War wird ja auch ein 48-Stunden-Stream nur so den Ball mitschlafen. So. Der Gott of War werde ich hart. Ich hoffe doch, dass alle hat. Egal ob Mann oder Frau oder Mädchen oder Junge. Kein Schritt weiter. Oh, genug gespielt für heute. Ich zeig dir ein Spiel. Boah, Sparta. Ja. Was hat sie auch gedacht, ey. Was hat sie auch gedacht, Alter, dass sie alles kann, oder was? Shit. Wir brauchen die Ratten. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Na, sieh mal an. Verstärkung. Ja, aber es scheint die Sonne. Oha. Die Blut ist da richtig. Wieso hat ihr Mund sich nicht bewegt? Danke, Y3000. Oh, nein. Was tust du da? Ey, die Gesichter sehen auch richtig gut aus, finde ich, ne? Die Mimik und die Augen und so weiter. Fast eines der besten Gesichtsanimationen, die ich bisher gesehen habe. Wie wäre es, wenn wir in den See stechen? Nur du und ich finden wir deine Insel. Die Insel. Tung. Chapter 6. sie wissen gar nicht wie man ein boot steuert und lucas morgen spielen wir weiter morgen will ich das spiel durch es blutet wieder ja wir sollten uns darum kümmern bevor es sich infiziert da drüben gibt es wasser schöne grafik schon mittags wir wollen ja natürlich viel schaffen morgen schon mittags darum ist das deine insel ja die sehen aus wie zähne eine zwei zahn insel ich glaube ich habe sie schon mal gesehen auf einem gemälde in vodans labor sie ist also echt ich mach das seid bitte vorsichtig ja fertig so schnell dankeschön du bist gut darin und ohne die weh zu tun hast du gut gemacht also mein herr wieder ein bisschen friedlicher ne no joke diese szene jetzt in 4k wer so absolut schöne diese ganzen gräser büsche die sehen so nice aus so feine details kommen sie ja noch auf pc auf pc sieht das wahrscheinlich richtig lecker aus schön ist denn ich verstehe manchmal nur ico er sagen ja ist ja französisch ico ich bin bestimmt schneller dort als du jetzt warum weil du ein kleiner angsthase bist ein kleines hum bist dann beweis es drei zwei eins du bist selber ein angsthase hoffentlich blutet es nicht wieder ich gewinne halb so weit nicht lustig doch irgendwie schon hast du dir weh getan das ist eine schöne feder sie ist so weich und blau sie muss von dem nest dort oben gefallen sein siehst du oh ja wir suchen nach weiteren nestern da finden wir bestimmt mehr federn ja bis dahin mache ich aus dir einen ein vogel ein rittervogel ah apropos ich habe bei meinem ausflug mit lukas ein paar hübsche blumen gefunden willst du sie hm ich glaube ich mag lieber federn oh du reudiger alter ich habe alle ich habe alle blumen für dich gesammelt oh ich kann die amrus abgeten das ist am meisten schmerz ist dass ich ein angsthase bin aber ein lieber angsthase das ist aber nett ne hab schön die blumen für ihn gesammelt und der will die nicht mal lass ich dich gewinnen oh nein nächstes mal bist du dran hm äh luka dankeschön für deinen zapf für den vierten monat vor elf minuten habe ich glaube ich nicht vorgelesen und alles die vor 42 minuten ich hoffe du bist noch im stream was ist das gesang klingt nach einer messe gibt es hier eine kirche ein camp was ist das ein markt nein hier gibt es keine stadt aber der gesang kommt von dort vielleicht kennen sie die insel ja wir fragen sie guten tag guten tag du hast die gleiche stimme wie die blumenfrau wir haben uns wohl verlaufen warum sehen die leute oh frösche jahre ich wir sind auf pilgerfahrt also beten wir für eine erfolgreiche reise oh ihr seid auf dem weg nach rom ganz genau und ihr wo führt eure reise hin auf eine insel wir wissen nicht viel darüber unser anführer perue kennt die umgebung gut er hilft euch sicher du findest ihn in der nähe der ruinen er liest die messe ruht ein wenig im schatten ihr seht mitgenommen aus äh ja danke danke gern geschehen warum gehen sie nach rom weil nächstes jahr das jubiläum ist ein besonderes jahr lass uns diesen püree suchen hat er hat sie püree gesagt Achtung Kinder nicht so schnell wie Honk 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 Gänse sind cool ich mag Gänse Gänse sind im Prinzip große Enten kann man nur lieben Hallo 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 Guten Tag Schett sagt auch Hallo ich weiß dass ihr unter dem Boden mitten uns zieht ich weiß dass ihr alle gerade unter dem Boden seid und mit mir geht Schubs Lollipop gibt jemand anderem doppelt so viel bin auch die 5 Euro nicht angewiesen kann sie jemand anders was schönes gönnen bekomme ich im nächsten zu Hause eine Schaukel am besten am besten du behältst aber das Geld ich finde diese Zeichnung auch irgendwie echt cool ne sieht aus wie so ein kleiner Manga oder so erholsam ich will meine eigene haben erst die Insel dann uns weiter hab mich ja im Spiel Stance Ratter genannt mhm Entweder in der VioD nachholen oder warten bis ich auf das Zweitkanal hochladen Hallo Hi Hallo 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 äh Lukas ist mit dem Schiff weggeschwommen mit der Mutter der hat einen Sack am Gürtel hängen warum hängt der Baum mit einem Sack an seinem ich suche deine Nähe beschütze diese demütigen Pilger die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen auf ihrer heiligen Reise und empfange die Gebete der Bedürftigsten Amen Amen Ihr könnt jetzt zu Danke Amen Amen heißt nicht Danke weißt du Ah reden wir mit ihm Ach Igo Hallo Hallo Oh Hallo und willkommen Ihr seid neu hier Ja und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom Nein wir suchen nach einer Insel sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen man sagte ihr könntet uns helfen Aus dem Stand nicht aber ich hab irgendwo eine Karte des Mittelmeers Wollt ihr sie sehen? Ja danke das wäre perfekt Ihr Leute Wartet hier Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen Das Mädchen hat Soldaten getötet sie ist bewaffnet und gefährlich Auf Geheiß von Graf Viktor von Aal durchsuchen wir dieses Lager Ich erkenne einen schuldigen Blick Aber was du auch getan hast du bist immer noch ein Kind Kommt mit mir Wir müssen euch aus dem Lager schaffen Wir sind hinter uns her Und bleibt unhauffällig Was ist hier los? Aus dem Weg Schelte räumen Sie suchen nach jemandem Kooperiert und niemand wird verletzt Bitte tut uns nicht weh Wir haben nichts getan Wir sind fromme Christen Irgendwelche neuen Kräger Eindringlinge Doch Hier kommen jeden Tag neue Leute an Werden sie uns verraten? Nein aber Ich hoffe ihr tut Buße Ich versuch's Wir alle müssen uns dem Urteil stellen Krass Ich liebe die Atmosphäre in diesem Spiel irgendwie Ein Mädchen und ein kleiner Junge Ich bin mir nicht sicher Wir sind so viele Dann denk nach Hey Vorsichtig Zurück Ich käme jetzt noch weg Oh sorry Äh Nein Versteckt euch unter dem Kahn Ich kümmere mich um sie Komm Amicia Ich weiß nicht Entschuldigung Ja was ist Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen Sie sehen zwar nicht verdächtig aus Aber wer weiß Besser als nichts Werfen wir einen Blick drauf Ihr habt ihn gehört Aufpassen und Augen offen halten Gute Idee Gehen wir jetzt Amicia Noch nicht Wart auf sein Zeichen Mhm Hey Ihr da Ich Wie lange seid ihr schon in diesem Pilger? Der Weg ist frei Kommt Ruhig Gehen wir Da ist ja der hübsche Mann wieder Der Pilger? Ja der ist Der ist bestimmt duftende Habt unendlich Dank Danke Seid vorsichtig Dankeschön Dankeschön Pferdchen Komm Wir müssen hier weg Ich hoffe die Soldaten tun ihnen nichts Sie werden niemandem etwas tun wenn sie uns nicht finden Entfernen wir uns so weit Amen Ich mein dich Awww Gut dass du mich nicht riechst So 10 Stunden hier zu zocken Fängt man da schon alles zu müffeln Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt Hallo Vanessa Oh nein Schnell Oh nein Sie sind hier Lauf wie du gerade auf Zu mir Awww Richtig Hier Rühr mich nicht Nein Awww 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 kann ich was upgraden am brust theoretisch aber ich glaube ich würde wirklich ausrüstung weiß ich nicht die alle die ganzen upgrades überzeugen mich ehrlich gesagt alle nicht so schnelle nachladen ist ganz schnick denke ich mal ich muss wahrscheinlich eher alles freischalten von daher sollen wir kommen und helfen wir haben hunger nein noch nicht noch nicht ich muss auch manchmal selber klarkommen ohne euch nein nein ja genau aus scham alter die hatte richtig laune dabei du hast noch acht minuten wegen der mitte stimmt sind dass die soldaten aus der stadt ja aber sie waren nett sie sind sie aber nicht glaubt mir so pürit auch noch mal mitgenommen wir sind die ganze zeit unter dir ja ich weiß ich weiß wie krabbelt hier und werden am boden die fleißige zuschauer über die ich danke für die 100 bits es geht raus mein lieber warte amicia da ist jemand ich höre nichts woher weißt du das ich ich spüre es ist sinnvoll die ratten die haben alle helme auf die bleibt auch dabei stehen wenn ihr das machen die haben alle helme auf ist doch freudig du hast doch am brust 0 0 am brust das kam von der das kam von der das kam von der das kam von der verdammt was was das kam von der das kam von der das kam von der Schade. Schade. Ach, kann ich irgendwie stärker werden, dass ich die im Nahkampf killen kann? Ich dachte wirklich, die würden hier endlich mal im zweiten Teil achtet auf, dass ich die Gegner im Nahkampf in Feuer oder Ratten hineinstoßen kann. Okay, hier können wir schubsen. Das ist doch immer nett. Schneller von Treffer. Schneller Tod. Schneller nachladen, okay. Rato. Rato, Gato. Okay, Shad. Ich würde sagen... Bin schon durch die Tür. Wollt ihr euch verstecken? Habe ich den ausgenockt? Ich habe den ausgenockt. Wie geil. Schön in die Magengrube. Versenken, ey. Ich habe doch einen Armbrossschuss, oder? Hatte ich nicht einen Armbrossschuss? Scheiße, ich glaube, ich bin gestorben, als ich den aufgesammelt habe. So. Ja, Munga, Shad, wartet, wartet. Eure Einsatz kommt bestimmt gleich. Ihr dürft gleich bestimmt ein paar Wachen vernaschen. Sie dürfen nicht entkommen. Spürt sie auf. Ich glaube, sie sind da unten. Ich sehe nach. Okay. Hier kann man abwackeln, ne? Hier könnte ich so ein, zwei Leute abwackeln. Kann die ein Pfeifgeräusch ausgeben? Aua. 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 So, im Brand, im Brand stecken, wäre ganz cool, ne? Ja, das ist unser Fluchtmagnis. Rosa, bei euch. Oh, die Krieg aufschwärzen. Ja, seitdem ich bald 13 Stunden. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist es eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Weiter zu werfen. Kein Gebatze, damit mit dem Messner hinten erschöchen, dass sie nun die Schwachstischstelle kennt. Oh, ah. Okay, Raffinesse ist echt schwer zu leveln, muss ich sagen. Raffinesse ist super schwer zu leveln. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ah, toll. Ach, du Scheiße. Junge, wie viele sind das? Alter. Und ich kann die alle nicht killen, außer vielleicht mit Feuer oder so, ne? Keine Ahnung, ob die überhaupt verbrennen. Ja, holt die Fackel raus, Leute. Ein bisschen Foi-Foi. Ein bisschen Foi-Foi. Sneak levelt sich fast von alleine. Sneak levelt sich fast von alleine, wirklich. Aber nee, man kann ja keinen erdrosseln oder sonst was, ne? Nur, weil die einen Helm aufhaben. Denk dran, der Graf von Arl will dieses Land vom Abschaum befreien. Das Mädchen hat deine Brüder getötet. Sie wird dann auch... Weg frei. Woher kommt das ins Geräusch? Sei vorsichtig. Du bist müde. Keine Ahnung, ich will das sagen. Was? Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Nicht hierher. Nicht hierher. Entschuldigung. Eine Rauchwolke? Ja. Eine Rauchwolke? Ist das einer mit Helm? Ja. Da ist aber keiner mit Helm. Da ist eine Truhe. Die will ich haben. Eine gute Truhe, vor allen Dingen. Kriege ich durch die Kills eigentlich Damage? Alter, wieso ist Stealth schon wieder so? Ach so, weil ich die wahrscheinlich durch... Die Steinschleudern kille und nicht durch Messer, ne? Hey, geht's dir gut? Scheiße, er ist tot. Ich finde deinen Mörder versprochen. Schafsköpfe, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Nein, nein, nein. Komm! Ich brauche mich. Sie haben uns erwischt. Nein. Kletterschneller. Kletterschneller. Flanschen. Loot. Alles, was ich brauche. Lauf einfach. Lauf einfach. Okay. Überall Menschen. Okay. Let's go. Oh, no. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein. Wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja. Wir müssen hier raus. Mhm. Ah. Und da ist wieder ein Secret. Ich tue alles, was ich tun. Du Scheiße schon. Jetzt sind wir auf dem Meer. Ja, geil. Zwei Ambrus-Bolzen. Geht doch. Gibt es irgendwie eine Methode, Ambrus-Bolzen herzustellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich habe 114 jetzt. Ich könnte jetzt mehr Messer mitnehmen und pürit-theoretisch. Ja. Mach ich, glaube ich. Macht, glaube ich, Sinn. Viel besser. Hallo, Spieleboy. Wie geht's? Ah, die kriegen die ganze Zeit Kopfschmerzen, ne? Ach, schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein. Shit. Amicia. Shit. Schlechter Zeitpunkt. Amicia. Der Shit kommt wieder. Wach auf. Ah, wir sind hier, Amicia. Du musst aufpassen. Was soll der ganze Knack? Mir nach. Oh nein. Soldaten. Nein, nein. Amicia, wach auf. Sie sind auch hier. Nein. Sie sehen uns. Was soll ich tun? Ja, mach doch wie im ersten Teil. Rufe auf die, einfach die Ratten, Mann. Oh ja. Ich bin Teil des Shits. Ich bin der Shit. Und mein Shit ist erbarmungslos und hungrig. Nein. 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 Ich bin einer von euch. Was? War das echt? Oh, du bist zurück. Geht's dir gut? Was ist passiert? Hör ich da? Ratten? Xarox sag ich schon, dass da was. Keine Sorge. Sie helfen uns. Oh, was? Hey. Ratten. Hast du gesehen? Ratten. Ja. Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf. Ich brauche wieder die Kraft des Shits. Wie? Ich zeig's dir. Geil. Wieder Teil des Shits. Vater. Was ist los? Teil des Shits. Was ist los? Antworten mir. So. Geschafft. So. Schönen Mittagessen für euch, Shat Organisierte. Ich führe euch. Das hat er doch im ersten Teil auch schon gemacht. Wieso ist die so verwundert? Ich muss. Das verstehe ich nicht. Ruhig. Los. Gehen wir. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja. Ich darf sie benutzen. Und die ignorieren uns jetzt, glaube ich, auch. Oder? Gehen wir erstmal weiter. Doch nicht. Schade. 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 Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher, Kontrollent? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Noch mal ne Feuerbombe? Was ist, wenn ich keinen Topf gefunden hätte? Was ist, wenn ich keinen Topf gefunden hätte? Dann könnte ich gar keine Feuerbomben machen. Ich kann höchstens mit her verstärken, ne? So. Wir haben eine super Fackel jetzt. So. Ein paar Ratten ausgelöscht. Minecraft sucht die... Da ich schon 13 Stunden live bin, bestimmt. Wegen des Spiels habe ich so Bock auf Tomb Raider. Ist auch nice. Ist auch nice. Aber ich finde, das Spiel hat sehr viel Ähnlichkeit mit Last of Us. So von der Story her... Na, Story vielleicht nicht. Ich meine, eher so, dass es eine Charakter-Story ist, ne? Mädel, weißt du schon, dass du auch Türen mit einer Hand aufmachen kannst und die nicht? Es ist kalt. Ich muss mich schneller bewegen. Ja. Das hält dich warm. Junge, diese Logik mit dem Fackeln, ne? Werde ich hier nicht verstehen. Lukas ist mit dem Floß weggeschwommen. Der ist jetzt erstmal Fuchikato. Ein Stück Stoff. Der ist neu. Hm, yep. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen ist Meg... Den da. Oh, das ist cool. Dass wir einen neuen Verband kriegen. Entschuldiger. Fertig. Danke. Ich hoffe, das hilft. Das sind coole Details. Das ist ja optional, die Stelle. Man hätte die auch verpassen können und den Verband nicht gewechselt, ne? So. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Oh ja. Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. ...Göne, ne? Wie war das nochmal, dass er die Ratten übernimmt? Scheiße. Wie war das nochmal, dass er die Ratten übernimmt? Schon ganz vergessen. Hä? Ne. So machen wir den Scan. Okay. Aber... ist doch da. Ja. Shit. Verfolgt mir. Shit. Ich übernehme euch einmal. Es gibt was zu essen. Shit. Shit, ist hungrig. Shit, ist hungrig. Ach, der hat Licht, okay. Der hat Licht deswegen. Yum, 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 yum. Ja, ich habe sowas von die Kontrolle. Komm her. Ach, der hat auch Licht, ne? Okay, der hat leider auch Fackel. Da sind überall Fackeln, da komme ich nicht durch. Aber hier kann ich hochklettern. Quick, 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 quick. So. Hammer. So, die haben Fackeln, die können wir nicht. Der hat auch eine Fackel, die können wir nicht. Okay. Oh ja. Ja, aber sei vorsichtig. Ja, mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Püri, so. Was? So, zack. Bisschen Alkohol. Alkohol macht Biennihol. So, und ich probiere jetzt mal, die ganzen Wachen mal abzufackeln. Vielleicht bringt das, geht das ja. Aber das ist, glaube ich, eine Kombi aus Teer und Dings-Post, ne? Ey. Nee. Okay. Hm. Komisch. Wir haben kein Messer, ne? Wir haben kein Messer. Das hier was? Da ist ein Topf. Was ist das für ein Game? Steht unten im Titel. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ihr seid tot. Vorsicht. Drecksratten. Immer noch nicht. Ey, beleidige nicht mein Chat, ja? So ekelhaftes. Beleidige nicht mein Chat. Chrissy, unter dem Titel gibt es immer die Kategorie, was man gerade spielt. Das ist bei jedem Streamer und jedem Twitch-Stream genauso. So. Hm. Wir behalten die Anbrust für Notfälle. Lol. Verdammt. Kwanz. Da haben wir geflatscht. Das sind meine Ratten. Dazu bist du da. Danke, dass du da warst. Maybe. Ugo. Hier zum Beispiel. Ey, verbreitet auch nicht die Ratten, Mann. Da, versteck hier. Wir wurden entdeckt. Wir können nicht weit sein. Okay. Quats. Mehr Fleisch. Wir haben Hunger. Ja. Ja. Warte. Ich muss die irgendwie wieder übernehmen. Warum auch immer. Kann ich die nicht übernehmen? Warum kann ich die Ratten nicht übernehmen? Und ich kann die auch nicht auf die hetzen. Die Ratten kann ich nicht übernehmen, weil die gerade die Leichen vernaschen. Okay. Ich brauche andere Ratten. Nein. Aua. Aua. Wo sind die anderen Ratten, die ich liegen gelassen habe? am anfang das war nicht am anfang ihr wart weiter oben habe ich euch da irgendwo abgestellt alles gut alles gut ich bin auch hier bist du sicher dass ich mich zeigen soll ich dafür überhaupt aggression angriff gefühlt nicht so kennst du voll aus vier update teile versuchen wir mal ein bisschen was zu löschen damit wir die anknabern können ich bin weg im ersten teil musste ich immer zahlen war nicht so cool eine gute truhe aber ich alkohol werkzeug und zehn stück wo sind meine ratten doch du siehst du ehrlich gesagt ganz gut kollege weiß ich was du willst klappt eigentlich super muss ich sagen siehst du vor wegen laufende sinnlos ich flatsche hier einfach mal links und rechts haben wir nicht haben wir nicht haben wir sind die soldaten geworden ja die schnellsten machen die nicht die 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 frage ist wie so was 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 wo kommst du hier ist wieder voll aggro mehr ist oft mehr so gebürzt einfach später auf beim ich kenne seine stimme irgendwo die synchro ist eigentlich relativ gut bis auf ego eigentlich so erste phase ist die sehen doch dann kommen irgendwie mpcs an wie kriegen wir das denn da kommt jetzt auch noch ein typ entbogen beziehungsweise ich sehe es da ist nichts am rücken ich probiere einfach mal durch mal gucken was schaden macht das macht schaden guten abend wie geht es mir stets mir geht es gut mir geht es gut gehen wir okay hätte ich einfach nur in top schmeißen müssen ich kann nicht du musst dich allein ja so ist man schät schät ihr seid dran schätzt ich Yugi, Lainarex, da ist Renfri. Shit. Ihr seid aber um dich heute. Oh. So viel Fleisch. Nom, 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 nom. Oh, oh. Da ist der gesamte Shit jetzt. Oh, nein. Ugo! Nein! Oh, oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Holy shit. Wir müssen hier raus. Das ist der Red Nami. Das ist der Red Nami. Holy shit. Shatter hat die Familie eingeladen, ja. Wenn es gratis Drops und Items gibt. So sieht das aus, wenn es gratis Drops und Gratis-Skins gibt. Ich schaffe dich. Mach dich bereit. Live-Event-Zuschau. Ja, oder ist der Chapter-Wechsel? Amesia, komm! Ich kann nicht. Bitte! Ich kann nicht. Amesia, schnell! Ich kann nicht. Amesia, bitte komm! Bitte, Amesia! Okay. Verbrecher. Kapitel 7. Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt dich zur Insel. Er weiß, wo sie ist. Und sie heißt Lacuna. Ich mag seine Stimme gar nicht, ja. Oh. Weil, äh, hier. Bluthund. Alter, Hugo plaudert alles raus. Verstehe. Alter, Hugo erzähl doch gleich alles von der Familie, alter. Und die Bankdaten. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möben! Auf einmal hilft er uns. Darf ich das ansehen? Bitte. Habt noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Doch, danke, Bruder. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Ciao, Pikachu. Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben behalten, bis wir sie erreichen. Ja, als ob. Als ob. Sie hat doch keine Ahnung, ey. Ich komme. Hat er einen nordischen Hammer um seinem Hals? Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Bäm. Ich finde es krass, wie erbarmungslos die geworden ist und quasi eine richtige Kriegerin geworden ist. Und, was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... Uh, stink ich so? Nein, es riecht nach Seetank. Na komm. Warte, wir müssen reden. Warte, ich will mal gucken, ob diese chromatische Aberration... Ob das die Randunschärfe weg macht. Oh ja. Sieht besser aus, glaube ich. Ugo, es ist wichtig. Epic, wir wollen sie als Skin. Ja, warum nicht? Ich glaube, Amicia könnte sich wirklich bald zu einer ikonischen... Ugo, das ist dein Überfall. Ugo, das ist dein Überfall. Du kannst aber nicht von deinem Traum und kann ein Klamm erzählen. Ugo, komm zurück. Ich will nicht spielen. Und ich rede nicht mit Angsthasen. Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Ja, sag es. Sag es. Tu es, Amicia. Sag es. Nenn ihn. Ugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot. Ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin. Sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht es aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Die ist doch selber eine Verbrecherin. Tuna nach all dem Scheiß, den du gemacht hast. Dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Boah, Hugo, Alter. Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Ich mag die Landschaften in diesem zweiten Teil, ne? Also, grafisch und die Szenerien in dem zweiten Teil sind nochmal so ein Level ab im Vergleich zum ersten Teil. Der erste Teil wirkte so, als ob du irgendwie in der tiefsten Ecke von Frankreich ein Schloss hattest. Und das war ein einziges Level oder so. Aber hier hast du wirklich wunderschöne Aussichten. Ja, daher kriege ich Bock auf Urlaub. Wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Echt mal Junge. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Moin Masking und TikTok. So viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Am Griff. Die Abendmövene. Die Abendmövene. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh. Wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war es. Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja. Die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Oha. Fischi. Da ist ein Fischi. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Strandtauben. Brotitaube. Haben wir auch eine Brotimöwe? Hey, sieh mal. Sicher von einem Seevogel? Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Ach, die Möwen kacken die ganzen Kanten voll, dass die weiß gestrichen sind. Ja, jetzt verstehe ich's. Eine Lachmöwe. Was? Willst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Oh, der ist aber auf einmal voll lieb, der Onkel, ne? Brotimöwe ist mein Bruder. Tja. Die Vogelfamily ist auf jeden Fall hier weit verbreitet. Oh. Oh. Das ist das. Warum kann man den Fisch da runterschmeißen? Kommt gleich die... Kommt der Chat gleich wieder raus? Hm. Aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite. Ich helfe dir an mich, ja. Ich weiß nicht. Ich bin verbrechlich. Sagt Ugo. Will weiter so. Zieh, Ugo. Fühlst du uns? Ja. Ihr seid unterm Boden. Da seid ihr, Chat. Oh, Scheiße. Scheiße. Die mühden dich anscheinend. Sie hört mich fast erwischt. Ihr seid so. Ach, komm. Na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Äh. Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Jetzt schaffe ich das. Ja. Versuchen wir's. Es ist quick, quick. Sei vorsichtig, ja. Ja. Erhöht ihr seinen Stresslevel? Ach, jetzt gibt es den Stresslevel. Ähm, die, äh, die gehorchen dir wirklich. Wie, äh, wie machst du das bitte? Wo hast du das gewerft? Psst. Fertig. Dann gehen wir. So. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Näh. Näh. Ach so. Ich dachte, wir machen we- Sollen wir nicht weiter das Boot machen? Nee? Kein Boot? Äh? Wir haben Hunger. Ja, Shad, aber ihr habt ja jetzt einen Fisch zum Knabbern. Fische sind gesund. Wir wollen Fleisch stellen, was soll das? Ey. Was seid ihr so gierig, Alter? Wollt euch mal den Fisch. Das war, äh, zartest, zartestes Thunfisch, ey. Ah, okay. Ah, okay. Hier geht's zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Drachen in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger so nah. Und wir haben noch den Jungen. Wir finden die Typen müssen. Noch nicht, noch nicht. Wir brauchen Botschaft. Noch nicht. Ich will den Fall behalten. Ich hab den verwertet. Oh, oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, kurzer. Die Gehauchentiere. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das ist gegen meine Männer eingesetzt. Das ist für mich egal. Hauptsache, es leuchtet. WhatsApp. Oh ja, es leuchtet. So, aber warte mal. Schön, dass das leuchtet. Okay. Äh. Wie mach ich das jetzt am ressourcensparendsten? Booste ich die Flammen? Und da können wir da rechts hoch. Aber was wäre da links? immer soll dass das tut weh ja ich muss kurz durch muss durch die ganzen drops zuschauer durch links völlig in sammeln wirkt ja du kommst mit und gehorst so lange wie hier leben da rauskommen mensch so eine fackel wäre doch echt schön alter du magst wirklich nicht mensch ich verbrauche so viele ressourcen nein das ist super chat chat einmal zur seite einmal zur seite ein bisschen kurz durch red nido time und er nicht schon wieder ich will dass es aufhört geschaffen ist nach nach platz da für den wir die platz für den zappkarren das ist der zappkarre da sind die ganzen zapp drauf und das befehl für euch bitte noch ein bisschen an klar war nein 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 ihr kriegt leicht zu essen könnte riesig sein oder ist es riesig was da jetzt wie das aussieht ja sieht aus wie so eine alien höhle aus alien nur einen kleinen hugo brauchst nicht also sollen wir den schubsen also das man jetzt gehen Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ja. Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle, das ist Epi-Sungrease. Guck mal. Hugo kennt sich besser aus. Ach, endlich. Den alten Mann anknabbern. Gehen ab und wirken mir zu. Ne, 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 ne. Leute, der schmeckt alt. Der schmeckt alt. Was wollt ihr denn an den Knabbern? Perfekte. Fangt das Taktik. Ja. Kurste Zielerfahrer. Mach Anno den Weg frei. Aber warte mal. Dahin, ja. Ja, weiß nicht, was das war. Aber haben wir die Haut gerettet? Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ja, mach doch. Ich überlasse es dir, Anno. Los. Kurbel mal. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Ambrust-Magie. Mal sehen. Ambrust-Magie, ja. Ist klar, Kollege. Hey, lass gut sein. Los geht's. Kann ich hier das Epic-Epic-Argues benutzen? Oder muss ich das boosten? Darf man an dir knabbern, Sen? Ab und zu mal knabbert ihr auch an mir, Shit. Wenn ich euch nicht genug füttert, knabbert ihr auch an mir. Was meint ihr? Müssen wir das boosten, damit das stärker brennt? Oder was soll ich damit? Aber wie kommt er dann da hin? Das bringt nichts, das zu boosten, oder? Kann man hier runter? Ja, kann man! Shit! Seht ihr, Shit? Hier hat er mir geknabbert. Übernimm du das, Anno. Nein, Fischer. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie. Mal sehen! Lass uns das Ding mal boosten, würde ich sagen. Leere, ja? Schau ich mir an. Warte, können wir... So. Wir versuchen es zu boosten. Das bringt nicht viel. Das bringt nicht viel. Hallo Wuschel, wie geht's dir, mein Lieber? Ne, er muss zurücklaufen. Eigentlich, der muss wieder da hin, ne? Aber da kommt er doch gar nicht drüber, Slasher. Guck mal. Da ist, da ist eine Abgrenzung, ne? Mal sehen! Virtuellen Keks an der Gamer, bitte. Seit wann hilft, Anno? Seit... paar Minuten. Scheiße. Ich bin da. Okay. Jetzt müssen wir nur noch da irgendwie durchkommen, ne? Einen Fall wiederverwerte ich. Vielleicht auch beide. Ich weiß nicht. Ich hab aber das Gefühl, ich brauch nur einen. Genug nerven, Kutze? Ich war in 100 Stachten. Habe den Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheißer lassen mich wie ein grün Schnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Warte, warte, ich weiß was. Sein Schild anbrennen. Schieß ein Feuerbolzen auf meine Schild. Ha! Totium. Das ist die Pfeilejäger. Na gut, von mir aus. Das habe ich gespürt. Gut. Sobald du bereit bist, bin ich... Warte, 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 warte. Das Feuer brennt wie die Hölle. Beeilst du dich bitte? Ja, 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 ich musste kurz Pfeil nachladen. So, los geht's. Amicia, ich brauch dich hier und wir schaffen das. Habt ihr gehört? Ja, Shad. Shad, aus dem Weg. Ihr hattet genug zu knabbern. Hey, beleidigen meinen Shad nicht. Die sind nur hungrig, ja. Weicht zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle noch mal. Ja, aber mein Arm ist jetzt gut durchgemacht. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug reingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. Mach mal Feuer aus. Ne, ne, ne. Ich muss ja was sehen. Ich muss ja was sehen. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch. Das kann nicht. So. Aber wir sehen nix. Ne, Shad, ab wieder unter die Erde. Ihr habt genug gespielt. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Hm. Ah, Workbench. Benützen wir irgendwas, um zu verbessern? Wir haben 126 Teile. Hm. Ambrus könnten wir schneller schießen. Zusätzliche alchemistische Munition. Und mit dem Topf können wir killen. Ja, ich würde mal sagen. Zack. Mehr Pfeile tragen ist, glaube ich, immer gut. Ja, nochmal. Was bringt ihr schneller schießen, wenn kaum Mumie? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber... Die paar Munitionen, die man findet, ne? Ist ja echt ein Witz teilweise. Aber ansonsten sind die Upgrades echt nutzlos, finde ich. Also die meisten Upgrades, die man hier machen kann, bringen nicht mehr so viel. Höchstens hier vielleicht noch Schleuder. Größerer Köcher, könnte ich auch noch machen, damit ich mehr Pfeile mitnehme. Sieht gut aus. So. Oh, ist das das große Brack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteig ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia. Der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Hm. Das Boot verbringt wo wir hin. Sommerregen. Da stand der Name. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Ja, der Rumpf hat auf seinen Reisen viel Sand und Felsen gefressen. Oh je. Es ist schlimm, seinen Namen zu verlieren. Wir taufen es neu. Darf ich? Klar. Warum nicht? Das hat es sich verdient. Ich nenne es... Die Unsterbliche. Sieht aber ganz schön tot aus. So sieht es auch aus, ja. Tja, tot ist der, der komplett unter der Erde liegt. Dann bekommt es seine wohlfaltlierte Ruhe. Kommt. Oh shit, da seid ihr ja schon wieder auf der anderen Seite. Das hat schon was gegessen. Nee, noch nicht. Machen wir nachher jetzt Chili con carne. Oder sowas. Hm. Ah ja. Ich hoffe, das reicht. Wie viele Smuggler gibt es hier denn? Ein paar Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammen gesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit eine heilige. Ach ja? Eine heilige? Oh nein. Keine heilige. Aber ach du heilige. Oh, 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 oh. Soldaten? Okay. Da ist Feuer. Ach nöööööö. Ach das ist doch scheiße. Auf einmal liegen die ganzen Feuersachen zu weit auseinander. Wie komme ich da jetzt dran? Wie komme ich da jetzt am besten dran? Weil ich würde gerne so einen Stock nehmen und dann da hinlaufen zum Heuballen. Aber ich muss wohl wieder durchrennen. Nee, nee, nee. Durchrennen bringt nichts. Durchrennen macht nur Tod. Ja gut, bleibt nur Boost. Aber das verbraucht so viele Ressourcen alles. Das ist das Problem. Ach komm, lauf doch mal schneller. Lauf doch mal schneller, Alicia, ey. So. Boah. Okay. Okay, da links können wir und wir können auch da rechts. Hmm. Ich würde sagen, nochmal boosten. Gucken wir erstmal, was hier Sache ist. Okay. Echt mal shit. So, doch mal was anderes. Zack. Los. Ich will los. Okay. Gut, dass hier keine Ratten sind. Was haben wir hier? Ah, Leile. kann ich bestimmt nicht löschen oder doch gar nicht und sie nicht so scheiße das wollte ich aber nicht benutzen das ist ein großes boot ja der ist dort so aber sie ist ein feuer gelöscht ok den killen feuerstelle anzünden das ist ein großes boot irgendwelche spuren gefunden ja tot jetzt zünden das mal an und löschen mal den da oben wobei erst ziehen wir ja das ist natürlich smart ok 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 Ey, nicht wieder zurückgehen. Oh. Meint ihr, ich komme da an den Pfeil? Oder muss ich einen brennenden Pfeil da reinjagen? Brennender Pfeil da reinjagen. Fuck. Logisch, wenn man den Pfeil rauszieht, ist das Licht ja auch wieder aus, oder? Ich finde, das hat eine gewisse Logik. Das ist ein großes Boot. Danke. Ja, Shit, ich denke doch an euch. Ich denke doch an euch. Aber das Stresslevel von Hugo geht gar nicht runter, ne? Ja, der schmeckt bestimmt... Shit, mögt ihr den? Ich finde, das ist teilweise echt kompliziert. Die ganzen Sachen hier, ne? So, vielleicht können wir das Ganze weglocken, indem wir das so machen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt? Da unten die Facken. Hm. Wir machen mal da hin, mal gucken, ob das reicht. Nee, reicht nicht. Toll. Die wollen nicht weg. Die wollen nicht weg. Hm, mhm, mhm. Hä? Huch. 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 Ich hab mich von da teleportiert. Hä? Ja, nice. Hacker. Ich war vorhin da. Jetzt bin ich hier. So ein Irrsinn. Tschüss. Du verdammter. Das nennt man... der Red Skip. Hab einmal die Ratten geskippt. Okay, wenn ich schnell genug bin, kann ich da runter zu der Wache und die einmal yeeten, oder? Und ich glaube, das ist aber nur ein alternativer Weg, oder? Oh, da ist aber eine schöne Truhe, oder? Da ist aber noch eine schöne Truhe. Und Anno kann Leute killen. Okay, lecker Fleisch, ja, aber auch lecker Truhe. So, Mensch, geht doch mal weg hier. So, haben wir. Okay, und hier sind Ratten, obwohl es hell ist. Das makes no sense. Komm. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn? Dankeschön, Janussi, für den Sub. Kussi. Kussi auf dein Janussi. Voll in den Rücken, Junge. Nicht killen, Junge, du sollst ja nicht killen, Mann. Egal. Ich setze jetzt das Pyrite ein. Nur mal diese Kiste zu kommen, ja. Hier ist es. Da ist es hell. Wieso sind die da? Wie oft kann man diese Peitschen nutzen? Ich glaube, ich habe aktuell zwei Stück davon. Man sammelt die halt immer wieder auf. Warte, ich kriege das schon hin. Ich kriege das schon hin. Ich kriege das schon hin. Gibt es da irgendwas zum Anzeigen? Aber ihr habt meine Füße angeknabbert, Chat. Ich hoffe, es hat geschmeckt. So. Alle mal hier zur Seite bringen. Und dann da durchsprinten. Ach, geht ja nicht. Ich hoffe, das hat gespeichert. Ein bisschen Käse dabei. Ach Gott. So. Wir sind endlich durch. Da sind auch zwei Pfeile. Schmeckt. So. Brauche ich irgendwas? Nee, ne? Okay. Die sind auf Schmugglerjagd. Trotz der Rad hier entlang. Ja. Ein diskreter Weg für diskrete Leute. Wir sind sehr diskret. Bis auf 10.000 Ratten in unserem Schlepptau sind wir absolut diskret. Ach, Hugo. Ach, Hugo. Ist dir das hoch genug? Haha, siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Ball nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dann schüttet sie auch wie ein Ball aus. Wie geht's dir da hin? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Tja, danke, Arno. Ja, danke. Also dann auf zum dritten Kopf. Abwart. Ich glaube, nächste Woche kann ich wieder Brüste öffnen. Oh, schaffe ich's endlich. Ich weiß, du führst gern. Aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es verdammt. Lass ihn durch. Da ist Sophie. Anu. Selbst die aßfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Ugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester... ...muss doch gezämmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach La Cunha. Bitte stellt keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann... ...komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönne mir eine Pause. Was soll's. Allerdings... Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens... ...des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja? Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf. Dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja. Geht wir. So. Du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Weiter geht's. ...dass ich... ...dass ich... ...sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Alright. Oh, es liegt nicht ganz schön doll. Jawohl. Ein hitziger Wetter. Seht ihr das Licht? Das sieht nice aus. Statt selber zu kämpfen, haben wir jetzt jemanden zum Kämpfen. Jetzt hast du's geschafft. Da kommt noch einer. Ja, und? Den knüpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott. Na komm, kämpf einfach. Ich schnapp ihn dir. Kämpf einfach. Ja. Hallo, du und ich. Verliehen. Hab die Frage. Uff. Ich kann's sehen. Das sehe ich. Hast du gut gemacht, Brauna. Hast du gut gemacht. Das heißt, wir können hier jetzt einfach alle komplett umbolzen. Einfach alle. Bam, bam. Ach. Steh auf. Kämpf, Junge. Ja, jetzt. Jetzt ist doch entspannt mit dem Gegner, oder? Moin, Pizzacakes. Erfolgreich ein Typen gezehnt, wie Gronkh aussieht. Ja, Gronkh kämpft an unserer Seite. Und ein Stor bricht auf. Wie bekommt man eine Skin? Schau doch das Video an. Oder welchen Skin willst du? Ah. Okay. Arno ist also auch nicht unsterblich. Irgendwann werden hier zu viele. Verstehe. Ja. Ja, wie gesagt. Ja, jo. Schau dir einfach das Video an. Dort habe ich alles erklärt. Wir müssen jetzt hier nicht über Fortnite-Skins reden. Aber Ausrufezeichen gratis für den Gratis-Skin. Okay. Hier haben wir alles. Einfach an die... Ja, das Spiel ist auch nicht schlecht. War das? Gehört ganz die Arno. Ja. Batz. Batz. Und jetzt wer ist so dran. Ha. Kombo-Bombo. So wird es gemacht. Also damit sollte meine Aggressivität hier auf den Angriff deutlich steigern. Ne. Das Schwierigste ist tatsächlich Raffinesse. Batz. So. Vielleicht könnte ich den Schildtypen eine flatschen. Batz. Er mordet. Quatsch. So, kriege ich das vielleicht mit Hugo? Ne, ne? Ja. Gehört ganz die Arno. Ja, komm nur hier. Nein. Halt, boah, ab. Ja. Zack. Ja. Zack. Hier sind Unruhe-Stefter. Na komm, mach ich die Hüte kaputt? Ne? Okay. Ich dachte doch vielleicht, wäre er vielleicht praktisch oder so. Oh, oh. Der sieht heftig aus. Okay. Einer down. Äh... Ja. Und dann den Bogentyp da. ich bereite mal vor dann musst du nur noch da musst du nur noch reinstechen so ist auch hier am rand super komm doch her junge ich hab endlich ein schwert bei mir ich mach mal fertig ist doch so sehr viel teamwork ja guck mal wie viele so viele soldaten haben wir noch nie in einem tag abgemurkst und da kommt noch einer weiß ich nicht weiß ich nicht komm her erstmal kommst du hin so anno so längst den ab easy selbst mit dicker rüssel bleibt stehen bleibt stehen ja wenn er schon so lieb fragt wenn der so lieb fragt doch ich denke ich möchte noch mal stehen ist auch okay sagen weiter soll er ja soll er ja war ich da schon weil ich hier schon war ich da schon wahrscheinlich konnte man nicht hier rein sneaken jetzt es sie wir haben schon 4 4 stunden ford gespielt reicht auch heute komm her alter anno machst du auch gar nichts mehr alleine oder was so jetzt gern geschehen also wenn das meiner angriff erfahrungspunkte nicht boostet dann weiß ich auch nicht sorge für sie habe ich aber noch gar nicht gespielt aber aber fort nicht ja an die ich weiß das ordentlich man merkt wie hier richtig wie die leute aber kommt heute nur fort nicht ist halt schade gibt so viele schöne spiele oder auch alle alle um phobie doch zu viel geht immer ein gesunder mix ist das was am meisten spaß macht weil dann hat man auch mehr spaß antwort hat weil das man auch mal abwechslung hat mach mal schwefel ja tobi bisher nicht der einzige der heute nach vorteil gefragt ist ja alles gut wird ja nicht hat er jetzt schön zopp geflochten ja ja da haben wir ordentlich erfahrungspunkte für angriff bekommen all right alle bananenbrei gewitter kommt hoffentlich lässt er nach bis wir beim boot sind hoffentlich kommen wir da überhaupt hin das auch ja ich ja ja das bedeutet es ist nur ein gut es heißt larras kass der fisch bedeutet pech für dich bedeutet du wir haben Gesellschaft findet sie hier schreit jemand um nein So, dann sind wir wieder ein bisschen Ratten. Hat eine Licht, hat eine Licht. Alles gut. Ach, das ist ja jetzt echt easy mit den Gegnern, ne? Das ist jetzt echt entspannt, indem man die so umknüppeln kann. Ist aber nur in diesem Kapitel wahrscheinlich. Mach kaputt, Anno. So, und hier soll es jetzt irgendwo ein Collective geben? Ich weiß da nicht. Ich weiß ja nicht. Hallo, GMLP. Geh nicht zurück. Guten Morgen, Trippag. Okay. Na, die Soundkulisse und das Sounddesign ist auch nice, ne? Die Regentropfen und so weiter, das, was man alles hört. Das sind deine Schande. Deine Männer sind auch nicht besser. Der setzt uns zusammen. Typischer Sünden halt. Hä? Hier gibt's kein Collective. Gibt es wirklich nicht. Hab's gesucht. Gucken wir mal hier. In meine Kiste. Interessantes Fischerdorf hier. Da ist eine fette Kiste, da hinten. Die will ich haben. Ja, Shad, wollt ihr irgendeinen anknabbern? Ja? Habt ihr wieder Hunger? Okay, aber... Ah, da hinten. Da hinten muss ich erst irgendwas ziehen. Verstehe. Schnell, hoch. Hm. Nein, die Wellen sind ganz cool. Ey, der hat so safe, keine Ahnung, wo diese Insel ist, oder? Der hat so gar keine Ahnung, wo das ist. Werte ich mit euch. Wenigstens ein paar Upgrade-Teile. Shad ist unten auf dem Boden. Hm. Nochmal der Truhe. Nimm ich eh mal gerne. Es gibt hier trotzdem kein Collectible. Angeblich soll, bevor wir in das Dorf reinkommen, hier auf der linken Seite irgendwo ein Collectible sein. Gibt's hier aber nicht. Ich glaub, das ist die falsche Abteilung. Oder hier. Ah. Das ist aber ganz schön früh. So. Wo ist eigentlich die Frau, die mitkommen wollte? Die wartet, bis wir alle Ratten weg haben. Und dann kommt die nach. Ach. Mann. Endlich mal ne Fackel mitnehmen. Mensch. Du kommst hier auf Ideen. Hallo, Kasu. Wie geht's? Wie steht's? Oha. Death Stranding, Alter. Das ist so schön. Das ist es. Es bringt mich zum Weinen, aber ich weiß nicht warum. Halt es in Erinnerung. Oh. Die ersten Menschen. Als ob ich die Fackel da wieder reinstecke. Kannste knicken, Mädel. Ja, Alter. Die ist so dumm, was die Fackel da geht. Die hätte mit der Fackel hier ruhig durchkommen, ruhig klettern können. Das Dorf haben wir jetzt halbwegs gekleert, würde ich sagen. Nur noch die eine fette Kiste da. Aber die kriegen wir auch noch. Hey, komm mit hoch. Sackgasse. So, da können wir Seil ziehen, ne? Na, komm. Oh, hat er nicht jetzt. Hat er jetzt nicht. Sag, Kammer. Ja, geh mal kurz vor. Ja. 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 Ich sag, Kammer. Okay. Dann können wir das hier runterziehen, ne? Zieh! Zieh! Wir haben Hunger. Shit, ich hab schon genug gefordert, ja? Erst muss ich da hinten die Truhe holen. Hier, noch ein paar Ratten. Weg damit. Konzentrier dich! So. Ist sie... So, ich glaube... Jetzt ist fast der Weg frei. Aber nur fast. So. Jetzt aber. Bevor mich die... Bevor mich der Chat anknabbert. Schnell. Der Chat riecht mich. Der Chat riecht mich um meine Füße. Hallo, Sonnylein. Kletter hoch. So, die Truhe haben wir auch. Check. Sniff, sniff. Nicht an den Füßen schnüffeln. Sonst kriegt der Schnüffelis. Schade wollte er knabbern. Ja. Ihr habt doch gerade schon eine Leiche angeknabbert. Nice. Geschafft. Sieht sicher aus. Ja. Sicher genug. Immer noch Kopfschmerzen. Da ist es. Amicia. Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Feucht. Wir sind gleich hier. Lass die Racken los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Ich zeig's ihm ruhig aus. Geht's dir gut? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Okay. Wo ist der Rest jetzt? Wo sind die anderen zwei? Ja, ja. Ich glaube ja schon. So. Wollen wir irgendwas upgraden? Wir haben zwar Materialien, aber ich glaube nicht. Kann sie aus gegnerischen Leichen zurückgewinnen, aber ist das safe oder ist das nur eine Wahrscheinlichkeit? Sonst wäre das ja ziemlich cool, sondern hätten wir ja unendlich Pfeile theoretisch. Dann könnte ich eigentlich alle abmoksen. Das Gewitter sieht cool aus hier auf jeden Fall. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Blakuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das Bier. Ja. Okay, hier kann ich drüberspringen. Also, muss selber drehen. Der Green Screen, ah. Wir haben den Anker blockiert. Geht zum Steak mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Was? Geh ein Stück mit der Kurbel? Hä? Was meint ihr? Okay. Reicht das? Ach. Alter, Ugo hat aber auch ekel. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ist die Stange gebrochen? Nur verzogen. Die Rücken müssen ihn über Sand gezerrt haben. Tut mir leid. Gebt Schlimmeres. Das Boot hat einiges erlebt. Hm. Geht zum Steak mit der Kurbel. Hier? Nee. Alpatek, sag ich schon, für den 13. Monat. Kurs geht raus. Spohodrafi, danke schön für den 5. Monat. Und Julien Hex für den 21. Monat. Ach da, sag das doch. Da unten sind zu viele Ratten. Da unten sind zu viele Ratten. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Das ist gut. Chat, ihr habt auch was bei mir gut. Ihr habt bei mir auch was gut. Eigentlich sollte ich euch alle abmurksen, aber ich war so gnädig, ich hab's nicht gemacht. Ihr steht in meiner Schuld. Geht los. Hallo, ich brauche Hilfe. Natürlich. Mach doch mal. Weil sie der gute Lakuta. Ich hoffe es. Danke. Gerne, gerne. Wie zerbrech sie? Hä? Was soll ich zerbrechen? Ich denke mal, ich soll das sinkkurbeln. Pizza, Keks, alles. Alles, was in nächster Zeit rauskommt. Okay, alleine kann ich das Ding nicht bedienen. Aber was soll ich zerbrechen? Hä? Irgendwie ist das Ding zu zerbrechen. Ja, doof. Ach. Oh Gott. Diese kleine Viecher, die man immer anschießen muss. Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Das sollten wir ihn hinkriegen. Das werden wir. Amicia, geht es jetzt los? Ja. Was hab ich gesagt? Zurück in die Kabine. Es geht los. Es geht los. Zurück zum Anker. Wir wollen ja auch nach Marseille, ne? Nichts. Hey! Na, geschafft! Ja! Der Anker ist oben! Sehr gut! Und jetzt ist das Großsägel! Auf dem Oberdeck! Ai ai, Captain! Ai ai, Captain! Ab nach oben! Gleich geschafft! Ich gehe nach Backfields. Äh, na gut. Ich zur anderen Seite. Genau, ich bin auf der anderen Seite. Hier ist die Segel, Matrosen. Ihr kommt nach, ne? Wer hat denn da... Dann bitten wir's los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heil. Ja, ja. Hier. Ach, jetzt geht das, ne? Jetzt auf, auf, aufs Schiff, Mann. Amicia, still! Amicia, wir segeln. Hörst du nicht, wir segeln auf dem Meer. Bist du nicht. Wo willst du hin? Sehen sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Dö, dö, dö. Okay, das haben wir hinter uns. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. So ruhig, nennst du das? Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso wie Yen. Wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er... Da unten, ne, ist abgesplittert. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, ich verstehe eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Geh ihr zwei, das Segeltzieht nach Backbord. Hilf mir mal. Sie haben es schon auf der anderen Seite. Ich lasse mein Service wie Woche. Verstanden. Tygo, kann ich hier gehen? Okay. Jetzt sag ich, ich sag das Schiff für den Twitch Prime. Komm, es geht raus, dass du mich supporten möchtest. Willkommen bei der Tomatenfarm. Hm, hab Hunger. Ich auch. Ach so. Da soll ich ziehen. Okay. Kachi, dankeschön, dass du da warst. Viel Spaß. Wieso ist die Musik so mysteriös? Das passt irgendwie gerade nicht zu dem aesthetic für dich. Mit der Insel, friedliche Zeiten. Die wirkt gerade so. Guten Tag. Komm mal rein. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns umso lang es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens. Hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Ja. 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 Oh, das sieht schön aus. Lacuna Matata. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Wart's ab, was ich hier gleich vorbeibringe. Ich hab mein Chat mitgebracht. Danke. Auf Wiedersehen. Also. So kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Echt mal? Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen hab. Ja. Ist wirklich ein schöner Ort. Jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen. Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin. Los. Ja. Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und na ja, ich würde gerne helfen. Aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also es ist... Hallo, Walter. ...ein bisschen seltsam. Aber... Erzähl du, Ugo. Ja. In meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein. Aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los. Ja. Wir haben alle Hunger. Geduldet euch. Geduldet euch. Bevor ihr die Stadt hier komplett zerrubft. Das ist toll. So viele Farben. Und Parfums. Amicia. Fragen wir die Leute nach meinem... Und Brot. Ich sehe nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Die Musik ist trotzdem so mysteriös, mythisch. Was krass ist passiert. Während wir hier ein friedliches Dorf haben, wo wir gerade einfach so rumlaufen. Irgendwas stimmt hier nicht. Frisches Obst direkt aus dem Garten. Hallo mein Herr. Kennt ihr... Gibt es hier ein Zauberteich? Mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Ähm... Danke mein Herr. Hast du einen Vogel, Junge? Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Bestaunt meine Blumen. Perfekt für die Festlichkeiten. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Aha. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich. Ganz in der Nähe. Hm. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja. Davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Warum wissen die nicht? Däume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen was. Hier ein paar Federn. Die hier ist dunkel. Von einem Greifvogel. Einen kleinen, schnelle Raubtiere. Höllisch schlau. Die steht dir. Hier. Sehr schick. Kurzab. Höllisch schlau. Ja, wir sind schlauer. Wir sind ganz schlauer. Okay, Collectibles haben wir schon mehr als die Hälfte. Ist schon mal gut. Mehr als die Hälfte ist gut. Und wir können ein Blümchen ausrüsten aus Teil 1. Welches Blümchen nehmen wir denn? Irgendwas Großes. Nehmen wir das hier. So. Hab jetzt auch ein Blümchen im Ohr. Doch irgendwie. Bei mir gibt's gleich Schwabschi-Chi, glaube ich. Hm. 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 Na, 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 na. Na, 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 na. Hm, hm. Hab aber ein Rettungsbudz. In seiner Insel ist er gleich da hinten. Oh oh, das Rattenboot ist auf dem Weg Ziegen Ich hab auch ne Ziegel Hallo Ziegel Weh die Spuckmickle Ja ne Komm Spuck ihn an Spuck ihn an Seht ihr? Angeschwimmt Sie hat mich angeschrien Das nennt man meckern So reden sie Sie ist eine Ziegel Das machen die nun mal Ist aber nicht nett Du hast dich erschreckt Mehr nicht Ganz Honk 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 Sie hat mich ehrlich gesagt auch erschreckt Wäre keine schlechte Taktik um den Feind abzulenken Code Simulator 3 Ja Kooperation mit God Simulator 3 Guten Abend Selvas Geil Lehn dich zurück Komm rein Was lacht so alter Junge Was ist mit den Soldaten des Grafen hier Die sehen ziemlich entspannt aus Andere Hauptmann Andere Männer Anderes Land Kein Grund zur Sorge Gut Ich hoffe es gibt einen Drachenmann Den würde ich auch Ein Drachenmann Ein Spiel mit Geschick. Wagt einen Blick. Oh, ein Spiel. Das schauen wir uns an. Kostenlos. Es spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche. Guten Tag. Können wir spielen? Sicher doch. Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Okay. Echt mal. Ich bin stolz auf dich. Weiter so. Zeigst du diesen Kränzen. Volltreffer. Ja, beeindruckend. Unglaublich. Möge dies ein segensreiches Zeichen sein. Danke. Du bist so gut. Die Kränze hatten keine Chance gegen dich. Schauen wir uns weiter um. Ein Drachenmann oder ein Drachenmann. Hm. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Aber es ist wirklich schön. Es ist so traumhaft. Aber ich finde die Musik so weird. Sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Irgendwie passt das gar nicht gerade zu dem Setting und zu dem Feeling dieser Stadt. Sie sind da. Die fangen sicher gleich an. Sieht echt schön aus. Echt Lucy. Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schnell. Aufgepassen. Komm mal rein. Lenn ich zurück. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios. Ob Sie das übertreffen können? Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird St. Jean gefeiert. Die Sommersongenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott. Ein Heidengott. Ein friedlicher. Ja. Da geht's weiter. Vielleicht das mit der Musik liegt vielleicht daran, dass wir ankommen. Oder irgendwas ist hier an diesem Dorf sass. Oder hier an diesem Dorf ist irgendwas mega, mega sass. Oder ich hab einen Bug und dass die falsche Musik die ganze Zeit abgespielt wird. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Wenn die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Wie der Phönix. Sie sind hier. Hallo. Oh, hallo. Darum, 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 darum. Wahrscheinlich werden gleich alle geopfert oder sowas. So macht man das. Hugo ist effizient. Hallo, Phoenix. Sie sind im Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist ne Wucht, Kleiner. Folg mir der Parade. Klar. Stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Darum, 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 darum. Den Kopf noch hinterherwerfen. Sei gesegnet. Katja. Ich finde segnen toll. Tja, warum wohl? Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig. Wir holen sie schon ein. Schau mal, man sieht unser... Ich starte mal das Kapitel 9. Das ist nicht unser Kampflauf. Das war nah gehört mit der Schippe los. Ah. Ah. Wir mal wachen. Oh, oh. Doch. Was? 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 Hier durch? Roboter-Stimme. Ja, da war grad voll die doppelte Schimmel. Scheiß Kranz. Der ist nicht cool. Okay, soviel zu friedlichen Zeiten. Und wieder werden wir gewöhnen. Ich kann sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Ugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Sagt die Hugo oder Hugo? Ugo. Mit dem Ü. Weil Französisch. Französisch ist ein Ugo. Wir müssen zurück. Und abwickelt in der Boch-Nebel, weißt du? All right. Und wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen was. Zur Hölle, ja. Hoch. Wir sind in einem Stall. Hier muss doch was sein. Workbench. Brauchen wir die? Ne, ne. Ich kann hier was upgraden, aber ich glaube, ich spare mir das, um die Achievements dann irgendwann frei zu schalten. Die Tür. Dahinter müsste doch der Platz sein. Oh. Alkohol ist voll. Was ich das erleben darf. Mäh. Versperrt. Ruf uns, Ugo. Oh, oh. Der Shad wird langsam kribbelig. Shad hat schon lange nichts mehr zu essen bekommen. Mach auf, Ugo. Schieb den Karren zurecht. Warum hat Anno den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass... Dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Ah. Der Arme. Hm, hm, hm. Viabunga, Viabunga. Ihr kommt... Ihr kriegt gleich die ganze Stadt als Snackstatt. Gebt nur noch ein bisschen. Ne, ist das noch ein bisschen zu hell für euch? Jetzt Vorsicht. Wenn ein bisschen die Sonne untergeht, dann habt ihr die ganze Stadt für euch als Buffet. So, haben wir. Hm. Schade. Keine Nahkampfkills mehr. Oh, no. Mein Gott, wir sind nur Zivilisten. Echt jetzt? Gegner mit einem Falken? Ich versuche, ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr entkomt mir nicht. Na, Anno. Anno. Erinnert mich daran, nie wieder Geflügel zu essen. So. Der Vogel ist böse. Aber du, bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Fliege. Los jetzt. Entdeckung. Ach. Komm schon. Los. Wusch. Auf sie. Wie oft fallen die da drauf rein, ey? Wollen wir ihre Augen? Los, los, los. Oh, ihr wollt also spielen? Dann spielen wir. Töte sie. Los. Irgendwann macht ihr einen Fehler. Mit Sicherheit. Mhm. Ich mach einfach immer das hier. Bitte. Er ist so schnell. Ein Fehler. Ja. Nee, das ist nicht ein Vogel. So, haben wir noch da hin. Der Boss. Wir haben Sonnenmilch. Es ist geil, dass das hell ist. Nee, 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 nee. Helligkeit, Leute. Das macht nur Flecken auf eurem Haut. Aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und du hast auch verflucht. Hör mal. Das sind Schwerter. Ja. Ja, Schwerter. Okay. Haben Sonnenbrille. Ratten mit Sonnenbrillen. Respekt. Warte, muss ich in den Wald treffen? Nee. Ich dachte schon. Hallo, Gräfen. Emily. Hallo. Na? Darf ich um meine Audienz bin? Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampegraf. Ich zeig dir, wie du es etwas zu verlieren hast. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. Oh, doch. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Ugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Power? Schick, schick, schick Terrasse. Es ist unglaublich. Kommt. Schicki Miki, ey. Graf vorhin, Graf jetzt. Graf war böse, Graf jetzt nicht. Seht ihr? So sind Frauen. Die machen aggressive Männer wieder total lieb und zahm. So groß. Und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Junge, gib mal hell. Was ist das? Gewehr. Na komm. Natürlich euer Gnaden. Ugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte. Hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Hallo, Mama. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint und ein der Glutarsch. Lecker. Haha, ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und, wo kommt ihr her? Gajen, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß. Ich freue mich auf unser Zimmer. Oh, aber Shad, es wird langsam dunkel. Agnes, richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist ihre Mama? Nein. Nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Alter, schick. Schick, schick. Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Ähm, Hugo. Victor. Nicht so militärisch. Haha. Echt mal Victor. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Haha. Und wir brauchen guten Boden. Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Oh ja, wir werden so was von wachsen. Oh, Mama und große Schwester. Ach, ich bin die große Schwester. Okay. Ich dachte, ich krieg eine Stepsys. Victor? Natürlich. Komm, Hugo. Ich dachte, ich krieg eine Stepsys. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage. In der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater. Glutasche ist doch wahrscheinlich was mit dem Phönix zu tun, oder? Zu unserem tiefschlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Kommen wir auf Zimmer. Ihr habt auch schon Zimmer unter dem Boden. Das ist mein Vogel. Moment. Wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch bedenkt? Ja, da ist der Phönix. Ich bete zum Vogel. Erzähl mal was über den Vogel, du Vogel. In der helle Flamme. Doch hell in der Nacht. Auf dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Jetzt ist das da drunter. Hugo? Wollen wir gehen? Ähm, Verzeihung. Mutter. Dürften wir für Vater beten? Hugo? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater. Hugo. Ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh. Ja. Ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und... Ich weiß es einfach. Gut. Sehr gut. Gehen wir wieder zu ihm. Und erzähle hier niemandem was davon. Ja. Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Geil. Wir haben ein Secret. Ist alles für morgen bereit? Ja. Die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung? Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Oh. Habt ihr gehört, Shit? Ein Kind kann alles für heute machen. Verändern. Das ist über alles wahr. Wir sind da. Bitte sehr. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Shh. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Arno töten? Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Hm? Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Danke. Meine Gräfin. Oha. Der Blick, Alter. Habt ihr das gesehen? Die wollte. Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja. Toll. Und die Dienstmarkt muss das wieder aufräumen, ne? Die End. Das schöne Zeiten war das doch. Geschichten und Offenbarungen. Diese Kleider sind so bequem. Oh, die hat neue Kleider? Ja. Und neue Rössung? Hey, komm her, du Schlafmütze. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Das ist... Wie ein Traum? Ja. Genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's. Ach, die Szenerien und die ganzen Optiken in diesem Spiel sind echt gut gemacht. Ne? Diese ganzen Details, die Pflanzen. Voll das geile Lightning, finde ich. Also die Belichtung in dem Spiel ist echt super. Finden wir erst den Ausgang. Dieses Spiel würde ich gerne mal in 4K auf dem PC spielen. In 4K, maximale Auflösung. Richtig reinblästen. Hier sind so viele geile kleine Details, die auf der Playstation ein bisschen verschwinden, weil die keine 4K schafft. Ihr geht Sonne. Ja, Shad, ihr habt ein bisschen Pause. Mit Raytracing. Ich glaub, das Spiel hat kein Raytracing, selbst auf dem PC. Bin ich da, müssen wir machen. Ja, ich bräuchte das nur auf dem PC dann, aber keine Lust zu kaufen. Für kurzes Test. Vor allem auf Twitch seht ihr das nicht so. Eigentlich sollte er es das haben. Weiß ich grad nicht. L'amore, danke schön für den 19. Monat. Das hat sie nicht gesagt. Ja, der Sperrangel, weit offen. Sperrangel weit. Sperrangel weit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja. Ein wenig schon. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. So viele Gärtner, ey. Ich mag solche Spiele, ja. Also, no joke. Blacktail 2 ist in meinem Augen auch wirklich super, super nice gemacht. Man merkt auf jeden Fall das viel größere Budget, was sie reingesteckt haben. Ist das länger als Gott davor? Nö, wahrscheinlich ein bisschen kürzer als Gott davor. Guten Tag, danke. Wird ein heißer Tag heute. Oh ja. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Hellmann fühlen muss. Geht es daraus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Man sieht, dass der Graf reich ist. Woran? Zu viele Wasserbecken. Oh ja. Hallo. Dürfen wir rausgehen? Sicher. Genießt die hellen Tage. Kostigi. Habt nur 20 von euch abgemuckst vorhin. Gut geschlafen. Oh, hallo. Hallo, Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste daraus machen. Dass Arno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Ugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl den in sich tragen? Oder bist du nützlicher? Du bist nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann. Erfällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Frag mal Ugo, ob er für eine Sekunde wütend sein kann. Ja, ich glaube noch nicht. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht. Nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön. Die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Schön, oder? Herrlich. Herrliche Landschaften. Man kriegt Urlaubsfeeling wegen den Zikaden. Oh, ein Vogel. Ja, stimmt. Noch ein Vogel. Hast du einen Vogel? Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt. Es gibt Raytracing, aber ich sehe keinen Unterschied. Ja, Raytracing ist sehr subtil. Kommt auch drauf an, was das Spiel eingebaut hat. Ob Spiegelung, Schatten, Beleuchtung. Indianerrechte. Sorry, ich hab gepupst. Lass mal durch. Hallo? Lass mal durch, Junge. Alter, aufs Maul, oder was? Frech. Frech. Frech, 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 frech. Hm, 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 hm. Mhm. Der ist ja schön. Muss extrem alt sein. Wie alt? Eine Lebenbaum? Wohl tausende von Jahren. Wirklich? Aber er ist so krumm. Ist er krank? Im Gegenteil. Er ist stark. Hat sich angepasst. Stimmt. Er wurde vom Lauf der Zeit geformt. Er hat so viel miterlebt. Er ist gelaben. Er ist so schön. Alter, Hugo, ich mach mir echt Sorgen über deine Interessen. Oh, no. Oh, no. Die ganzen Ratten haben... No. Gehen wir? Hugo ist einfach ein Baumophil. Alter, Hugo, was ist das für eine Boiler in der Hose? Nur weil du einen Baum gesehen hast? Entspann dich, Junge. Hey, da oben. Essen ist fertig. Danke. Geil. Geh noch ein paar Ziegel. Essen ist fertig. Wieder die Vögel suchen, Amicia. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wo ist denn der Vogel? Da ist einer. Ja, mit meiner Frau. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Frohbarkeitstempel, oder? Ihr habt euch den Segen des Sohens verdient. Schon den Himmel gesehen? Ja. Könnt ihr mir gerne ein bisschen wünschen? Ich hoffe, das wird nicht noch eine Frage für euch. Nein. Hohe, helle Tage. Äh, dein Sohn soll sein. Ebenfalls. Hm. Workbench, aber wir können... Ja, wir können ein bisschen upgraden, aber ich spare. Ich spare. Ich, die anderen Upgrades brauche ich fast nie. Die sind nicht wichtig. Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein Jahrhunderte alter Vogel interessiert sich für ein Zelt. Und einen alten Baum. Ja. Und einen alten Baum. Ach toll, wir hätten auch hier hochklettern können. Repp. Lauf. Bist du fertig? Ja. Ja. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Auf den Sohn der Blutasche. Hallo. Wir sehen uns nur die Statuen. Tja, lasst euch nicht stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts. Aber da. Ist das nicht der Baum aus dem Tronk? Das ist nicht schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja. Man muss graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Hm. Hm. Wir haben hier Hunger. Der Grill ist gleich hoch. Wir brauchen Menschenfleisch. Nee, Schatz. Wir haben hier helle Tage. War ja nur gerade ein Action für erst mal. Hm. Windmühlen. Können wir reinschauen? Klar. Warum nicht? Sag mal, warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus... Oh. Was macht diese Kurbel? Mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten. Oh. Okay. Windmühle ist aus. Okay. Können Windmühlen deaktivieren. Ich finde das Dorf immer noch Megas hast. Ich auch. Ja, ich auch. Irgendwas ist hier ganz schön faul. Außer, dass die hier Ketzerei betreiben. Ist ja alles nicht christlich. Wenn die den Phönix anbeten. Komm, hoch mit dir. Es ist zu still. Ja, es ist zu friedlich. Aber ich finde es schön, dass solche Kapitel in solchen Spielen auch dran sind. Einfach auch ein bisschen Ruhe zu geben vor den ganzen Kämpfen und so weiter. Das gibt dem Game einen besseren Flow. Ein bisschen zur Entspannung und so weiter. Wieso macht ihr alles aus? Okay. Hm. Abgespürt. Die Ruhe vor dem Sturm. Oh ja. Oh ja. Hä? Was ist er doch hierhin? Ah, da kann man durchkrabbeln. Kümmer dich drum, Ugo. Echt mal, Ugo. Kümmer dich drum. Mach dein Job. Sonst gibt's kein Nachtisch. So. Jetzt sind alle aus. Jetzt sind alle aus. Die dreht sich nicht. Oder muss ich doch eher alle anmachen. Nee, aber die waren ja fast alle an, bis auf die, ne? Hä? Wozu? Fragt mich grad nicht. Fragt mich nicht, wozu? Schauen wir mal. Hier ist ne Tür. Toll. Thema 1000. Dankeschön für den neunten Monat, mein Lieber. Hier können wir drunter krabbeln. Ah, okay. Müssten wir auch. Gradagom. Was spielen wir heute? Blacktail 2. Okay. Muss ich... Ah. Bank. das startet jetzt die windmühle die restlichen windmühle haben wir ausgemacht und die haben wir angemacht warum man weiß es nicht hast du das gehört er hat sich was bewegt ja aber es klang nicht gerade bitte was es kam von hier oder hallo juli ich bin alt die dinge kenne ich doch in der umgebung der provence sieht man die öfter das ist das symbolische passage die frage ist wohin oder zu was führt sie magisch aus faszinierend das habe ich gestern magisches loch da ist eine windmühle wo gehen wir hin keine sorge wir sind echte entdeckten oh ja der fack ist das hier sind die ratten hier das ist ein gutes zeichen verdammt ist ist das echt so echt wie ein schmugglerhort und keine rattenweiten unfassbar wer hat das hier gebaut ich rieche dich schon schätze hier seid ihr schon hier gleich zwei kisten junge ich habe gerade erst die schatzkiste hier gefunden wird ist das schmugglerhort der ist uralt zehn an upgrade am nächsten erholt sich dank ihren abschritt schnell von angriffen hier zu lassen sollen die das nicht öfters eingebaut ich weiß nicht warum aber ich fühle mich stärker ist vielleicht magie sollen die das nicht öfters gemacht dass man irgendwas findet was einen aufwertet oder sowas das ist ja jetzt mega random ne der arm schutz schneller von angriffen ich muss gestehen hier würde ich auch gern wohnen und wie wäre ein hübsches haus mit einem garten es ist mir lieber wenn mich niemand sieht ja ich will auch in einer hülle wohnen himmel ihr seid doch keine fledermäuse ich glaube ich bin kein fressig fressig nö eine hexe oder eine hexe warum nicht du hexe okay wir haben upgrades so oft will man nicht sehr glücklich sein ja aber trotzdem ab zu mal durch hier und da neue stiefel damit man schneller ist und fünf prozent vielleicht einen helm oder sowas damit man einen treffer mehr abkriegt oder was auch immer gerade sowas macht doch naja macht es interessant wenn man so ein bisschen was entdeckt ja die ist doch jetzt schon aus der puste wo ist er mit dem schwert der ist gefangen genommen lauf 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 die musik wieder die mysteriöse musik hier in diesem dorf vielleicht wegen dem kult was sie da anbeten vielleicht ist deswegen die musik so mysteriös hinter dir vogel wo war vogel wo war vogel da oben auf dem berg wo ich gerade war weiter oben in der nähe der ersten windmüll okay dann gehen wir gleich mal zurück lass mich auch hier kurz looten hä? üblicherweise so kleine fenster dienen dazu dass man irgendwas abschießt aber nee aber nee komm Alles klar. Was sind das für Dinge am Himmel? Ui. Naja, die sind wie kleine Segel. Sie fangen den Wind ein und steigen hoch. Kann man damit fliegen? Nein, nicht mal du. Ich will ein. Ich liebe die Landschaft hier in dem Spiel. Die sieht immer irgendwie so traumhaft aus, finde ich. Chill mal, Alter. Hier ist ein Haus. Hey, du bist gut. Ich sollte dich anheuern. Ich war vorher anders. Ich bin teuer. Oh ja. Es gibt noch viel zu tun. Was ist das? Oh ja. Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sieht so traf. Sieht so verliebt aus. Das ist fast peinlich. Naja, überraschend. Was haben wir da schon? So, nochmal eine gute Kiste. Oh, Alkohol voll. Dann craften wir mal das hier. So, und du hast gesagt, da oben war irgendwo ein Vogel, ne? Das ist nur Snowhöhle, ja. Ach da. Gute Augen. Klopf, klopf, klopf. Der Gräfin würde ich zutrauen, dass er auf Lederpeitschen steht. Okay, das ist schnell eskaliert. Du brauchst inzwischen schon ein Rattenemote. Fotini haben wir doch schon. Der Chat postet immer wieder die Rattenemotien. Geht zur Seite, Junge. Geht zur Seite. Eine Blume für den Sohn, eine für die Mutter, eine für den Vater. Pause. Bist du müde, Ugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Oh ja. Sie ist groß, aber wunderschön. Ich mag sie. Gut. Es war nicht leicht. Vogel! Aber ich bin sinkt. Vogel! Eine Spirale gelaufen? Und wir kommen der Mitte näher. Warte. Das sieht so aus, als ob das weitergeht. Da oben ist auch noch eine Tür im Berg, ne? Seht ihr das? Unter dem Berg ist so eine... Ich mag das Lightning in dem Game, ne? Die Schatten und Lichtwürfe hier geben den ganzen echt schöne Kontraste und Konturen. Starlord, bis morgen. Tschau. So frisch, dass sie noch vom wunderschönen Meer freuen. Hallo. Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will doch den Rest anschauen. Ja, okay. Und sich bei der Wand. Bisco! So macht man keine Maps. Der Berg ist ja so groß. Psst. Willst du mir die Fische verscheuchen? Oh, Verzeihung. Also, ich hoffe, was ist das? Das ist komisch. Hm, das ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Ist da Ragnar Lockbrock vergraben oder was? Wir haben Hunger. Ja, guckt euch mal diese Open World an. Guck mal, wie viel ich rumlaufen muss hier. Dann gibt es immer was zu entdecken. Was ist mit dem glotzenden Vogel? Ich weiß, er ist unsere heißeste Spur. Folgen wir ihr. Chill mal. Hier ist noch ein Turm. So, zack, zack. Eingesammelt. Schön. Eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Können wir wieder die Vögel suchen? Nein, Hugo. Erst machen wir Turm kaputt. Ah. Scheiß, Alter. Ich schmeiß Ter da drauf. Flip. Gehen wir zurück. Ressourcen West. Nehmen wir den Turm ein. Oh, du bist also ein Eroberer. Nur Türme. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Das habe ich auch immer gesagt. Alles, was man besteigen kann, ist am besten. Türme. Bürger. Die ist schon voll aus der Puste. Was ist los, Sophia? Secret-Ruhe. Ah, ja. Okay. Aber nicht so viel. Nur ein Werkzeug und fünf Stück. Fünf Stücke. Das ist aber geizig. Oh, ich habe schon 126, Alter. Ich könnte bald fast alles Maximum upgraden. Naja, okay. Ich sage nichts. Wir brauchen 65,90 für ein Level. Wir werden noch eine Menge Teile brauchen. Alles sehen. Nette Aussicht. Jetzt kannst du dich wieder im Kogel fühlen, wenn er hier oben sitzt. Nicht wie irgendeiner, wie ein Raubvogel. König der Vögel. Was siehst du? Ich sehe, wo ich jage. Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Cringe, Alter. Giga-Cringe. Also gut. Gehen wir wieder runter. Im Mädchen einfach zu schreien, Alter. Wir sind hier, dass wir hier sind. Wir kriegen es gut gekreischt, ihr beiden. Du warst auch ziemlich gut. Ich weiß. Meine Kapitänsstimme. So eine braucht man, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Der Crew gefällt sie sicher. Noch hat sich keiner beschwert. Gut gekreischt. Erinnerung. So, ich glaube, wir sollten den Vogel wieder aufsuchen, ne? Ja. Interessant. Mhm. Hu, erzählen wir mehr. Wo willst du noch hin? Hm? Okay, wir gehen wieder zum Steinvogel. Stimmt, Steinvögel. Wo ist er denn überhaupt? Dann libt. Hat er gerade wirklich gesagt, dass er das Würstchen jagen will? Ja, und hat den Baum auch so komisch angefasst, ne? Er hat den Baum so mega, mega komisch angefasst. Übrigens, falls ihr das nicht wusstet, um 23 Uhr gibt es eine Vorstellung für Silent Hill. Ist eine kleine Showcase. Werden wir uns zusammen anschauen. Und dort wird das neue Silent Hill vorgestellt. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, wir kommen hier raus. Wahrscheinlich, ja. Mit der Brandbombe oder was? Gefällt mir, wie du denkst. Alter, fackelt die einfach da ab. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Seh doch, Amicia. Da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja. Ich erkenne es. Welcher Orden? Der Alchemisten-Orden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Ugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Weh, 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 weh. Was ist da? Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Okay. Ab auf der Berg. Oh ja. Weh, 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 weh. Toll das Sound. Ja. Also bisher war der Soundtrack echt mega. Aber die Musik auf dieser Insel finde ich gerade echt ein bisschen umpassend. Ein Heiligtum. Habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar. Das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Da oben, ne? Jetzt die Mutter bei Klettern. Ja, jetzt besteigen wir die Mutter. Wir haben also einen Mann. Oder die Müttern sogar. Einen uralten Alchemistenorden. Die Visionen des Kleinen. Tja. Was kommt als nächstes? So sieht es aus. Das ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin. Aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes B? Ich bin kein Baby. Das ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gaën jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben... In Breath of the Phoenix. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Prost, Digi. Das ist er. Der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Äh. Nein. Nein, 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 nein. Danke. Danke, danke, danke. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Ich glaube, hier gibt es noch so einiges. Ja, Priest, habe ich doch im Video erzählt, wann es das Ding gibt. Musst du das Video anschauen. Gibt es auf YouTube. Stopp. Hm. 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 ich glaube hier kommen wir zurück oder waren wir da nicht schon in dem kreis gelaufen wir könnten wieder sie gegen die engländer spielen hier waren wir schon ist das eine lauferei alter und ich nehme dich zum einschlaf stream macht das macht das ich bin doch ein bisschen wach alle zu hallo bei der wie geht es jetzt wenn das in echt machen müsstest imagine oder wie viele die grad rennen du wirst hinter dem turm war das nun gut dann gehen wir den checkpoint durch ich glaube ich habe wirklich alles na 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 und ich das wirklich zwei sekunden durchhuteln naja возвращ es jetzt schnell mindestens 50 konnten ist schon mal 100 prozent mehr da ab jetzt ist kapitel das wird ziemlich anstrengend junge ich hoffe du fällst im background neues kapitel nur ladezeiten nur ladezeiten weil das gebiet so groß war ich will dich nicht enttäuschen aber wir sind noch nicht da hier scheint jemand müder zu sein als du ich brauche das meer die berge konnte ich noch nie leiden man dürfte essen bald bald nach diesem kapitel gibt es für euch das ist das erste mal dass er einbesteigt dann lassen zusammen mächtig und groß sein es hört sich sassern fast ja wir brauchen vogel ein elixier wäre mir lieber etwas das dir wirklich hilft vielleicht hat der vogel es ja wie kann er in dieser hitze rennen so sind kinder er kann auch im nur einschlafen sieht frisch aus ist es auch genau was ich brauche du hast etwas dreck im gesicht ich mache ihn weg erinnert wie das schein nass geworden oder ist eine echt schöne details würde mir du hast mich zu tode durchnässt wie gerade tv der geschwind 17 monat was für eine familie gut gemacht wir gehen der berg hoch ich finde die beleuchtung in dem spiel auch echt mega cool es wirkt einfach mega harmonisch so gibt urlaub feelings nicht schon wieder gott die fressen lieber ihre olivenblätter als kleine kinder ja aber sie schreien ich bin hier sieh mal einer an unser wilder krieger hat also angst nachdem mir einer angegriffen hat ne ja dann kommt ihr leider zu spät die haben schon das tor geschlossen für die zeremonie zeremonie ach der kleine hier wollte unbedingt dabei sein naja auf dem ziegenvater an der seite kommt der näher hin aber geht nicht zu nah ran der graf und die gräfin sind da oben und die wachen sind nach all dem ärger gestern nervös die mögen keine ungeladenen gäste behalten wir im hinterkopf danke mojo ich werde auch noch 10.000 mal sagen solange so schöne landschaften sind die greift uns an der ist jetzt voll paranoid was ziegen angeht das macht mich noch neugieriger und wir haben es schon wieder alkohol wir machen mehr feuer schadet nicht lass mich raten ist zu ja war klar lohnt das geben ja wenn ihr der erste teil schon gefallen hat wird das noch besser sein da ist eine gute truhe die frage ist wie wir da rankommen kommt fans aufs schloss schießen dachte ich auch erst aber da war nichts zu treffen gute nacht die park ist einfach schon echt nachts ne geht das war ja auch aus ja geht auch nur du kommst dadurch meine er bleibt l2 ist das mein hell ich öffne jetzt die tür nicht immer aber meistens ja schnell schnell gut gemacht die angst hat vor der ziegel ich begleite dich du geschafft erschreck sie nicht dann passiert nicht echt über schreien ist nicht beißen denk einfach dran dass die laute von sich gibt ich versuch siehst du so einfach nicht alle schreien ja nicht ins auge fasst die jubel jetzt will ich dieses heiligtum sehen gehen wir ja los dein papa wartet auf dich sie bewegt sich nicht geduld sie entscheidet selbst erinnerung 17 von 21 alter nur noch vier erinnerungen wir haben alle collectibles gesammelt dafür dass er das spiel noch ein paar kapitel vor sich hatte aber die kollektoren ist gut durch merkst du jetzt auch auf den kontrollisten ziege ist nein so was merkst du nicht aber du spürst als fußschritte du spürst wenn die ziege bäh macht das spürst du ja sowas aber woher wieso willst du spüren dass das eine ziege ist halt dann denkst du dass das kalt kein pelz simulieren da kommt ja nicht auf einmal pelz an den griffen dann so so geil so krass kann das dann auch nicht simulieren aber so kleine regentröpfe so ganz ganz feine effekte fußschritte wenn man läuft so ne ganze zeit so wenn man auf dem boden läuft tak 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 aber so im pelz kontrolle bei audi schlecht ja soldaten chat ich glaub wir brauchen euch gleich ich glaube ich brauche ich gleich junge das dinge gehört der malera hier ist ja fast nix bei den secret tun was ist das wir sind ja zumindest ein paar soldaten jetzt wieder hallo yankee castle komm mal rein wir nehmen den secret path komm mit dir hier geht's runter was machen wir mit den letzten opfergaben die bleiben erstmal hier vorsicht du hast deine sperrzolle bleibt ohne deck und töte keine soldaten ja sagt das doch gleich dann los sag mir wo die wache hingehen soll nur hohes gras der sohn weiß es ja versuch das hat geklappt sehr gut gib mir mal den spiegel alles sauber echt heiß was mhm du kennst den grafen ja er wachs eben förmlich naja nächstes mal bitten wir naja 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 die erzocken noch ein ründchen so wo lenken wir den da ab ich will eigentlich an die tour da so viel dein trick würde hier helfen zeit etwas krass zu verbrennen hm zeit etwas krass zu verbrennen wo kommt der hin wo kommt der hin das war grad wie so ein flüstern in mein ohr ey kein grund zur sorge nein es lockt ihn nicht an oder doch jetzt was funktioniert alkohol plus zwei alkohol boah vielleicht sollte ich mal mehr verbrauchen ich frohste ressourcen na gut mal wieder geirrt sophia dein trick würde hier helfen so heute etwas krass zu verbreiten oh er hat es nicht gesehen hehehe komm einmal turn your head round 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 turn your na egal scheiß drauf na egal nöp 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 So, plus 1 Salpeter. Gute Nacht, Tomate, Tobi. 146 haben wir inzwischen. Alter, wenn wir jetzt noch ein bisschen collecten. Ach nee, wir brauchen 90, 80, 80 und 90. Also wir werden locker noch über 400 Teile brauchen, um alles zu upgraden. Oh, ziemlich hoch. Wow, bleib an der Mauer. Los, weiter. Mir wird schwindelig. Nein, wir kommen. Loo. Ach du Schreck. Wollt ihr die Scheiße sagen? Verfirkt nochmal ein bisschen. Passt auf deine ganze Sprache auf, ey. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Wir sind da, geschafft. Geht es dir gut, Ego? Tut mir so leid, das war zu riskant. Mir geht's besser. Schön, ja. Kein Problem. Schön, ja. Mein schlimmster Alptraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Gehe die Sicherheitskontrolle, ja. Leichenlassen, Material aus. Oh, all diese Blumen, die müssen für ihre Zeremonie sein. Mhm, mhm. Haben die Heiden Sieg gespielt, ja. Vor den Wochen. Hier ist... Ich wollte es gerade sagen. So viel, äh, so viel hohes Gras. Kann nur heißen, dass hier was ist. Schwerer Rüstung. Ando hat sie ganz schon auf Trak gehalten. Das ist zu viel. Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Die Ratten sind nicht hier, Amicia. Oh, oh. Shit, ihr seid nicht da. Keine Ratten. Shit. Wo seid ihr? Ich kann die Gegner nicht orten. Keine Ratten unter dem Boden. Ist das Ratboot, äh, Rattenboot noch nicht angekommen? Habt ihr falsche Ausfahrt genommen? Ihr solltet doch die Meeresabbiegung 32 nehmen. Rechts ab. Los, hoch da. Noch mehr. Dein Prispa wäre hilfreich, Sophia. Fange mir das Licht ein. Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Los, es funktioniert. So, bisschen Harz. Harz, aber herzlich. Okay, 10 ist Maximum, ne? Benzin war so ein Teuer, ey. Hell. Rauch, der fühlst du einfach. Ich bin nicht unverstanden. Kapiert. Das wäre ja ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe. Keine Waffen. Nichts. Dein Prispa wäre hilfreich, Sophia. Fangen wir das Licht ein. Ja. Hier schleicht jemand rum. Sag mir Schraub, wenn ihr was seht. Das ist super. Wir haben ungebietene Gäste. Fangt an zu suchen. Glaubt immer. Hä? 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 Wir haben ungebietene Gäste. Fangt an zu suchen. Deswegen glaube ich, skippe ich die Truhe. Wir müssen uns erstmal für den nice content bedanken. Ich muss mich bedanken, Leute, dass ihr dieses Spiel mit mir zuschaut. Ne? Das ist ja das Geile, Leute. Ich liebe solche Games. Ich liebe solche Games zu zocken. Und ich muss mich bei euch bedanken, dass ihr sowas genauso feiert. Und zuschaut. Und dabei seid. Und Bock habt. Und bockig seid. Und was auch immer. Scheiße. Scheiße. Ich liebe solche Games zu gucken. Freut mich. Freut mich. Das Heiligtum darf nur von den Außerwäten. So viel zu uns. Wege die Stimme der Mutter den Sohn erreichen. Nein, nein. Wir waren so nah dran. Da hinten ist ein gebotter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir es. Oh, da kommen gerade zwei. Bitte hör auch nicht auf. Solche Games zu zocken ist richtig geiler Content. Freut mich. Freut mich. Ich meine, wie viele geile Games haben wir schon hier zusammengezockt? Hellblade erst vor kurzem, ne? Übelst geil gewesen. So viele Games, die noch in nächster Zeit rauskommen. Ich werde das Game auch noch zocken können, aber die Sneak Peaks. Malte, es lohnt sich. Es lohnt sich, das Game selber zu zocken. Am besten noch in... ...bester Grafik, was den Rechner, Konsole hergibt. Bombastro, ihr seid ja nicht da. Ich kann euch ja nicht mal rufen. Wir sind echt ein bisschen aktiv, muss ich sagen, ne? Okay, und da ist eine Tür. Wahrscheinlich müssen wir da rein, ne? Hmm... God of War, Ragnarök. Oh, das wird so ein Zuckerschlecken. Nein, 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 nein. Hey, komm mit Hohle. Die sind aber auch alle blind. Ja, irgendwie muss ja auch ein Spiel funktionieren. Also, wenn die KI wirklich so intelligent und sichtbar ist, wie ein richtiger Spieler, würde das Spiel ja keinen Spaß machen. Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Ja. Wie geht's dir, Ugo? Ein bisschen komisch. Aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch beiden. Kotori, schlaf gut. Ragnarök war noch mal dran. November. Anfang November. Wenn wir Glück haben, haben wir Early Access und können das Ragnarök schon vielleicht eine Woche vorher spielen. Aber nur mit Glück hält. Kletter hoch. Ja. Hör her. Es ist fast soweit. Versammelt euch bitte. Der Graf und die Gräfin. Wir kommen wohl rechtzeitig. Aha. Ugo, sieh mal. Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Behalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann gebe ich sie ihm zurück. Ja, Slash, das kann sein. Wahrscheinlich irgendwie nur bis zur Hälfte spielen oder sowas, aber... We will see, we will see. Wir müssen springen. Alles klar. Noch auf einige Nachzügler. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler. Das sind wohl wir. Was sollst du jetzt tun? Wir. Überleg uns was. Warten die wirklich auf uns? Ich finde einen anderen Weg in die Zeilichtung hinein. Hm. Wirklich was casten können wir nicht? Ah, einfach castigen, okay. Sag das doch. Freunde und Kinder. Heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der sommersten Wende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix. Der Phönix. Mit seiner Asche zu verordnen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter. Und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir immer gehen. Er ist jung gezogen. Kommt. Kommt. Was denkt ihr? Steht ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns? Wie bei Kult of the Lampen. Okay. Shit. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis sie ankommt. Boah, das sieht echt so schön aus, ne? Ich mag das in Arztzellen hier. So warst du wahrscheinlich nicht. Wie kam in diesem Lande ein Kind zur Welt? Der Entfaltung. Der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ein Kind auf einem Thron. In einem Ordens-Tempel. Das ist der, der Sohn der Glutasche. Vielleicht ist er der Sohn der Glutasche. Guck mal, das Bild. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Knie bitte nieder. Ich knie vor niemanden, hat sie gesagt. In eben jenen Hallen, es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinah vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Ihr. Eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Ah ja. Nehmt sie. Dankeschön. Endlich mal ne Fackel, Alter. Fackel-Level-Up. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. Ich schreibe das nicht alles zu. Ja, eben. Weil diese Makula hat sich über die gesamten Jahrhunderte in der Match-Reits-Geschichte immer verbreitet. Von einem Träger zum anderen. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Er haltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Geht und bringt ihm das Licht. Vieles steht auf dem Spiel. Ich mach, mach. Ey. Ja toll, Alter. Wie soll ich diese Fackel am Leben halten, wenn ich durch den Wasserfall gehen muss? Was ist das hier? Seife? Moin Tarek. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amesia, das Wasser wird die Wacke löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Die nassen Klamotten sehen auch nice aus, ne? Das war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich hab Angst. Geh weiter. Ich bin bei dir. Die sitzen da ja schon warten. Das Böse gewinnt. Wir haben Werte vergehen. Uns Erwanderung, als er uns kriegt und lässt. Wir träumen uns um den Feuer. Das ist aber keiner. Ich bin kalt. Ich hab Angst. Ihr seid nicht mehr allein. Wie kommst du mir hin? Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergeht sie mir? Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Der Phönix. Das ist der Phönix. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Alle Angriff. Schädt zurück. Zurück, Schädt noch nicht. Hi. Ich bin's. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens. Wir werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht. Wir sehen alle gleich aus. Boah. Erstmal durch die Tür. Jede Tür hat das gleiche Schloss mit diesem Riegel davor. Ich habe einen Phönix auf der Tür gesehen. Dann den Spalt. Gut gemacht. Sie sind beschäftigt. Gehen wir. Bin doch schon da. Alter, das neunte Kapitel dauert echt lange. Obwohl wir hier nicht mal Action haben. Wir kämpfen gegen nichts. Dauert dieses Kapitel länger als alles andere. Aber sehr viel Story tatsächlich. Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Da ist der Baum. Just a cat. Schlaf gut. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Ratten. 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 Lass mich ratten. Lass mich ratten. Und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal. Egal. Sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der Einzige, der für mich zählt. Basil und Elia. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh, aus dem heilenden Teich. In deinem Traum. Es ist ein Symbol. Wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey, komm her. Das ist sein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Sein Vorgänger, ne? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her. Aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus, als ginge es noch weiter. Hier hinten. Suchen wir weiter. Kommt, es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns. Mhm. Schwupps. Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Oh ja. Eine Höhle. Stimmt. Oh ja. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für Sie? Aber, Hugo, scheiß drauf. Der geht da volle Kanner rein. Hey, weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist... Das ist Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt. Hier gespielt. Gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt. Wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Hm, Schmugglerhöhle. Er hatte einen Phönix. Ja. Vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basile mein Freund. Du hast keine Freunde, Hugo. Oh, sieh mal. Hm. Dieser Vogel wieder. Diese Form. Das ist... Das Ordenssymbol. Der Phönix... ...ist... ...der Orden. So... ...einfach. Ähm. Tut mir leid. Aber... ...nein. Darum ist es auf Ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, Sie wären etwas Besseres als er. Er war Ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende, ja? Hm. 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 Gute Nacht, Mappo. Wir haben jetzt einfach einen spannenden Midnight-Stream, ne, Chat? Was ist das jetzt? Ein Alchemie-Labor. Können wir wieder gehen? Ach, Hugo. Aber das ist doch genau, das zu sein, was du suchst, oder? Ja. Aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rummaterialien. Bin dabei. Dieser... Ach, ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Komm, hier muss doch was sein. Wo ist denn Lukas? Den haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Such nach einem Phönix. Was haben Sie in diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was, bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Tür, 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 Tür. Lea. Nein. Was zur Hölle? Hey. Leisa. Wir finden schon was. Oh, so ein Mist. Lukas wüsste es. Yep. Bestimmt. Hugo, hast du was gefunden? Das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Ähm, ich glaube, der Kleine braucht dich, Amicia. Ja. Hey. Stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Mhm. Ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast. Ja, stimmt. Aber... Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du... Du... Hast... Bordant... Nein. Ich... Wollte ihn aufhalten. Aber... Ich weiß. Du... hast es versucht. Tut mir leid. Schöne mal, Junge, Alter. Ich habe echt versucht, die zu beschützen. Okay. Kommt her, ihr beiden. So viel? Wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Mhm. Haben wir alles? Boah, könnt ihr mal schnell laufen? Ich bin langsam. Na los, Ego. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Mhm. Was hast du gefunden? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Alter, der ist ja mal echt... Der ist ja mal sehr optimistischer Kollege. Oh, Malte, viel Spaß wegen dem Duftladen, ne? Hm. Ja, ich glaube, irgendwas habe ich verpasst. Komme ich da in den Raum nochmal rein? Der wird gerade einen Account gepusht. Ey, du machst die Arbeit. Für den nächsten schwarzen Brettauftrag, ne, Alter? Ah, geht doch. Bisschen mehr Tempo hier. Oh, scheiße. Ich komme da nicht mehr rein, ne? Mist. Mist, das Tuch hat... Waren noch zwei Türen. Sorry, Shad. Weiter geht's. Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustiess. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. In welchem Jahr sind wir? 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber... Sie erwähnen Basilius. Und... Äh... Na. Elia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich... Ach, sie war da auf dem Tisch da unten. In der Nähe eines... Runden Turmes. Sie brachten sie in eine... Äh... Eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm... Oh-oh. Sie kamen. Werden sie hergekommen dann? Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Dadurch? Ja, warum ich? Riskant, aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Leer, ja. Ich würde den ersten Teil schon zocken. Sonst versteht man vieles hier nicht so. Gerade was die Makula angeht und die Charaktere. Deswegen haben wir den ersten Teil ja vor... ...knapp eineinhalb Monaten oder so ist die Onstream durchgezockt. Eben als Vorbereitung für den zweiten Teil. Verdorbenes Wasser besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein. Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Wir sind es. Wave, dankeschön für deinen fünften Monat noch so nebenbei. Was ich verstehe? Sie begieren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Ugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird. Und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Mag sein. Mhm. Nicht nur mag sein, ist so. Ja, ja, ich gehe ja schon. Tschüss, Kapelle. Tschüss, Kapelle. Wir gehen durch die Kanalisation. Wir gehen zu dem Chat, der wartet bestimmt schon auf mich. Warum ist das hier so schleimig? Morden, ganz gut, ganz gut. Das war... Verbring mal eine Woche mit meiner Crew. Erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suchen wir diese Festung. Ugo? Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein, aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen. Fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Alles wird gut werden. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Hm, ja. Ja, das sollten wir. Puh, Kapitel geschafft. Ich glaube, ja. Alter, das war... Das war ein langes Kapitel, muss man sagen. Das hat echt gedauert. Wir sind ja bitte mit dem Boot angekommen. Dann den Gräfen getroffen. Dann diese ganze Passage. Das war ja alles ein Kapitel. Glaub ich. Erstmal zur Seite schieben. Die Klamotten. Als wäre nichts passiert. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Listig, listig. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. So, ich hoffe, uns hat keiner vermisst. Finde den runden Turm. Puh. Warte, wir haben eine Karte? Haben wir eine Karte? Okay, von Collectibles her bin ich gut dabei. Nur noch vier Hubo-Sammlungen und noch vier Souvenire da. Dann habe ich Alec. Stealth hat irgendwie ein Level-Up bekommen gerade die ganze Zeit. Bisco, schlaf gut. Wenn mein Traum falsch war, kann es mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Das ist kein runder Turm. Der Runder Turm war auch nicht rund. Ach, da geht's zum Hafen, okay. Okay, verstehe. So, dann geht langsam runter. Solange der Motor von dem Boot nicht wieder ausfällt. Das ist, ja. Na gut. Oh, glücklich auch. Oh, sei der Sohn. Gesegnet sei die Mutter. Um die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Oh, 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 oh. Da darfst dich nicht unterkriegen lassen. Oh, 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 oh. Hm. Hm. Das ist unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Die Vergangenheit stirbt nie, Ugo. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hat er auch viel zu erzählen. Hm. Wir finden etwas in dieser Kapelle. Wir sind fast da. Ugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Oh, ja. Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein. Los. Neuer Turm erobern. Ja. Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belassen. Setbreak, schlaf gut. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber... Ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen... Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Okay, da muss man wieder durchschießen. Oh. Ugo kommt nicht in die Tür rein, weil er abgeschlossen ist. Aber ich sehe schon, was ich aufschießen muss. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Ugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine... Schmugglerin. Ein König, der Herr. Oh, welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Hoch mit dir. Die Festung und ihre Kapelle. Hier durch. Die Rattenpolizei, wir finden dich. Ja. Ihr hattet jetzt echt lange Pause. Ich glaube, in keinem Plague Tale Teil von den zwei hatten wir bisher so viel Pause von den Ratten, ne? Äh. Dann haben wir doch genauso da unten, wo ich gerade war, oder nicht? What the fuck? Vorsicht, es geht runter. So. Jetzt wird Zeit. Es wird Zeit, den Turm zu erobern. Chat, 30 Minuten noch ist die Silent Hill Präsentation. Bin mal echt gespannt auf das Horror-Game. Ich glaub, das war's. Gehen wir? Ja. Ja. Gehen wir weiter. Warum denn nicht? Wir hatten einen kleinen Unfall. Macht nix, macht nix. Eine Ratte kommt selten alleine. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja, aber da sind doch bestimmt Soldaten, oder? Gehen wir. Haben wir eigentlich die Pest? Ja. Die Ratten übertragen ja die Pest. Moin, Bench. Wunderschönen guten Abend. Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Oh oh. Wie kommst du da rauf? Chat, da seid ihr. Vertrauen mir. Der Sturm zieht auf. Das Rattenboot kommt langsam. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte ein Kind zu sein. Hey. Das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Ugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Na, alles frisch. Joa, Bench. Wieder was Neues zum Zocken. Warum denn nicht? Hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein. Mir? Ich mag jetzt Federn lieber. Hm. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber die fliegen bitte nicht weg. Hm. Kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Ringe sind zum Einsturz. An der Stange ist ein Seil und ein Haken. Ach da. Vielleicht mit der Armbrust? Ah. Neue Mechanik freigestellt. Na, Schett? Ich glaube, ich sehe euch. Ich glaube, ich sehe euch. Ganz weit hinten. Er braucht noch ein bisschen. Hoch mit dir. Oh, das Wasser sieht herrlich aus, oder? Hier würde ich auch gerne Urlaub machen. Du bist jetzt nicht, oder? Nein. Erst wenn ich mit deiner Schwester Kripp bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja. Ich auch. Ich liebe die malerische Landschaften hier. Hab ich das schon mal gesagt? Keine Ahnung. Ich sag's nochmal. Frisches Blut. Du glaubst nicht, wie toll ein Bier schmeckt nach acht Tagen am Stück arbeiten. Oh, Mensch. Gönn dir. Wer ist Milo? Wer ist Milo? Kann ich die jetzt? Oh ja, ich kann. Ne, kann ich nicht. Kann ich schießen. Na toll. Hätte ich gerne abgeknallt jetzt. Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Die anderen? Lasst los. Sklaven, ne, Treiber? Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Wisst, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen. Und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Nein, das hält uns nicht auf. Unser Ziel bleibt... Oh. Direkte... Putz. Es war ein Fehler von dir, herzukommen. Können wir endlich Helme abschlagen? Das wäre echt praktisch, Alter. Okay. Die Action geht los. Wir hatten genug Ruhe. Nächste Woche Urlaub. Oh, gönn dir, gönn dir. Auf und mach's was Schönes. Hat keiner gehört, dass wir da runtergekracht sind? Oh, hier sind Feuerstellen. Wo Feuerstellen sind auch Ratten. Ja. Hab sie! Lass sie nicht entkommen! Was jetzt, Amicia? Holy shit! Holy shit! Ein Dringlinger! Hilf mir sie aufzuhalten! Hier sind ein Dringlinger! Hier sind... Oh! Stimmt! Oh! Die waren uns! Ha! Amicia! 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 Ah, okay. Jetzt geht's wieder los mit den Gegnern. Okay, einige haben keine Helme. Die können wir auf jeden Fall snipen. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Ich bin sicher. Ich bin dran. Ich sehe sie! Hier lang! Sie haben sie ihn! Toll, der blockiert bestimmt den Weg gleich, ne? Tut es weh! Ja. Danke. Danke. Erstmal ordentlich gegen den Schädel. Göre! Nein, haben sie nicht. Ich hab Blut. Ich will erst mal den Schildtypen loswerden. Habe ich mir wohl eingebildet. Ja. Oh ja. Und das ist notwendig. Ja, ihr seid kaputt! Nummer drei. Das willst du nicht kommentieren, oder was? So, das nehmen wir mit. Okay. Zwei mit Helme. Die können wir leider nicht gillen. Wie immer. Helme sind doof. Dass wir diesmal keinen, äh, keine Schleude haben, um Helme kaputt zu machen, ne? Chill. Okay. Wo kommt der auf einmal her? Ja. Arschgeige, ey. Hier ist aber auch enger Raum, ey. Hier ist der Kasse. Wer hat sich da abgezündet? Wer hat sich da angezündet, ey? Wer hat sich abgefackelt? Wie geil. Gut gemacht, Junge. Bin stolz auf dich, Alter. So. Hallo. Immer am Giffen. Giff nicht so viel. Sie ist kaputt. Wir finden einen Weg. Ach so. Ja, ihr... Ja. Ich hab's gewusst. Sie haben uns gesehen. Kommt mit. Hier sind Eindringlinge. 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 Ach. Arsch. Okay, es werden immer schlauer. Du meinst, dass sie sich selber abfackeln? Würde ich nicht unbedingt schlau nennen, aber... Effektiv. Sie ist kaputt. Wir finden ein Weg. So. So. Hm. Hm. Seht mal. Noch eine Kapelle. Nein. Eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Zukunft finden. Hier ist ein... der mit helm wird wieder schwer erst mal ordentlich abbeitschen ja da müssen wir die tür aufziehen ich laufe einfach 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 hier der kann feuerbomben schmeißen perfekt ausgewichen würde ich sagen mann mann geht doch mal weg zur seite kann ich den kontern ja kann ich ich war am kontern kommt platzchen wir den anderem auch noch mal eine gutes job es dann gehört das war erst was jetzt der triple baby aber alle drei weg geflatscht alter so jetzt kommen wir aber durch die tür ne scheiße ich habe eine truhe verpasst komm ich da noch irgendwie hoch der ist ja hier irgendwie hoch gekommen da da komm mit hoch ich versuch's so immerhin haben die die aggro verloren wo soll ich hier eine truhe sein wo soll ich hier eine truhe sein wie viele sind da sehr viele ist ein dicker fisch hä da ist die da ist auf der anderen seite wie komme ich da drüber das das war die kleinen kisten da oder gegenüber ist die große ah ja da auf die kiste und dann da hoch okay verstehen okay ich verstehe da habe ich schon gemacht högo högo du musst schneller schalten man schalte schneller als ein audi die aus Los, hoch da. Hoch. Schon dabei. Aber warum Sklavenhändler? Warum hier? Sie sind überall. Genau wie Mörder und Verräter. Solche Menschen gibt es leider irgendwo. Ja. Mal sehen, was da drin ist. Macht schneller. Nein, ich bin wieder weg. So. Nein, wir sind durch. Puh. Nervig. Robasso, Schlaf gut. Ey, Alchemie-Wissen. Okay. Keine Ahnung, warum ich Alchemie-Wissen jetzt gelevelt habe, aber... Schneller Munitionsherstellung. Äh, okay. Hm, entklemmen. Ich brauche Hilfe, Sophia. So gut wie erledigt. Mach du das mal. Das ist ein Kronleuchter, glaube ich. Sieht schwer aus. Sophia, mach das schon. Sophia, mach das schon. Beeilt euch. Bitte. Geht klar. Ich guck nur. Kletter hoch. Alles klar. Wir haben hier ein Seil. Okay. Ja, dann... Ah. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm a Chandelier. So guck ich dem Gameplay zu. Ill, ill, ill. Wenn du es lange machst, kommt doch vielleicht auch Sleepy Steph wieder. Unter der Woche? Ich glaube, Sleepy Steph muss auch schlafen. Das ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum... Alter Hugo, denk doch mal nach. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Heißt die auch Sleepy, ja? Ich weiß nicht. Und der Boy hat schon so viel gespendet, Leute. Der soll nicht mehr... Wenn er wirklich im Dezember 1000 Euro raushauen möchte, dann warten wir lieber bis Dezember. Bin da auf die Explosion gespannt. Ich kann es nicht glauben. Einerseits doof, dass man es weiß, weil es irgendwie komisch ist zu wissen und jetzt 1000 Euro zu erwarten, irgendwie fühlt sich das seltsam an. Du solltest mich früher nicht sehen. Finsterer geht nicht. Hehehe. Sophia, sympathisch. 1000 Euro wäre schon krass. Das... 500 Euro war schon krass. Oh... Is schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Dias? Na ja. Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen. Und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, denn eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Die haben für die Gräfin gearbeitet, ne? Wir müssen verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen. Hm, das Kind ist direkt neben dir, Wann. Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst eins, nicht dein, blödes Maul. Natürlich sieht er die da nicht, ne? Noch jemand? Natürlich sieht er die nicht, wenn er da steht. Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Wart. Diese wahnsinnigen. Wart. Wir müssen ihm helfen. Uff. Es ist zu spät. Sturm zieht auf. Ein Sturm zieht auf. Shit. Ihr seid da. Ich wollte sie aufhalten. Ugo, du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auf einmal. Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Ugo, was zur Hölle? Oha. Oha, das sieht wieder so krass aus mit dem Sturm, der aufzieht, ne? Ja, das sieht wieder so nice aus. Ja, diese Szenerien in diesem Spiel, ne? Habe ich schon gesagt, dass sie geil sind? Wartet kurz. Muss mal kurz den Screenshot machen. Hm. Kann nur noch mehr rauskriegen. Du hast nie erwähnt. Was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihn befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davon gelaufen. Und ich... wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber... ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh... und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Ja. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten? Selbst böse Menschen? Sie sind wie die Inquisition. Wie, Wodaw? Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln. Ja. Aber... überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles... ist nicht fair. Ich weiß. aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm. Entschuldigen wir uns bei Sophia. Das Sound ist da. Das ist auch wieder nice mit dem Wind, ne? Sophia. Es tut mir leid. Mir auch. Ja. Gut. Gehen wir weiter. Sophia. Geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Genau. Ja. Nicht hinterfragen. Was ist da drüben? Da geht's auch weiter. Und da geht's weiter. Ich verabschiede mich mal. Zeltkatz, das schlaft gut. Dankeschön, dass du da warst. Oh Gott. Am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht. Oh. Ist das... Eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Bezaubernd. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er könnte sie nicht mal mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja. Komm, Ugo. Gehen wir. Überleichen. Oh. Ugo. Macht dir das Angst? Sie sind hier. Bleibt unten. So. Wir können wieder scannen. Können sie ewig dauern. Machen Sie, dass man klappt. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaden. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Finden wir Eweland, die Kapelle. Die Arme hatte keine russige Zukunft für sich. Oh, da ist ein Fass. Hast du das gehört? Hm. Ich sehe mal nicht. Nö, nö. Hat keiner gehört. Ganz viel Essen für uns. Oh ja, Shad. Wenn wir ein paar Ratten hätten jetzt, wäre das schon nice. Ich habe ein bisschen gescannt. Was hat er denn? Das ist für die Sklaven. Wir müssen uns nicht bedenkt weg von hier. So, sieht's aus. Ich bin... Wenigstens ein paar von denen wegnocken. Alarm! Alarm! Ja, Missia brauchst du nicht zu... Äh, Sophia brauchst du nicht zu sehen. Die steht da einfach nur. Typen mit Schilder. Sind immer gut, wenn wir die Eaten. Mist, Kerl. Amicia, was? Du musst dich mehr erschienen. Ja, Missia, chill mal auf gut Deutsch, sag die. Chill mal deine Base. Nein, 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 nix finden, nix suchen. Salpeter-Säure ist voll, ne? So, dann mal... Oh, Alter, wie schnell macht ihr das inzwischen? Schwupp! Ja, Sophie, du bist unsichtbar. Ja, Sophie, du bist unsichtbar. Viele Gegner hier. Das war's. Erwägt den Wagen zur Kapelle. Das ist der Letzte. Fahrt hier, Brücke hoch! Wir haben geschockt! Wir haben geschockt! Wir haben geschockt! Ich glaub, der hat was geknackt! Ich glaub, das hat Knack gemacht! Oh, hat's gespeichert? Oh! Not bad! Gar nicht so schlecht! Der Letzte! Fahrt die Brücke hoch! Was machen sie denn in der Kapenda? Stimme Dinge! Müssen wir dorthin? Tja, das wäre der Weg gewesen. Die Mauern sind alt. Es gibt bestimmt eine Öffnung. Wir sollten nicht hinein. Sehe ich auch so. Wir müssen. Dieses Blutbad bedeutet was. Oh, nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Ich wurde gesehen. Äh, warte, 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 warte. Alkohol ist voll. Äh, scheiße. Nix, Junge. Wir machen, was wir immer tun. Wir laufen mit dem Kreis. Und schauen uns die Gegend an. Oh. So. Weißt du was? Der brennt ja grad so schön, oder? So. Selber speichern jetzt nicht. Nepp. Nepp, 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 nepp. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir erkunden eh noch die ganze Gegend hier. Ja. Epigargo ist. Nehmen wir auch mit. Ich meine, ich habe genug Ressourcen, um die Gegner eigentlich in Brand zu stecken. Hey! Das soll sterben! Hä? Sie haben uns gesehen! Okay. Hä? Müsst ihr nicht Puff machen, wenn ich Demeter besprühe? Müsst ihr nicht aufgehen wie ein... Haben die nicht. So. Der wird danach anzünden. Eigentlich, ja. Eigentlich müsste das die Combo sein. Also, ne? Äh, äh, so. Erstmal mit Ter. Ah, fuck. Wo kommst du, ne? Ja, ja. Ja, ja. 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 und gut, dass es angegrillt ist. Toll. Nur fünf Stücke. Guten Abend, Kugelfisch. Wie geht's? Wie steht's? Hier wahrscheinlich, ne? Oh, oh, oh. Was passiert mit dem? Okay, der dreht durch, glaube ich. Malte, schlaf gut. Hast lange durchgehalten. Sophie, mach doch was. Wow. Bis sie reagiert hat. Das soll ne Schmugglereit sein? Oh, 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 Hugo dreht durch. Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Gut, versuch einfach am Leben zu bleiben. Ich hab 200 Teile, 15 Tools. Gehen wir weiter. Wow, wow. Ambrust-Bolzen kann ich aus Gegnern wieder zurückgewinnen. Das mach ich mal. Das hört sich gut an. So, den Rest lass ich noch. Falls ich hier nicht genug im Playthrough finde, aber Ambrust wieder Bolzen rausziehen. Könnte strong sein. Wir könnten dadurch die Gegner einfach komplett wegblästen. Wow. Das muss das Fallgitter bewegen. Bringt nichts. Gehen wir weiter. Ja. Echt nicht? Stimmt. Wir sind ja schon in der Burg. Und? Schon alle überprüft? Fast. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen. Ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey. Öffnet das verdammte Tor. Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Garen verstecken. Aber was ist das? Hier hat gesagt, bringt nichts. Mann, was macht er denn? Unglaublich. Der kriegt einen Ausstatt. Ja, so Kugelfisch, ja. Doofes Timing. Da ist ein Feuerstelle. Schade. Schade. Es wird Zeit. Es wird Zeit für Ratto. Der Shad kommt. Der Shad kommt. Ich werde zur Kapelle gehen. Ich schließe die Blutlinie. What? Ich will er mit der Blutlinie schließen? Es sind so viele. Ich, ich habe sie hergebracht. Das spielt jetzt keine Rolle. Keine Panik. Denk nach. Sieh dich um. Ja, keine Panik. Keine Panik. Also da sind ein paar Fackeln. Aua, das Licht. Aber Shad ist da. Da ist Malte. Ne? Da ist Malte. Da ist Slasher. Sehe ich ganz genau. Glitch Games. Mario, Luigi. Ist auch da. Lainarix. Ankara, Messi. Shiana. Alle da. Alle da. Okay. Wir haben ein paar Feuerstellen. Aber wie komme ich hier runter? So viele Brandbomben kann ich gar nicht schmeißen, um hier runter zu kommen. Hm. Alle um dich anzuknabbern. Ja, der Shad will mich anknabbern. Ich meine, selbst wenn ich die Feuerstelle da anzünde. Wow. Toll. Was zum Teufel ist passiert? Es ist schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht wissen, dass ich das mache. Das Ding ist unglaublich. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Äh, ja. Bullshit 800. Bullshit mal 800, aber egal. Wir akzeptieren es. Gut, dass du wieder da bist. Ja. Danke. Ich gab dir mein Wort. Also einen größeren Bullshit habe ich in der Videospielgeschichte nicht gesehen. Nicht meckern, we will take it, eh. Wir meckern nicht. Wir akzeptieren. Was mit den Red Naders? Die haben wir bisher noch nicht gesehen. War wohl zu absurd. Und wir müssen irgendwie rüber. Du kannst aufhören. Gebot. Aber das Ding ist halt, desto weiter wir weggehen. Desto weiter wir weggehen. Mit diesem Prisma kann sich auch das Sonnenlicht mit die Welt mit Schrumpf versorgen, ja. Ich kann damit Solaranlagen antreiben, ja. So. Alright. Tschüss, Glitch Games. Secret Ruhe. Okay. Fangst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. So. Yo, die kann sogar das... Die kann das Licht sogar um die Ecke brechen. Die kann das Licht sogar um die Ecke brechen. Halt, geht nicht so weit weg. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Gut, wir machen Fortschritte. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? Wir kennen das schon. Natürlich, dumme Frage. Seems legit, aber hallo, ey. Lass es. Na gut. Gut. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Egal. Egal. Wir fragen nicht, wir machen. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Schade. Ich wollte eigentlich das Stöckchen entzünden. Das reicht, hör auf. Natürlich. Das ist da, aber es ist gerade gewesen, ey. So. Fannst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Okay. Und wozu das Stock? Raffinesse habe ich null dazu bekommen. Dafür Angriff fiel. Hä? Raffinesse ist broken, wenn ihr mich fragt. Ich denke mal, Feuer löschen. Nee. Aber. Ich muss aber hier lang. Wow. Kann man da einfach drüber? Kann man nicht. Unsichtbare Wand. Ich meine, fast hat die sich so überlebt. Die hätte nur noch einen Schritt machen müssen. Aber die denkt, die sage ich, nein. Da gehe ich nicht weiter. Da gehe ich nicht weiter. Da ist das Wert zu aufhören. Die Frage ist, wohin? Vielleicht da ausmachen. Du meinst du in der Mitte? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich versuche es. Aber bisher mussten wir sowas eigentlich nie machen. Das hat nie funktioniert. Mit Topf. Bye. Schade. Ihr dürfte knabbern. Ich vergesse immer wieder, dass die Zöpfe eigentlich einen stärkeren Effekt haben. Die sind depressiv wie Bomben. das ist nicht gut das ist nicht gut dass es zu dunkel wird gibt es irgendwo noch eine da fackelt doch auch was wieso nimmst du das nicht als feuerquelle für den prisma dann müssen wir wahrscheinlich mit stock abstock aber die frage ist reicht das aus müssen ja bis dahin ich glaube es wird zeit ich brauche euch ich bin jetzt teil des schätzt all der community mit der macht des schätzt die stehen neben fackeln also wer steht denn neben fackeln die Wir sind der Shad. Wir sind die Einheit. Okay. Nom 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 nom. Ist das Schwiffel hier, ne? Gehen wir rüber. Okay, da unten ist eine Truhe. Da ist nochmal ein Topf. Which is nice. Das Harz. Das Harz haben wir schon. Oh ja. Das ist wirklich noch schlimmer. Topf nehme ich mit. Oh, und da ist ja die Tool. Ah. Die Tool. Oh. Shad, ihr seid beschäftigt, ne? Ihr seid ja noch am Essen, ne? Ich zählt euch auch nicht auf euch drauf. Versprochen. So. Mmh. 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 Schmeckt gut. Das ist gut. Glaubst du wirklich, die Kapelle wird helfen? Ich verspreche das. So, zehn Bauteile. So, zehn Bauteile. Schmeckt. So, wir können hier einen Stock mitnehmen, ne? Die Frage ist, zünde ich das hier schon an, oder? Also gut, überqueren wir wieder den Graben. Da ist eine Kiste. Bene, mini, Miste. Ich füste. Ich nehme lieber das Prisma. Prisma ist cooler. Prisma ist cooler. Und dann, kommt mein kleiner Bruder und macht nom 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 nom. so geht das danke schön schmeckt gut gern geschehen gern geschehen ist euch satt also doch mit dem stock oder was okay dann doch mit dem stock lasst uns rüber gehen lasst uns rüber gehen die raten sind so fröhlich die fressen hier und dort und überall da ist eine leiche die schläger nicht benutzen können muss ich immer das hier machen das macht haben die entwickler das nicht gemacht und dachten sich das ist ein ticken zu absurd absurde ist geil aber das ist ein bisschen zu absurd achten die sich das nicht vielleicht zu einem moment kleinen klitzeklein klitzeklein moment dachten die sich vielleicht mit dem prisma um die ecke hinterwenden zu leuchten das ist nicht das ding philipp mann das ganze nicht den leuten verkaufen dann habe ich nur meine idee ja das ist schön für dich aber wie komme ich jetzt an diese tour schon daran gedacht also redner zu match aber licht durchwand wobei das sind alles alte wenn wir sie nicht so dicht stimmen und dass ihre hand gerade durch die mauer geht es nachdem redner geht auch so was das stimmt nachdem redner geht auch ein ultra prisma was einfach so gezielt licht reflektiert das ist nur die fackel gibt nicht am mond oder so geht nicht so weit weg es wird so dunkel nach uns den weg bei sophia bleibt in meiner nähe auch noch lauter damit die wache ich finde man bekommt hier nicht viel licht ab gibt nein egal bahn bahn so was hast du gewusst was hast du gewusst da ist das ding zum hochziehen und da kommen wir wieder runter ich bin aber inkommen das ist nicht aufgepasst guten morgen queen na rattenkönigin ja definitiv die tasche lampen ja das ist okay ja das ist okay wir wollen nicht weiter so was denn das sieht wieder alles irgendwie so malerisch aus oder bis auf die leichen die darunter hängen ich glaube das blut wird den sohn dazu bringen sie zu mögen er würde sie dafür umbringen seht mal an der tür das ordenssymbol gehen wir in die kapelle und verschwinden dann chill mal komplett broken scheint ja auch hundertprozentige recovery rate zu haben die ambrust ne also damit sollten wir das kämpfen jedenfalls 100 prozent hinkriegen so so warum läuft die so langsam mal hat man so 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 Wow. Tolle Tür. Tolle Tür. Warte mal kurz. Zack. Dann gehen wir mal durch die Tür. Endlich. Oh, das ist der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Melo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Ab in den Keller. Bin zum ersten Mal noch hier so spät. Ja, unter der Woche stream ich auch selten so spät, außer es kommt wirklich ein Game raus, was ich komplett durchsuchte. Das sieht nach einer Todesfalle aus, wenn ihr mich fragt hier. Hier wurde die gekettet also, ne? Unum, Tueri, Omnes, Tuendo. Beschütze einen. Beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Eine Spinne. Ist das der Mordkeller? Vielleicht. Da ist dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie... Kann die da lesen? Weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Ring. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Jogo den Ring angefasst hat. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Wärme schien ohnehin vollendet zu sein. Mhm. Okay. Hallo Scout. Autsch. 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 Oh no. Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer. Sklaven. Du hast dir aber getötet. Für dich. Die Gräfin. Sie bezeichnet sich als Mutter. Aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Dinah. Sag mir nicht, was ich brauche. Schon wieder so viel. Super, Villa, schlaf gut. Dankeschön, dass du so lange gemacht hast. Alright. Komm, komm, komm. Komm. Keine Ratten. Chat, ich schaff das ohne euch. Ich weiß, ihr wollt mir helfen, aber ich schaff das ohne euch. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ja, das lag hier nicht. Sagt Hugo. Wenn Hugo sagt. Ihr werdet alle sterben. Beruhige dich, Hugo. Sophia, bitte. Bleib unten, Hugo. Lass mich ihr helfen. So. Gebt mal meinen Fall wieder. Ah, ich kann ja hier wirklich rumschießen, ey. Was? Wir kommen hier nicht raus. Ich kann sie auch töten. Hugo, sie macht das. Ey, nicht durch. Ich muss es schnell beenden. Es ist zu gefährlich, Amicia. Junge, Ugo. Du gehst mir gerade volle Kanne auf die Eier. Nein, 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 nein. Du hältst die Fresse, Mann. Ich muss, koste es, was es wollen. Sie wettbeid müssen. Doch, Amicia. Wir müssen in die Kapelle. Es gibt keinen anderen Weg. Das geht nicht aus. Ich schaff. Oh, jetzt kommt an. Ich hab gerade zwei Schuss verbraucht, Mann. Shit. Ich brauch eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Ich brauch die Töten. Sie sind schon tot. Es wird alles einstürzen. Wir müssen hier weg. Amicia, los, hierher. Schnell zum Meer. Hey, dieser blöde Ort sollte mir helfen. Aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Ugo. Sieh mich an. Eau, 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 eau. Ich bin da sicher, Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrer-Geschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören. Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, ähm, wirst du bleiben? Sag es nicht zu laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Machtwort. Oh ja. Weg von dieser Insel. Keine Antworten. Blutlinie abgeschlossen. Kapitel 11. Die Wege der Jahrhunderte. Kann man sich Wege wählen? Nee, nee. Ist alles linear. Hier gibt's keine Choices. Na? So. Wartverlein. Das ist alles. Das ist alles sexy. ... Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Okay. Das ist alles bald vorbei, Ugo. Die Racken. Wollen wir mal, ne? Sie wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verratten Racken können zur Hölle fahren. Ach, wir sind wieder da, okay. Das sind dumme Tiere, Ugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Und wir haben... Und wir haben unser Power Prisma. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt los, alle im Licht. Das ist ein nice Löscher. Bei so kleinen entspannten Streams... Sind ihr gerade am Futtern? Ne. Sind noch häufig gewesen. Bei solchen... Um diese Uhrzeit sind halt natürlich alle am Schlafen und so. Oder viele. Es ist kein Wunder. Als sie uns so genannten... Ja, nehmt das nicht persönlich. Ihr kennt euch nicht persönlich. Toll. Ich habe auf die letzten zwei Wachen noch abgeschossen. RIP. Aber ich habe Angriff dadurch. Ganz schön gelovellt. Du kannst aufhören. Gebraucht. Greift den Lichtstein an, Schat. Ey, die Lichtstein-Olle spart uns ganz schön viele Fakkele oder so, oder? Oh, das wird knapp. 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 Junge, das war wirklich knapp. Ruhe. Aber Lukas haben wir jetzt wirklich lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, das reicht nicht mehr aus, ne? Hey, lass gut sein. Geht klar. Geht klar. Die Insel ist ganz schön durch. Fahrst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Das reicht, hör auf. Na gut. Ja, mal. Lukas ist wohl bei der Mutter geblieben. Ja, aber wohin sind die geschwommen? Dachten die sich die chillt einfach? Ach, ne, die sind ja nach Marseille gefahren, ne? Wir sind ja nach Marseille gefahren und dort geblieben. Fahrst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Überleben Sie. Wir werden euch helfen. Sophia, fahne uns den Weg. Bleibt bloß. Oh, chat. 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 Ich hasse euch. Euch alle. Es ist vorbei. Chat, 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 chat. Entspannt euch, chat. Alles gut. Es ist zu spät. Alles ist unnötig. Oh, wie gut. Gebockt. Chat ist ein bisschen wild geworden. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist das am Boden. Ein Balken. Mitternachtsdeck. Oh ja. Wir müssen ihn bewegen. Achso, den Balken müssen wir bewegen. Ah, okay, verstehe. Dazu muss ich aber dann dahin. Und damit... Jetzt können wir die... Von so einem kleinen... Und so einem kleinen Feuerfall machte ich hier voll den Laser. Voll die Taschenlampe, Alter. Das leuchtet heller als meine Taschenlampen-App, ne? Und das nur durch so einen kleinen brennenden Feuer an der Wand. Geil, Alter. Wer auch immer hier gekifft hat... Hey, lass gut sein. Wer auch immer gekifft hat bei der Stelle hier. Alter, Props geht raus. Das Zeug war echt gut. Und los! Hier werden wir nah dran. Sophia, wahn und... Bleibt bloß alle im Licht. Zu mir! Na gut. Oh, das war knapp. Wie viel habe ich denn von dem Tyranid noch? Ach, guck mal. Nur noch drei Collectibles bei jeder Kategorie. Dann haben wir das. Sieht man gar nicht, ne? Bald geschafft. Die Porte. Der Träger. Er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, was dich retten will. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist... Alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja. Aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Na, 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 na. Kleiner Nachtspaziergang. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schütze zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Ach. In solchen Zeiten... wird er sich verbarrikadieren und auf das Volk scheißen. Oh, halt. Auf einmal hat das voll die krasse Range, ey. Ich muss erst mal was anzünden. Bleibt bloß alle im Licht. Edelstände stärker als die Flash gerade. 16.000 Uhr um 0 Uhr. Die hat einfach dieses geilste Ding überhaupt. So. Wir wollten aber auch den zarten Grafen und seine Frau haben. Oh, ihr wollt die Frau snacken? Oh, shit, das gönne ich euch. Die war auch ein gutes Stück, ne? Die war auch ein gut. Elios, wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja. Er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon... Kaputt. Tja, Hugo. Jetzt wird es Zeit für deine Ratten. Shit. Lass uns das Ding smashen. Oh, die Frage. Die Schlüssel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte. Tja, wir wussten ja nicht mal, dass es sie gibt. Mhm. Und wie mache ich die kaputt? Ombre? Hm. Wie machen wir die kaputt? Kann ich irgendwas draufschmeißen? Die Säule da zum Beispiel? Die Säule sieht brüchig aus. Und da ist auch extra eine Plattform, glaube ich. Aber wie komme ich da hin? Ah, hier? Ja, guck. Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Das war so befreit. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm. Nächste Map. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Das ist es. Kommt. Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht? Und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Seht nur, der führt irgendwo hin. Ach, wir sind da. Ich spür's. Nö. Lass mich nicht los. Nein. Komm, mailt. So, Shad, ihr habt jetzt ein bisschen Ruhe, ne? Lasst mich erstmal hier entspannt, bitte die Höhle erkunden, bevor ihr wieder alles zerropft. Ich lese gerade gratis, gratis-Scan. Ja, gratis-Scan. Habe ich ein YouTube-Video heute zu hochladen. Steht doch die ganze Zeit schon seit 10 Stunden im Titel. Jeremy. Es wird dunkler. Ich mache Licht. Ja, bitte. Hm. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Oh, da aktiviert sich was. Was zur Hölle? Wee, 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 wee. Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Wee, 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 wee. Tempel sieht ganz so aus. Ja. Es sind nicht müde, schon ein bisschen. Wie alt ist er eigentlich, Hugo? Acht oder neun war er, glaube ich, im ersten Teil, oder? Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Meinst du, der lebt doch? Meint ihr, ah, der atmet noch, der Basilius? Was ist das? Da war etwas drin. Das ist schon lange weg. Gehen wir weiter. Es ist her, oder? Hm. Was ist hier passiert? Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich gehe jetzt wieder absichtlich gesprengt. Da war schon jemand. Jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat alles zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Grätsch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst. Das hat Jahrhunderte gehalten. Wir haben gleich den 10-Stunden-Stream geknackscht. Hoffentlich kommen wir hier auf die Spur. Werden wir sehen. Aber ey, wenn man so lange streamt, kriegt man auch die Zuschauer, die sowieso nachts immer wach sind, ne? Hier geht's runter. Ist ja auch schön. Vielleicht gibt's noch ein paar Leute, die noch nicht gefolgt haben. So drei. Drei, zwei. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Hm. Die Tür sieht kaputt aus. Tja, haben wir noch ein intaktes Fass hier. Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Griechisches Feuer. Besser als italienisch. Sie haben ja mit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Raven LP trotzdem. Ich weiß ja, dass viele von euch schlafen wollen. Aber einerseits, wo man Zuschauer morgens hat und Zuschauer, die nachts da sind, sich auch immer wechselt sich ja durch sozusagen, ne? Gibt ja Menschen, die haben unterschiedlichen Rhythmus und so weiter. Aua. Junge, das hat gescheppert. Ich bin seit Anfang dabei, Anna, wie du das machst, weiß ich nicht. Aber Respekt. Nachtollen vor. Noch ein Tor. Wiu, wiu. Habe ich gerade eine Anbrust benutzt? Warum benutze ich einen Anbrust für die Scheiß? Wieso? Na ja, da muss man ein gutes Durchhaltevermögen haben. Um so lange zuzuschauen und so weiter. Deswegen. Respekt. Ich meine, wir haben gestern 13 Stunden gestreamt, heute 10 Stunden. Das sind 23 Stunden, Leute, in zwei Tagen. Ist ja schon fast wie ein 24er. Also sind wir stark. Ihr seid stark, ja. Upgrade-Teiler. Kann ich da irgendwas... Ja. Das pfeift, Alter. Tote Menschen. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefungenen. Sie haben sie dazu getrieben. Zweites Messer. Sie kam an dieser Tür vorbei. Sie stürzte wohl hinter ihr ein. Wie kommen wir da durch? Jason Tim. Das ist krass. Hast du morgen keine Schule oder Ferien? Sie kamen nur hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh ja, der ist aber sowas von ausgestattet, ey. Das sieht gefährlich aus. Hier, eine Kurbel. Na los. Sie öffnet das Palketer. Der Wagen rollt gleich los. Madame. Abfahrt. Junge, ich hätte so Angst, dass irgendwas hier zusammenstürzen würde, wenn ich das im echten Leben wäre. Aber die hieten einfach den Wagen da durch. Ich bin genauso verzweifelt, weil du nicht aufgibst. Ja. Guten Morgen, Shadowbody. Scout, schlaf gut. Fliegender Wechsel. Fliegender Wechsel. Oha. Oha. Wer hat Tasten gebaut, Alter? Ich glaube, Shad, ihr kommt gleich hier raus. Ich glaube, ihr kommt gleich hier raus. Das sieht sehr nach Shad-Arbeit aus gleich. Oha. Oha. Ich wusste, dieser Ort ist böse. Moment. Diese Feuer, die schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schacht zu halten. Was? Ja. Machen wir den Weg frei. Wenn du meinst. Womit fangen wir an? ich glaube ich schieb die wagen einfach alles schon mal ja, ne? Mann Mann Da hinten ist eine Truhe, ne? Ah, okay. Okay. Hugo kommt nicht in die Hand dran. So. Und das können wir jetzt auch seitlich schieben? Nee. Können wir nicht. Ja. Die wusste, wie man die Ratten entschacht. Aber solche krasse Konstruktion hier zu bauen ist schon auch... Bitte. Ja. Jetzt gibt das griechische Feuer Sinn. die brücke ist genau dahinter aber der karren ist im weg wie werden wir ihn los weiß ich nicht ich brauche eine bessere sicht sehen wir hinten nach zack alter voll die high end konstruktion jetzt steht unten im titel eigentlich ok wir wussten das feuer mal kommen wir das hier dran 6 hat eine karte von diesem ort die gleise und feuerbecken keine karte ein entwurf die ganzen mechanismen da sind noch andere da sieht aus wie das chateau d'ombrecht amicia stimmt das ist der innenhof mit den ganzen feuerbecken und was ist das mehr davon zeichnungen und karten von dänemark konstantinopel die hier ist aus asien afrika ich wusste nicht dass der orden so weit reicht weil es überall passieren können was eine solche los gehen wir guten abend das smart nein er ist nicht smart wir müssen irgendwie das was los haben ja erstmal lasse ich das wieder anzünden es fiel zu lecker ja ich sag's ja jetzt auch schluss mit rex schlaf gut danke schön dass du so lange dabei was die nur alles wenn du jetzt noch nie geguckt ist so und wenn wir jetzt diesen wagen nehmen und nach da pushen das sind ganz schön viele ratten ja gut ich habe gehofft den wagen kann man von hier irgendwie zerbomben aber ne kann man nicht bringt uns dieser wagen ja erstmal gar nichts ne außer wenn wir busen können wir links an die truhe aber komm scheiß drauf die machen wir den wagen weg niemand muss sich fürs team offen will einer von euch sich offen da gibt es doch bestimmt irgendwo ein fasst was man zum explodieren bringen muss oder ja wir konnten mal die andere seite ja ja da ist das fast aber aber wie bringe ich das zum explodieren hmmm hey hast du etwas um dieses feuerbecken zu erreichen? irgendein alchemistenass im ärmel? hallo lokas wie geht's wie steht's? grüß dich auch kann ich den meint ihr ich kann einfach einen topf werfen über den wagen aber weil meine slingshots können leider nicht um die ecke fliegen wir probieren es mal ich glaub nicht dass das unbedingt der offizielle weg war ich hab nur so ne leichte vermutung jetzt müssen wir nur aufs andere gleis ich glaub das war ging ihm bestimmt irgendwie anders egal es hat funktioniert wie hinterfragen sich ist okay so da komme ich nicht durch ne okay ich will endlich sehen was hinter der brücke ist bist du sicher dass der wie geht's dir Ugo? ich fühl mich komisch komisch? guten Abend Malone wir sind fast da bist du dir sicher? dieser Ort ist einfach ja ich bin mir sicher dieser träger ist der Grund für Ugo's Traum von der Insel außerdem haben wir keine andere Wahl na gut das war vergiss es es tut mir wirklich leid aber wir müssen das tun ja werd nicht wütend bin ich nicht er sieht schon reis aus nur traurig bitte nicht das war ne lange Brücke da ist nämlich meine Panzertür da ist nämlich meine Panzertür gehen wir lieber zurück beschütze einen beschütze alle die Inschrift aus der Festungskapelle das ist sie Elia die Beschützerin des Trägers sie hat sich tapfer gewehrt aber sie starb allein was hast du Ugo? ich will nicht dass du stirbst ich bin am Leben ich werde leben na komm mein großer sehen wir uns mal das Tor an hm? ich weiß wie es ist allein zu kämpfen um nicht allein sein zu müssen ich hoffe du hast für immer Frieden gefunden hast du eine Idee wie wir das aufmachen können? gehen wir lieber zurück was? nach all dem? komm schon fühlst du dich besser? naja hey wir sind alle erschöpft aber wir sind zusammen oder? na dann öffnen wir das Tor er konnte den unterirdischen Bereich ich bin dabei ok das ist ein big ass Tor muss ich sagen muss ich den Hebel drücken bestimmt ne ok da kommt etwas aus der Wand hm das ist wohl eine Bremse um die Riegel zu fixieren kann ich helfen? ah ich brauche Hilfe Sophia ok ok die muss den Riegel hier hinschieben der hier öffnet die oberen und unteren Riegel der hier öffnet die oberen und unteren Riegel und das Ding das aus dem Boden gekommen ist ist das eine Korbel? denkeschön kümmer dich drum Ugo ok und jetzt 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 fehlt mir noch ein Charakter ehrlich gesagt ok 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 die kann nur Sophia bewegen kann kann Ugo dann die Kurbel benutzen komm mal her ja ich hoffe ich habe mehr Glück als du oh wie auch da ist eine Stange angebracht die muss ein Nutzen haben hä 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 kannst du die Waage auch schieben? ja kann man du 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 ich wäre so erschöpft nach all dem ich würde nie mehr wieder in meinem Leben laufen tja wir haben schon ganz schön paar Kilometer zurückgelegt ok ok den Karren haben wir Hebel anziehen wie viele Leute waren wohl nötig um dieses Tor zu beten ich muss wieder dorthin zack 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 6 Alkohol holy shit alter spiel gibt aber auch aktuell echt Ressourcen ich sollte die echt mehr verwenden gegen irgendwelche Leute hm vor allem die feile ja die feile kann man wieder über das ding es wegen Raffinesse hier nervele ich ja so gut wie gar nicht aktuell weil ich selten Alchemie benutzt oder sonst etwas dabei muss sich das auch Level 4 erreichen damit ich Achievements kriege Naja, erstmal mache ich Bewusstsein und Angriff auf Maximum. Das sind doch Türen, oder? Und es ist aber, dass man immer ein Mitschimmrecht, äh, mehrmals, mehrmals Mike. Geht da durch, Junge! Komm mal rein. Guten Tag. Oh, das war das Spielzimmer. Kinderkleidung. Spielsachen. Basilius. Die gehören ihm. Sieht nicht gerade wie ein Spielzimmer aus. Sie nahmen ihm seine Sachen weg. Er muss ganz in der Nähe sein. Irgendwo hinter dieser Tür. Ziemlich große Tür für ein Kind. Nicht irgendein Kind. Wir werden sehen. Zurück zur Tür. Ja. Sein Spielzeug. Lukas, dankeschön. Schlaf gut. So, da sind die Bremsen, ne? Hilf mir bitte, Sophia. Gerne doch. Ja, aber... Wie sorge ich dafür, dass das stecken bleibt? Weil dieser Wagen, den kriege ich hier nicht mehr bewegt, ne? So, die einzige Möglichkeit ist hinten das Gitter. Aber... Gitter geht nicht. Sophia ist auf dich verlass. Wird erledigt. Auf der anderen Seite? Ah. Okay, das geht hoch, wenn ihr das ankurbelt. Okay, verstehe, verstehe. So, dann... Zack. Okay. Ja. Schön, dass du das erledigst, aber... Wie halte ich das denn fest? Ja. Ugo, ich brauche deine Hilfe. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Achso. Versuchen wir es. Öffnen wir das Ding zu Hause. Ah, okay, okay, okay. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Reeeeee! Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht. Oh, oh, oh. Was riecht hier so? Oh, shit, habt ihr gefurzt? Habt ihr gepupst da drinnen oder was? Stricht da so? Ey. Oder die Mods mal endlich mal besuchen, ne? Lange nicht rausgelassen. Ach, Hugo. Wir gehen durch das Tor. Echt mal. Hand her. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Ich will zurück. Bitte, Ugo. Hm. Oh, die Ratten sind hier. Ja, ist ein Nest, ne? Was atmen wir hier ein? Rattenluft. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange her. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapf. Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Shit, hier seid ihr zu Hause. Ich habe euer Zuhause gefunden. Hier seid ihr also. Stellis wird kalt, mach die Tür zu. Aber ich muss doch gucken, was ihr hier so treibt. Wo ihr herkommt. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine gute unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Oh, ja. Es scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier. Da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Das könnte klappen. Ich gehe vor. Wir sind immer willkommen. Zuhause. Shit zuhause gefunden. Amicia, nein. Nein. Lauf. Der Chat ist da. Der Chat ist da. Alles in Ordnung? Nichts gebrochen? Nein. Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? ich muss mich hier erst mal umsehen wartet auf mich sei vorsichtig wie alles voll lobs 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 sieben schwefel holy shit warum so viel da geht es nicht weiter jetzt hier irgendwas weiter wer hat uns geschützt ja und eine kette muss ich wohl lösen oder ich sehe nichts was man kaputt machen kann die beraten sie die der stadt ist schon in bord gelangen gekommen junge funkel doch einfach mal ach so da kann man durchgehen voller die kette im weg war verstehe das ist freundlich sehr sehr freundlich schloss 8 schwefel alter echt mal gut dann machen wir mal boost ab mein fall wieder zurück ich weiß es gibt gratis geht aber zurück nein schade weigert schade weigert sich ja alles voll kann ich nichts kraften aber ja jetzt können wir rüber jetzt musst du einen weg zurück ich glaube diese kisten sporen immer genau das was einem fehlt oder gut dann an die arbeit okay wir haben über 200 teile wir könnten theoretisch ich habe eine idee bei der nächsten werkpack die wir finden oder so oder mache ich diese idee jetzt schon und zwar und zwar gibt es achievement für jedes ding was du komplett hast so das reicht aus ja das reicht aus zum beispiel können wir werkzeug komplett voll upgraden zack freischaltet dann können wir neu starten die anderen abteilung upgraden achievement anlocken oder auch nicht oder auch nicht smart smart game okay egal schade das spiel war schlauer als ich das spiel war wirklich schlauer als ich ich dachte ich war smart oder spiel war smarter ging im ersten teil im ersten teil ging das eher aber er ist egal uns fehlen nur noch knapp was habe ich hier 80 90 sagen wir mal 200 200 300 teile für uns noch ist machbar ich glaube bis zum ende des spiels werden wir einfach definitiv noch werden wir definitiv noch verbessern können eigentlich hätte ich mich hier auf level 3 bringen können statt werkzeug das brain war schon big das game war bigger ja das saft aber auch instant ne schweine das war das war das war ich schlafe gut danke schön dass du da warst kann man auto speichern abschalten ich glaube nicht vielleicht hätte ich auch das menü gar nicht verlassen sollen ich glaube ich habe das menü verlassen vielleicht hat es dann nicht gespeichert das weiß nicht es wird versprochen ich fliehe dich an verdammtes ding schon wieder boost ja 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 alle super kein griechischer wein griechischer wein guten morgen zwei radtiv kannst du wieder mit einem prisma ding da leuchten nein ok konzentriere mich schnapp dir was du finden kannst und dann überlebt er das nehme ich noch sind das ratten ja natürlich nicht joker du bist ein toller du bist ein feiner ramme doch scheiße brandbombe ach komm fuck als ob geht doch ich liebe euch auch nuki und dem hat auch geklappt gut nach fabi ich denke mal das kapitel sollte gleich zu ende gehen ich glaube das ist ein hinweis darauf dass wir den stream langsam beenden sollten ja ich weiß wir haben viel durchgemacht es ist als wären es nicht meine gedanken ist es basilius stimme kann sein sie klingt tief ich habe angst ja wer ist hier schlaf gut schätze ich weiß ich bin bei euch zu hause habt ihr was zu essen ich bin schon lange live braucht was zu futtern irgendwo im herzen dieses ortes so stelle ich mir die letzte schwelle vor elia konnte ihn nicht retten und das ist das ergebnis aber was was ist passiert was ist mit ihm geschehen ich will es nicht wissen musst du aber er hat dich hergeführt das ist dein erbe ich will kein erbe ich will normal sein das ist auch gut so du bist ein kind in der roten stadt gab es auch kinder es ist schwer wir kennen uns nicht gut aber ich weiß dass du eine zweite chance verdienst selbst wenn wir durch die hölle gehen müssen ja mein kopf sie wird lauter ich will ihn aus meinem kopf wir sind gleich da da unten könnte deine rettung sein wozu wenn ich immer alles ruiniere hör auf du musst mir vertrauen ich kenne ich amicia sophia komm alter bitte ich weiß der kriegt aber sowas von einem Fall der weißt du nicht warum tust du das amicia komm ich trage dich wir machen das zusammen das ist zu viel tut mir leid dass du das durchmachen musst ugo mach keine faxen man wir sind so weit gekommen die bekommst du aber erstmal musst du leben wir sind so weit gekommen junge ich fürchte mich für mich selbst hör auf du wirst leben wir kämpfen wir halten durch komm schon komm oh da ist der vorgegangen ne das ist sein vorgegangen basilius alter sieht krass aus ist das der träger er wurde eingesperrt aber wieso sie hatten angst vor ihm vor seiner macht und deswegen haben sie all das gebaut einfach nur aus furcht sie haben ein kind getötet er entfesselte die ratten sie brachen durch ihre mauern keiner konnte sie aufhalten hier begann sie was die justinianische pest er war traurig so traurig und wütend deshalb hat uns die makula hergebracht es muss hier etwas geben eine schriftrolle da ist kommen neue kinder aus dem chat raus hier ist gar nichts Elia sie versagte sie hat versagt so viel ich weiß ohne gerecht denn wenn ich sterbe du stirbst nicht werde ich sie auch alle töten nein ihm war nicht bestimmt zu sterben aber sie nahmen ihm die geliebte beschützerin er verlor die hoffnung also gab er der makula nach und verdammte sie alle ja und zwar zu recht nein wenn wenn ein wort von ihr ihn erreicht hätte wie weniger allein er doch gewesen wäre er hätte weiter gelebt und millionen verschont verstehst du du wirst nicht sterben und ich bin für dich da ich sorge für dein gutes leben ein leben ohne kämpfen möchtest du das finden wir ein zu hause die sind da wohl anderer meinung was ist los Shed entspannt euch Shed ist wach Shed ist wach Shed ist wach Shed Aktivitäten steigern sich ich dachte ich bin bei euch willkommen zu hause Blas ist geplatzt konnte ich mehr halten zu wenig wie wie pausen zu wenig wie wie pausen zu wenig wie wie pausen wach Ich versuche es ich versuche es du hast nicht in unserer Außen bei hat meine Aufenhalter ich habe keine gratis skin schätzt ich habe auch keine trockos mein item so viel bleibt aber steht hoffentlich stecken die darin fest hier sind wir sicher ist jemand verletzt das war grauenvoll ja die makula hatte ich hinein gelockt tut mir leid dass du das sehen musst du es die makula hat dir wirklich ein händchen für kinder sie haben ihn angekettet ja aber das wichtigste ist dass du überleben wirst nein das ist aber nicht das wichtigste es macht mir angst dass die menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen dingen zwingen du hast recht hör zu es wird immer menschen geben die furchtbares tun so ist die welt leider aber vertraue in das gute in dir und in das gute in anderen habe vertrauen in jene die wollen dass du glücklich bist freunde wie mich freunde geben dir ein gutes gefühl oder ich verstehe dass du zweifelst aber vertraue mir vertraue uns ich vertraue euch wir finden für uns ein zuhause verlassen wir diese insel unser boot wartet und auf dem weg dorthin ein ratten mehr kein problem für uns alles wird anders werden kapitel ein besseres leben kapitel 12 war auch ein starkes kapitel muss ich sagen starkes kapitel cool sah echt krass aus ne vom design her wieder unten da angekettet war es wird einfach nicht besser und das obwohl sie ein mittel gegen die nager einsetzen andere haben das auch und starben dann doch es ist zu spät wir müssen gehen aber es geht nicht mehr nur allein um die insel wir müssen hier weg sonst verdammt wir noch alles ur far iphone 2 www.sgm w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020